Dann geht's los. Neues Spiel. Wir werden natürlich Widerstand spielen und jetzt wird's interessant. Also, ich will auf keinen Fall einen Sozialdemokraten spielen, weil ich das angespielt hatte. Ich tendiere ehrlich gesagt zu einem Anarchisten. Das finde ich jetzt eigentlich eine ganz coole Option. Vielleicht gibt's ja auch einen sozialdemokratischen Anarchisten, wir müssen sehen. Ich geh mal durch hier. Aha, da haben wir schon einen Julius Scheuermann, ein arbeitsloser Anarchist. Klingt doch schon mal ganz nett. Kommunist, ja, ich möchte heute, also genau, was ich auch machen möchte, ich möchte was anderes sehen, als sozusagen großes Ziel des ersten Kapitels, als ich das dort geschafft habe. Das heißt, ich glaube, ich würde gerne diesen Anschlag machen auf irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Polizeistation oder SA oder Gestapo oder sowas. Deswegen finde ich einen Anarchist ganz gut. Kommunist könnte man auch machen, aber wie gesagt, ich will jetzt den Anarchisten spielen. Okay, ich würde mal sagen, der sieht steinweit ähnlich. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach mal bei den Typen. Also, Julius Scheuermann ist unser Mann. Ich ziehe nochmal einen an einer anarchistischen Zigarre, die geschmuggelt wurde. Und dann geht's los. Genauso unrasiert. Philipp, ja, ich habe dich schon mitbekommen, dass ich die schweren Sachen nicht machen muss, um das Kapitel zu gewinnen. Sondern man muss irgendwie nur, das ist leider nicht ganz transparent, eine bestimmte Moral erhalten oder eine bestimmte Unterstützung erzahlen. Okay, anderes Aussehen. Hut ist falsch. Der Hut ist falsch. Nö, wir lassen das so. Ich finde, das ist ganz okay, oder? Wir lassen das so. Wir können da mal bei Kleidung durchgehen. Ach nee, das ist Kleidung. Merkmale. Oder gibt's extra? Der Hut ist, wo ist denn der Hut verborgen? Bei Haare? Ah, alles klar. Nee, der Hut ist anarchistisch. Das finde ich schon gut. Wir lassen das so. Jedes Wort ist Lüge, wenn er Frieden sagt, meint er den Krieg. Bezüglich Hitler. So, es geht los. Ich bin mal gespannt. Angeblich haben sie ja jetzt die Events der Mitstreiter ein bisschen verteilt. Auf die gesamte Gruppe. Das finde ich richtig gut. Mal gucken. So. Also auch solche Texte, die haben wir schon im Let's Play gesehen. Deswegen werde ich die kurz behandeln. Ab dem zweiten Kapitel, ich hoffe, wir kommen dorthin, werde ich das dann allerdings vorlesen. Auch das mache ich kurz. Lesen und Überschriften. Hitlers Reichskanzlerzentrum spricht mit Hitler. SA marschiert durch Berlin. So, wen haben wir dann? Luise Lohse. Das ist schon mal ein schöner Name. Und Lotte Gore. Sehr cool. Luise Lohse. Hitler. Dieser Wahnsinnige. Das ist eine Katastrophe. Hier reagieren wir darauf. Das ist schrecklich. Was unternehmen wir? Wir brauchen eine spektakuläre Aktion. Es muss so laut knallen, dass die Leute davon aufwachen. Genau. So weit sind wir noch nicht. Kontert Luise Lohse. Was fehlt noch? Bevor wir Aufmerksamkeit erregen müssen, uns mehr Menschen unterstützen. Alles klar. Was ist eigentlich jetzt? Wir sind ein Draufgänger. Ich würde mal sagen, wir machen mal den anderen Weg. Wir müssen rasch handeln. Keine Ahnung. Jetzt oder nie. Drei Leute gegen einen ganzen Staatsapparat. Das ist Wahnsinn. Wir brauchen erst ein Netzwerk. Unsere Aktionen werden uns bekannt machen. Was bedeutet das nun für uns? Was ist momentan am wichtigsten? Ich würde sagen, das Regime zu bekämpfen. Das ist sozusagen unser Weg. Dieses Regime und seine Ideologie sind unmenschlich. Die Nazis müssen gestoppt werden. Kostet es, was es wolle. Ende der Szene. Und da sind wir. Ach, das ist eine dunkelhäutige. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Mein Bild verdeckt den Text. Okay, das ist doof. Das ist doof. Das Thema hatten wir schon mal. Vielleicht muss ich nachher nach links oben gehen. Ich baue mal hier ein bisschen um. Dann gucke ich wieder aus dem Bildschirm raus. Aber ich glaube, hier ist es besser positioniert. Damit wir sehen, wie viele Unterstützer wir haben. Okay, alles klar. Gut. Ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hatte, wenn man sagen kann, es muss sofort losgehen. Aber der Anfang sieht jetzt erstmal, ehrlich gesagt, normal aus. Also, wir gucken mal. Wir sind arbeitsloser Anarchist. Was ist unsere Stärke? Geheimhaltung ist gut. Und Allgemeinwissen ist ganz gut. Luise Lohse ist gewaltbereite Sozialdemokratin. Sehr gut. Passt absolut perfekt in unser Konzept. Ne, Chat baue ich jetzt nicht um. Achso, aber den Chat kann ich groß machen. Den Chat kann ich dann groß machen. Guter Hinweis. So, Luise Lohse, gewaltbereite Sozialdemokratin. Ihre Stärke ist Stärke. Ha. Und auch Geheimhaltung. Und Lotte Gore, unemotionale Sozialdemokratin und Ingenieurin. Und jemand sagte dunkelhäutig. Das ist ganz interessant, ob das so ist. Oder ob das nicht nur ein gewisser Tang ist. Ist, finde ich, nicht ganz so deutlich zu erkennen, oder? Die ist nur schmuddelig. Das kann sein. Also auf jeden Fall irgendwie eine dufte Truppe. Wie immer beginne ich damit, dass wir unbedingt jemanden mehr haben. Die Frage ist, ob wir mal... Also das Problem ist natürlich rein spielmechanisch ist man, glaube ich, mit einer diversen Gruppe sehr viel besser aufgestellt. Weil die für unterschiedliche Zwecke herhalten kann. Aber es wäre vielleicht mal cool, so rollenspielerisch wirklich so eine Hardcore-Gewalt-Truppe zusammen zu trommeln. Ja, Alexander... Okay. Sagen wir mal so. Jetzt... Es gibt immer, wenn irgendwie Anarchismus... Wenn irgendwie Anarchismus in Spielen vorkommt, dann kenne ich das schon. Gibt es große Diskussionen, was die richtige Anarchismus-Definition ist. Ich will mich darauf jetzt gar nicht einlassen. Ich weiß, da gibt es sehr unterschiedliche... Wie soll ich sagen? Sehr unterschiedliche Ideen, die dahinter stehen. Wir interpretieren ihn jetzt als jemand, der sozusagen jetzt gegen diesen Staat ist und quasi auch nicht vor Gewalt zurücksteckt. Ich denke mal... Zurücksteckt. Ich denke mal, das ist jetzt für diesen Fall jetzt erstmal okay. Gut, also wir wollen ein neues Mitglied rekrutieren. Auf jeden Fall. Hier ist Geheimhaltung und Empathie gefragt. Anführer und inspirierend haben wir nicht. Die sind alle... Ne, oh, Julius ist richtig gut dafür geeignet. Der wird das dann schon mal machen. Weiß ich nicht, ob wir ihm das Fahrrad geben. Die anderen werden versuchen, Spenden zu sammeln und mit Arbeitern zu sprechen. Ich glaube, das ist ein sicherer Staat. Also hier ist zum Beispiel auch Anarchist, Kommunist, Sozialdemokrat. Alles gut möglich. Passt perfekt. Und hier wird Arbeitern sprechen. Das macht Lotte. Hm, okay. Sie ist eine Akademikerin. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Kann sie dann vielleicht besser Spenden sammeln? Ja, dann machen wir es lieber so. Und Luise macht das. Ist auch nicht so unglaublich gut, aber immerhin ist es hilfreich, dass sie Arbeiterin ist. So, wer hat das höchste Risiko? Ich glaube, sie. Kriegt sie nochmal das Fahrrad. Ja. So, das wäre sozusagen der Start. Da gibt es, glaube ich, nicht groß was zu überlegen. Der Julius sieht schon jüdisch aus. Ganz interessant. Kann ja noch passieren. Sowas kann ja dann noch irgendwie eine Rolle spielen. Ab der Unterstützerzahl gibt es neue Optionen. Ach so, das habe ich noch nicht gecheckt. Ab 20, dann gibt es sozusagen neue Einsatzziele. Ich dachte immer, das hängt teilweise mit den Quests zusammen. Vermutlich sind die Fragezeichen... Ah, hier sehen wir das. 30, 30. Ah, alles klar. Seht ihr? Das habe ich noch nicht kapiert. Gut, prima. Dann beenden wir jetzt die Planung und machen weiter. Also. Fünf Unterstützer haben wir. Die spenden 2 Mark und es geht los. So, ich hoffe mal, das geht erstmal friedlich los, ohne dass wir gesehen werden. Drei bekommt sie. Das Fahrrad kommt sicher nach Hause. Geld wird gesammelt. 19. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung für den Anfang. Und jetzt wird es interessant. Das ist jetzt womit die wichtigste Entscheidung. Wer jetzt hier mit dazu kommt. Okay. Na, das passt doch. Einen anarchistischen Beamten. Wilhelm Irre. Leute, da gibt es gar keine Diskussion. Wilhelm Irre. Er wird natürlich genommen. Mit diesem Namen, mit diesem Background ist er unser Mann. Da gucken wir gar nicht auf die Statistiken. Da frage ich gar nicht den Chat. Okay, die erste Sequenz. Wir sind am Alexanderplatz und vergraben das Gesicht in den Schal. Wir sehen drei Männer mit Hakenkreuzen, die ihr jetzt nicht seht, die einen alten Mann ärgern. Jetzt werden wir mal ein bisschen aggressiver vorangehen, als ich das bisher gemacht habe. Wir werden mal auf die Gruppe zueilen. Der alte Mann findet seinen Hut. Richtig, Rudolf zeigt es ihm. Wir mischen uns ein. Wir mischen uns ein, Leute. Hey, schreie ich. Was ist hier los? Lass ihn in Ruhe. Die Gruppe lässt von ihrem Opfer ab und kommt auf mich zu. Was willst du? Fragt Rudolf. Kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Verpiss dich. Ähm. Ich sag mal, wir bedrohen sie mal. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Wir haben, glaube ich, keine echte Stärke, oder? Wir sind so ein bisschen Hänfling, ne? Direkt angreifen drei Leute ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber. Okay. Der Chat ist für angreifen. Na gut, okay. Er ist einfach, er ist übermütig. Wir greifen an. Lass den Mann in Ruhe oder ihr werdet es bereuen, sage ich und balle meine Fäuste. Die Männer umzingeln mich und prügeln auf mich ein. Ich versuche mich zu schützen, habe die Schläge gekommen von allen Seiten und mir wird schwarz vor Augen. Irgendwann komme ich wieder zu mir und fasse an meine Stirn. Es tut wahnsinnig weh und ich fühle getrocknetes Blut. Die Schläger sind weg und der alte Mann auch. Auf dem Boden neben mir liegt eine Visitenkarte, die wahrscheinlich dem alten Mann aus der Jackentasche gefallen ist. Ich hebe sie auf und lese Dr. Jakob Rosenberg, Internist. An sowas werden wir uns nie gewöhnen. So. Okay. Wir können jetzt bei ihm Medikamente kaufen. Wow. Übrigens, ihr könnt gerne off-topic im Chat reden. Ich gehe nur nicht darauf ein. Also niemand wird hier kritisiert, wenn er das tut. So. Wir haben drei Unterstützer gewonnen. Ein Moralverlust. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an, was wir da für eine Visitenkarte gekriegt haben. Reichstag aufgelöst. Notstandsgesetze angekündigt. Hitler spricht mit den Generälen. Oha. Ja, es geht ja schon gut los. Sehr schön. Lotte Gore wendet sich an die Gruppe. Leute, alle mal zuhören. Es soll bald eine große Demonstration gegen die Nazis geben. Ja, das ist unsere Chance. Wir würden dort Leute treffen, die wie wir gegen das Regime sind. Menschen, die sich auf so eine Demonstration wagen, können wir bei uns gut gebrauchen. Auf jeden Fall sollten wir dorthin gehen. Ich glaube, der Abend wird nicht lang. Ich habe das Gefühl. So. Alles klar. An einer Demonstration teilnehmen. Das ist sozusagen eine mittelgroße Aktion, die wir planen können. Wilhelm Irre. Das ist so gut. Und wir sind verletzt. Was bedeutet das? Das Mittel ist verletzt. Das ist das. Das bringt ihn zu einem Arzt oder verwende Medikamente. Und was hat das für Konsequenzen? Ach, seine Stats sind, glaube ich, schlechter. Okay. So, das heißt, wir gucken uns mal an. Medizin von Dr. Rosenberg kaufen. Das ist der Mann, dem wir geholfen haben. Ein jüdischer Internist, dem wir einmal geholfen haben. Innere Krankheiten. Okay. Wie teuer ist denn das? Oder können wir gleich mit ihm zum Arzt gehen? Ach, das kostet noch nicht mal was. Das kriegen wir umsonst? Oder kriegen wir es vielleicht nur beim ersten Mal umsonst? Ist ja spitzenmäßig. Die Frage ist, ja, wahrscheinlich ist das bei ihm am besten aufgehoben. Weil er sonst eher schlecht ist in allem, was er jetzt macht. Hm. Okay, gut. Was ist noch neu? Die Demonstration. Drei Wochen haben wir dafür Zeit, daran teilzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Propaganda und Empathie ist nötig. Und alle drei müssen mit dabei sein. Aber das zögern wir wieder ein bisschen raus. Mir fällt auf, übrigens, Empathie ist eine Kompetenz, die bei uns nicht so toll vertreten ist. Das könnte noch zum Problem werden. Und Propaganda ist auch nicht so dolle. Beides ist nicht so gut. Oh. Ei, ei, ei. Auf jeden Fall muss Julius erst mal gesund sein, bevor wir da teilnehmen. Das ist klar. Wir gucken uns das nur an. So, hier Papier kaufen. Das ist auch eine wichtige Sache. Alles klar. Und hier, das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Ein weiteres Mitglied rekrutieren. Definitiv. So. Das konnte Julius immer sehr gut. Dann muss das jetzt Luise machen, würde ich sagen. Wie sieht es denn aus mit Wilhelm Irre? Der ist kribbelig. Kribbelig ist eine komische Eigenschaft. Hat auch eine gute Stärke. Ansonsten eher so Durchschnitt. Bild. Stimmt. Ein strammen Kommunisten. Der kann sich ja Propaganda. Das wäre es jetzt wirklich jetzt. Was? Das stimmt. Okay. Ich würde sagen, also wer rekrutiert. Ich denke, das ist eigentlich egal. Alle sind gleich schlecht darin. Wir gucken erst mal die anderen Sachen, die wir machen wollen. Ich denke, absolut wichtig ist Geld. Das muss wieder passieren. Das lief. Äh. Eigentlich wäre das das Beste. Wir hatten aber, glaube ich, das letzte Mal Lotte losgeschickt. Weil Luise irgendwas anderes machen sollte. Ich gucke mal. Ich weise das erst mal zu. Weil. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon Papier kaufen. Wir brauchen mit Sicherheit Papier. Ne. Aber wir wissen doch nicht. Stimmt. Wir gehen ja nicht diesen Papierweg, sage ich jetzt mal. Wobei ein bisschen Flugblätter verteilen wird vielleicht auch nötig sein. Hm. Aber ich denke mal, Vorrang hat jetzt erst mal mit Arbeit entsprechen. Und das war. Das war Luise, glaube ich. Als Beamter könnte er das auch machen. 2-2. Ja, ich glaube, das ist sogar noch besser. Oh, nee. Warum ist er da so schlecht? Was ist denn da los? Der hat doch 2-2. Ach so. Aber er hat keinen Vorteil wie die anderen. Ich verstehe. Gut. Und Wilhelm. Ach. Das verstehe ich gar nicht. Warum ist der so schlecht da drin? Kann das auch scheitern? Ein Mitglied rekrutieren. Das habe ich noch nie erlebt. Ähm. Hm. Vielleicht hilft ihm das Fahrrad? Ne. Das reduziert nur das Risiko. Bei manchen Sachen hilft sogar das Fahrrad. Tja, Leute. Wilhelm. Anarchist, Beamter. Der könnte auch was anderes machen. Der könnte auch... Vielleicht ist das doch doof. Komm. Wir wechseln das nochmal. Äh. Das heißt, du gehst mal raus. Du gehst rein. Das ist genauso gut. Und jetzt gucken wir mal, ob du das besser machst. Auch nicht besser. Ja, dann ist es so. Muss so sein. Lassen wir das so. Wer faselt hier was für ein Greenscreen? Bei mir. Ich versaue mir doch hier nicht meine Wohnung mit einem Greenscreen. Geld haben wir. Ja. Anarchistische Beamte kann es möglicherweise geben. In diesen Zeiten vielleicht. Wir haben ja so eine spezielle Anarchismus-Definition jetzt gemacht. Ich würde mal sagen, wir starten das. Mal gucken, was passiert. Keine Ahnung, ob das mit dem Unterstützer-Suchen auch schief gehen kann. Werden wir jetzt gleich mal sehen. Trotz Rot. Lotte Gore. Ja. War doch kein Problem. Glück gehabt. So. Was haben wir denn? Jetzt haben wir einen Kommunisten. Eine Kindergärtnerin und Kommunistin. Die hat tatsächlich ein bisschen besser... Oh. Und die hat auch Empathie. Ja. Ist doch wunderbar. Also. Dann haben wir unsere Truppe zusammen. Eva Klein. 19 Jahre alt. Ich würde sagen, auch das ist eine Sache, über die wir gar nicht diskutieren brauchen. Also wir sind jetzt sozusagen eine sehr spezielle Vereinigung. Wilhelm Irre ist bei den Arbeitern, sammelt Geld. 13. Da hatte seine Vorgängerin mehr gesammelt. Aber okay. Luise Lohse. Sucht-Unterstützer. Haben wir fünf bekommen. Sehr gut. Und jetzt die Medizin. Dr. Rosenberg. Er besucht den Arzt in seiner Praxis außerhalb der regulären Öffnungszeiten und erhält einige sehr nützliche Medikamente von ihm. Und damit haben wir einen Kontakt. Was diese Kontakte bedeuten, weiß ich auch noch nicht. Manche haben schon weit gespielt. Die werden das vielleicht wissen. So. Moral und Unterstützer plus fünf. Saubere Sache, würde ich sagen. Neues Recht des Bündnisses. Keul wird zurückgetreten. Hitler spricht im Sportpalast. Okay. Wir sind vollzählig erst mal. Wie kann man jetzt das Medikament jetzt anwenden? Zieht man das so rauf? Ja. Wow. Wie intuitiv, Leute. Gut. Wir sind bei 13 Unterstützern. Wir können nicht viel Neues machen. Diese Demo. Die Frage ist, gibt es noch irgendwas, was besser sein kann jetzt für uns? Nein. Wir können eigentlich diese Demo starten. Es gibt keinen Grund, das jetzt nicht zu machen. Es kann nur schlechter gehen. Deswegen. Gucken wir mal, wer die besten Werte hat. Auf jeden Fall Eva Klein. Die wird ganz vorne dabei sein. Oh, das sieht doch aus wie eine super sichere Sache. Julius ist auch mit dabei. Und dann. Na, den Rest müssen wir eigentlich abhängig machen von dem, was wir noch wollen. Ich schicke erst mal Luise noch mit. Und dann kommt das Fahrrad hier mit. Und dann wird das eine gute Sache werden, glaube ich. So. Geld brauchen wir definitiv. Wir müssen uns mal. Ich muss mal merken, wer immer das am besten gemacht hat. Ich glaube, das war nicht schlecht. Und wie viel Geld haben wir jetzt? 48. Ich bin am überlegen, ob wir schon mal ein bisschen Papier kaufen. Kannst du das? Ja, ist gar nicht so schlecht, ne? 2 bis 4. Wir kaufen schon mal Papier. Oder ist Papier eine Sache, die wir machen? Ja, Papier ist. Wir machen irgendwas mit Papier. Ich mache es mal schon mal profilaktisch. So. Alles klar. Habt ihr noch bessere Vorschläge? Ansonsten ziehen wir sozusagen das erste große Ding durch. Ne. Information war schon immer da. Man bekommt immer am Anfang eine Information. Luise kann Geld, sagt ihr. Ja. Aber die nehmen wir jetzt trotzdem damit, weil... Ich weiß nicht, warum. Ist egal. Luise muss dabei sein. Farbe können wir noch nicht. Das stimmt. Farbe ist tatsächlich eher eine anarchistische Aktion. Da habt ihr recht. Vielleicht ändere ich das nochmal mit dem Papier kaufen. Und wir konzentrieren uns auf so eine Farbaktion. Lesen ist was für Intellektuelle. Das ist ein Kampf, der verloren ist, Leute. Mit Schrift, mit Flugblättern kann man niemals... Kann man sozusagen das jetzt hier nicht mehr gewinnen. Ihr habt recht. Was machen wir stattdessen? Wir schicken sie mit auf Geldsammeltour. Hallo? Achso. Quatsch. Ich hab gar nicht... Leute, nochmal kurz hier. Abbrechen. Äh, was anderes gibt's nicht. Oder Unterstützer wäre natürlich... Unterstützer ist auch wichtig, ne? Das ist aber... Da ist sie wirklich schlecht drin. Da ist sie schlecht drin. Ne. Wir schicken zwei Leute auf Geldsammeltour. Ja. Da kommt ordentlich was bei rum, würde ich sagen. Machen wir das so. Geld für die Farbeimer. Flugblätter sind Bilder. Ne, ne. Wir machen das mit dem Parolenschmieren. Wir setzen nicht auf Flugblätter. Wir setzen auf Parolen. Kurz und eindringlich. Schlagwörter. Genau. Die Demonstration bringt uns Unterstützer. Das stimmt. So. Einen haben wir verloren. Vier Mark haben wir bekommen. Und es geht los. Die beiden sammeln Geld. Und ich hoffe jetzt so... Wow, 26. Gut. Sehr, sehr gut. Die Demo. Wir schließen uns 200.000 Demonstranten an, die sich im Berliner Lustgarten versammelt haben. Die Menschen halten transparente Rufe und rufen Parolen gegen Nazis. Und wir bekommen ordentlich Unterstützer. Elf. Wir werden immer noch nicht gesehen. Was mich ein bisschen wundert. Aber es, glaube ich, kommt erst so in Woche vier oder so, dass es gefährlich wird. Ja, perfekt. Zehn neue Unterstützer. Hitler trifft auf Wirtschaft. SA und SS. Jetzt Polizei. Oskar Maria Graf verlässt Deutschland. Was ist hier los? Eva Klein zieht mich nach dem Treffen und einer heftigen politischen Diskussion beiseite. Man merkt übrigens, dass jetzt die Events auch mit anderen Personen kommen. Das ist sehr, sehr gut. Wie lange wollen wir Wilhelm Irres unverschämt noch ertragen? Hä? Wilhelm Irres ist ein unverbesserlicher Anarchist. Ja, ich auch. Doch, mit wem redest du? Seine Ansichten schaden uns auf die Dauer. Ohne ihn wären wir besser dran. Auf keinen Fall. Eva, bleib. Beide sollen bleiben. Hör zu, Eva. Wir sind alle Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Meinungen, aber uns eint der Kampf gegen das Regime. Du musst diese Unterschiede aushalten. Ich glaube, du machst einen Fehler. Okay, Eva macht Stress. Das war die Kindergärtnerin. Das war die kommunistische Kindergärtnerin. Ja, für die ist natürlich ein Anarchist das schlimmste vorstellbare Unheil. Ich glaube nicht, dass Herr Irre ein Genosse ist. Da stoßen die Kommunisten der Anarchisten wieder den Dolch in den Rücken. Die Charaktere kann ich hier nicht anklicken. Das kann ich nur unten machen. So. Okay, hey. Wir haben Farbeimer kaufen und wir können uns jetzt verbergen. Wir gucken aber erstmal die neuen Geschichten an. Hier können wir ein Gewerkschafter treffen. Und das bringt uns nochmal neu mit Arbeit entsprechen. Hier ist eine Option. 76 Mark haben wir übrigens. Farbe kaufen. Ganz wichtig. Das sollten wir machen. Kostet 20. Empathie und Allgemeinwissen ist gefragt. Und der Händler haben wir leider nicht. Dann haben wir unten einen Pastor treffen. Oha. Ja. Alles klar. Ich weiß nicht so richtig. Gut. Ermöglicht uns mit Christen zu sprechen. Das ist glaube ich nicht so unsere Zielgruppe. Und für eine Weile untertauchen. Und das soll jetzt teurer geworden sein. Oh ja, das kostet 30. Das ist ja der Hammer. Das ist ja deutlich schwerer als in der Version, die ich da noch gespielt habe. Oha. Das muss ja dann richtig gut überlegt sein, habe ich das Gefühl. Wer Anarchie hasst, kann doch kaum Kinder mögen. Nee, bei Eva im Kindergarten geht das anders. Da ist morgens um sieben Fahnappell. Dann gehen alle aufs Töpfchen. Und dann Mittagsschlaf und so später. Was sollen wir mit einem Pfaffen? So ist es. Okay. Gut. Also. Wir brauchen. Wir müssen. Wir können. Wir werden Farbe kaufen. Das ist jetzt wichtig. Allgemeinwissen und Empathie ist gefragt. Tja. Das ist für Lotte Gore eine perfekte Aufgabe. Vielleicht schicken wir noch zwei hin. Müssen wir gucken. Aber das macht Lotte. So. Dann muss wieder Geld gesammelt werden. Halt! Wir gucken uns erstmal Eva genauer an. Wir sehen, Eva ist Spielerin. Okay. Kommunistische Spielerin. Das ist auch eine sehr ulkige Kombination. Und wenn die Kinder einen braunen Haufen machen, gibt's Mecker. Ah. Geil. Sehr schön. Ja, natürlich. Leute. Der Film-Nerd. Also. Wenn jetzt solche Gags gerissen werden. Wie. Fahrer sind nicht unsere Zielgruppe. Dann ist das doch klar, dass ich hier nicht solche Leute wie Bonhoeffer oder sowas. Irgendwie diskreditieren möchte. Also. Bitte. Bei aller Ernsthaftigkeit dieses Spiels. Lass uns auch noch hier ein bisschen Rollenspiel machen. Ein bisschen Spiel machen. So. Ein roter Haufen ist auch nicht gut. Okay. Wir müssen auf jeden Fall wieder Spenden sammeln. Wir müssen uns mal merken, wer das gut macht. Ihr sagt Luise Lohse. Ja. Stimmt. Also merke ich mir jetzt mal. Luise Lohse ist richtig gut im Spenden sammeln. Okay. Die braucht auch keine Ergänzung. So. Papier wollen wir nicht kaufen. Dann würde ich sagen. Eva spricht mit dem Genossen hier. Mit dem Gewerkschafter. Perfekt würde ich sagen. Ja, wunderbar. Alles klar. So. Dann haben wir noch mit Arbeitern sprechen. Wir sind Akademiker. Ach so. Die Brille. Na. Vielleicht. Vielleicht die beiden zusammen. Ja. Ja. Das Problem ist, dass wir nichts anderes groß mehr haben. Außer wir treffen doch den Pastor. Naja. Das passt einfach nicht. Und Papier wollen wir nicht kaufen. Das einzige, was wir machen könnten. Wir können versuchen, das hier noch zu steigern mit der Farbe. Zwei bis vier. Ja. Machen wir das mal. Er geht da mit. Und Wilhelm Irre. Kommt. Der versucht es allein mit den Arbeitern. Lassen wir den Irren los auf die Arbeiter. Bisschen Risiko. Ich soll Julius Geld sammeln und Eva zu den Arbeitern. Warte mal. Julius Geld sammeln. Eva zu den Arbeitern. Eva ist jetzt hier. Jetzt wird es verwirrend, Leute. Ach so. Und dann, ähm, dann Lotte nicht, Wilhelm nicht mit den Arbeitern. Okay. Uh. Okay. Dann tauschen wir es mal aus. Gucken wir mal, ob das geht. Eva brechen wir ab. Dann. Ja. Das kriegt er auch hin. Das stimmt. Eva spricht mit den Arbeitern. Ja. Ist tatsächlich besser. Und Julius kann das mit der Farbe machen. Ja. Tatsächlich. Die Kombination ist besser. Die Kombination ist besser. Machen wir das so. Alles klar. Los geht's. Ein Unterstützer verloren. Sieben Mark gespendet bekommen. Und Eva spricht mit den Arbeitern. Jo. Fünf. Sehr gut. Fünf Unterstützer ist wirklich eine Hausnummer. Luise sammelt wieder Geld. Wir wurden immer noch nicht gesehen. Siebzehn Mark. Das war schon mal besser. Jetzt aber. Farbe. Zwei Leute. Nur zwei. Zwei bis vier war die Chance. Und Julius wurde gesehen. Schlecht. Gut. Wilhelm Irre trifft sich mit dem Gewerkschafter. Wilhelm wurde gesehen. Ein Unterstützer und neue Option. Okay. Jetzt kommt der Reichstagsbrand. Reichstagsbrand. Wir trinken erst aus. Gut. Also für alle, die es noch nicht kennen. Wir laufen raus aus der Bar. Sehen wie der Reichstag brennt. Und treffen eine Frauenpelzmantel. Weil wir Anarchist sind. Lauf alleine. Nee, komm. Wir schließen uns der Gruppe an. Halten die Luft an. Oh. Was ist das? Straßensperrung. Polizeipatrouille. Ach so. Weil wir nicht gleich mitgelaufen sind. Wir schauen trotzdem mal die Menge an. Wir wenden uns an die Frau mit Pelzmantel. Klar. Das ist die Frau in der Bar. Wer ist verantwortlich? Das wollten wir sie fragen. Wie ist so ein Teufel soll ich das wissen? Sehr unangenehm. Kleine, aggressive Witzfigur an die Macht gekommen. Okay. Sie sind in Ordnung. Wenn Sie mal Lust haben, zu guter Musik zu tanzen. Genau, das war der Tanzkontakt. Die raffe Tanzbar. Kabarett. Können wir jetzt machen. Wir sprechen mal mit dem muskulösen Mann. Preisboxer. Er war es nicht. Die Nazis waren es klare Sache. Sie wollen das anderen in die Schuhe schieben. Die Polizei wird aggressiver. Egal. Wir sind völlig schmerzbefreit in dieser Hinsicht. Wir sprechen noch mit dem im Kriegsuriform. Er dreht sich um. Was willst du? Wer hat dir Brand gelegt? Die Kommunisten natürlich. Und die Juden. Erhebt seine Stimme. Aber das wird ihr Todesurteil sein. Die werden das deutsche Volk nie wieder angreifen. Die Polizei wird aggressiver und drängt die Menge mit Gewalt zurück. Gut. Wir gehen nach Hause. Es ist spät. Wir schlafen. Klar. Wir schlafen etwas länger. Ein dumpfes Geräusch reißt mich aus meinen Träumen. Aufmachen. Aufmachen. Oder wir treten die Tür ein. Jemand schlägt mir den Fäusten gegen die Wohnungstür. Ach du Scheiße. Was sollen wir machen, Leute? Das kenne ich noch nicht. Wollen wir also Tür öffnen? Weiß ich nicht. Der Chat ist tatsächlich für Öffnen. Aufmachen gleich aufs Maul. Keine Angst zeigen. Akira-Sack verstecken. Ah. Ah. Till kennt einen guten Arzt. Okay. Wir öffnen die Tür. Oha. Immer noch schlaftrunken öffne ich die Tür. Zwei Polizisten und ein Mann im braunen Hemd. Der SA steht vor mir im Flur. Sind sie Julius Scheuermann? Fragt einer der Polizisten. Das muss ein Irrtum sein. Ich kenne niemanden, der so heißt. Rede kein Scheiß, ruft der SA-Mann. Das rote Schwein lügt. Lasst euch nicht täuschen. Das ist Scheuermann. Ich erkenne ihn. Was wollen sie von mir? Das wirst du früh genug erfahren, du Kommunistenschwein. Ich bin kein Kommunist. Zischte der SA-Mann. Ich nehme sie jetzt fest, sagt der Polizist. Wenn sie unschuldig sind, haben sie nichts zu befürchten. Er wirft dem SA-Mann einen Blick zu. Denn so funktioniert es immer noch. Ich habe nichts getan. Der SA-Mann schlägt mir ins Gesicht. Unschuldig, schreit er. Von wegen unschuldig. Sie sind ein Kommunist, ein Schmarotzer, ein Verräter des deutschen Volkes. Und heute wird abgerechnet. Ist jetzt der Stream zu Ende? Ja, alles klar. Keine Gewalt bei Festnahmen, schnauzt der Polizist seinen Braunhemd-Helfer an. Warte im Auto. Verstanden? Dann schaut er mich an und sagt, Herr Scheuermann, bitte kommen Sie mit. Auf der Polizeistation wird alles geklärt. Okay, ich folge den Polizeibeamten ins Treppenhaus, wo das Braunhemd auf uns wartet und mich hasserfüllt. Und anstarrt. Oha. Scheiße. Die Moral der Gruppe sinkt auf 70 und wir wurden verhaftet. Sie kommen mitten in der Nacht und werfen mich mit anderen Gefangenen auf die Ladefläche eines Lastwagens. Man fährt uns durch die Stadt. Wir erreichen ein Gebäude, das von Männern in der schwarzen Uniform der SS bewacht wird. Runter hier, schnauzt uns einer der SS-Männer an. Er hält ein Gewehr in der Hand und fordert uns auf, uns Richtung Gebäude zu bewegen. Noch sind wir nicht gebrochen. Wir stellen Fragen. Wohin bringen sie uns, versuche ich zu fragen, aber er schlägt mir mit dem Kolben seiner Waffe in den Bauch. Halt die Klappe, du Schwein, zischt er. Der Nächste, der unaufgefordert spricht, wird erschossen. Ich folge seinen Befehlen und sie bringen mich in einen dunklen Raum ohne Fenster. Die Männer fesseln mich an einen Stuhl. Das Einzige, was ich sehen kann, ist eine Glühbirne, die in mein Gesicht scheint. Das Licht ist so grell, dass meine Augen tränen. Die Fesseln schneiden in mein Handgelenk. Wir schweigen. Ich sitze da und warte. Nach einer Ewigkeit betritt jemand den Raum und setzt sich auf einen Stuhl hinter dem Tisch. Wir begrüßen ihn. Guten Tag, sage ich. Eine männliche Stimme antwortet. Also, Herr Scheuermann, werden Sie freiwillig mit uns sprechen oder muss ich Sie dazu zwingen? Was denn? Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen, sage ich. Ich verstehe. Das ist nicht schlimm. Gewalt ist mir lieber, aber es ist Ihre Entscheidung. Wir tun weiter ahnungslos. Es tut mir leid, sage ich, und versuche zu lächeln, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Wie Sie wollen. Der Mann erhebt sich und kommt näher. Ich kann sein Gesicht im grellen Licht nicht sehen, aber ich kann erkennen, wie er seine Faust hebt. Wir weichen aus. Wir wollen uns jetzt hier auch nicht abschlachten lassen. Oh Mann. Ich versuche auszuweichen, aber erfolglos. Er trifft mich knapp über dem Auge, der Schmerz macht mich schwindelig und ich fühle, wie Blut über mein Gesicht fließt. Ich habe das Gefühl, er schlägt stundenlang auf mich ein und hört auch nicht auf, weil es mir schon schwarz vor Augen ist. Schließlich bringen sie mich in eine Zelle. Die Zelle ist winzig und kalt und stinkt nach Kot. Es gibt weder Matratze noch Pritsche, deshalb lege ich mich auf den Boden. Zumindest schreit mich hier keiner an oder schlägt auf mich ein. Wir ruhen uns aus. Nach einer Woche voller Verhören und Misshandlungen lassen sie mich ohne weitere Erklärung gehen. Ich kann mein Glück kaum fassen und denke, mehr denn je. Jetzt erst recht. Diese Schweine! NSDAP gewinnt. Ratzien bei Kommunisten. Ah, das ist interessant. Das passt jetzt zu dem, was hier passiert ist. Mittwoch, keine Schule. Okay, Luise Lohse hat ihre Stelle verloren. Was war sie nochmal vom Beruf? Habe ich schon wieder vergessen. Warum? Jemand muss meinen Chef verraten haben, dass ich für die Kommunisten gestimmt habe. Sagt Luise, verdammt, ich weiß nicht, wie ich die nächste Miete oder mein Abendessen bezahlen soll. Ja, komm, wir geben ihr Geld. Wir helfen ihr mit etwas Geld, bis du was Neues findest. Zehn! Komm, wir geben ihr zehn. Ah, 15 ist zu fett. Zehn. Ich fürchte, es ist alles, was wir momentan entbehren können. Ich gebe ihr zehn Mark. Minus fünf. Luise Lohse minus fünf. Okay, alles klar. Puh, das war ja krass. Das war absolut neu. Für mich zumindest. Mann, 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 Mann. Da sind wir ja irgendwie nochmal mit dem blauen Auge. Naja, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, davon gekommen. Oh, schaut mal. Hm, das ist natürlich jetzt ein Problem. Aber immerhin nicht verletzt. Okay, jetzt ist wichtig. Jetzt gucken wir nämlich mal an, was wir benötigen, wo es weh tut. Das wollen wir nämlich erreichen. Gelingt es uns, diese NS-Propaganda-Ausstellung zu sabotieren, wird die Welt erkennen, wie ernst wir es meinen, und dass es immer noch Menschen gibt, die bereit sind, dieses Regime zu bekämpfen, egal was es kostet. Ja. Also, wir benötigen einen Brandsatz. Und zwar drei Brandsätze. Und für Brandsätze brauchen wir, glaube ich, eine Werkstatt. Und wir müssen uns Zugang zu einem SA, oder nee, zu so einer LKW-Parkplatz oder sowas verschaffen und da irgendwie klauen. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Mhm, alles klar. Gut. Dann müssen wir uns auf diesen Weg begeben. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit Julius, ne? Das ist natürlich ein Problem. Wie ist das mit diesen roten Bereichen? Das sind, die sind jetzt gefährliche Bereiche, aber Julius ist trotzdem auch woanders, glaube ich, irgendwie in Gefahr. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 80. Wir haben immer noch 80. Haben wir nicht 10 abgegeben? Wir haben zwei Farbeimer. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Uniform, die SA-Uniform, die braucht man, glaube ich, für den Ausbruch. Ja, das ist dann nochmal eine andere Kiste. Hier können wir Gelder von der SA stehlen, wenn wir mit den Arbeitern sprechen. Ach nee, das ermöglicht. Ah, jetzt sieht man hier, wo das hinführt. Ah, das ist cool. Das ist auch neu. Man sieht sozusagen schon an der Karte, welche Optionen da später kommen werden. Also theoretisch ist das natürlich eine interessante Sache hier. Gelder von der SA stehlen für unsere Aktion. Stärke und Geheimhaltung, das wäre vielleicht was für uns. Insofern sollten wir dieses Gespräch führen. Und wir sollten auch weiter Farbe kaufen. Was wir mit Julius machen, weiß ich nicht. Tanzen? Nee, wir kriegen die Moral auch so hoch. Tanzen brauchen wir nicht. Julius? Ja, das ist jetzt die Frage. Wir können natürlich warten, dann gehen die Punkte weg. Dann können wir halt Julius nicht einsetzen. Aber es ist vielleicht auch im Moment noch nicht so dringend. Also, wir schicken Luise erstmal Geld holen. So, Geld sammeln. Dann, irgendjemand muss mit den Arbeitern hier sprechen. Das scheint mir wichtig zu sein. Eva, als Kommunistin. Macht das super. Das sollten wir machen. Sie kann möglicherweise das Fahrrad haben. Okay, Wilhelm, können wir auch überlegen, ob wir ihn diesmal nicht einsetzen. Ich tendiere dazu nochmal gucken, Farbe zu kaufen. Ja, zwei bis drei, das ist gut. Wir kaufen nochmal Farbe. Und Wilhelm und Julius, die lassen wir diesmal mal außen vor. Wir haben auch nichts großartig anderes. Wir gucken uns kurz das nochmal an, damit das Ausrufezeichen weggeht. Tanzen in die Giraffe. Das kennen wir. Gibt 50 Moral, kostet 10 Mark. Aber das mit der Moral, das kriegen wir anders hin. Wir werden erfolgreiche Aktionen machen, da kriegen wir auch Moral. Ja, mit dem Versteck. Wilhelm, ja, das Problem ist, wenn ich die Leute nicht losschicke, dann verlieren die einen Punkt. Natürlich können wir auch das Versteck machen, kostet aber 30 Mark. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Das spart uns zwei Runden mit Julius. Ich bin mir nicht sicher, ob es das wert ist. Ansonsten müssten wir halt mit ihm warten. Schwierige Entscheidung. 30 Mark ist viel. Also bei den 10 Mark, da habe ich immer locker gesagt, kann ins Versteck. Aber bei 30 Mark überlegt man schon dreimal. Wenn nicht sogar 30 Mal. Ja, die Punkte, nee, ich glaube, es gehen, es gehen zwei Punkte weg. Also damals war es noch so, dass zwei Punkte weggehen. Nee, wir machen es nicht. Also das zwei Punkte heißt, er hat immer noch einen Punkt. Das sind also nur, nee, das lohnt sich nicht. Wir lassen die außen vor. Wir haben jetzt auch keine so dringenden Sachen. Wir machen das so. Wir machen das so, Leute. Geht weiter. Okay, ein Unterstützer verloren. 8 Mark wurde gespendet. Lotte Gore kauft Farbe. Ja, drei. Gut. Aber sie wurde gesehen. Aber drei ist gut. So, bitte. Aha, 16 ist nicht so gut. Eva Klein trifft sich mit Unterstützern. Wurde auch nicht gesehen. Sehr gut. Fünf neue Unterstützer. Minus neun Moral. Langsam müssen wir vielleicht doch mal tanzen gehen. Nee, das kriegen wir noch hin. So, vor dem Treffen wirkt Eva Klein abgelenkt. Ist still. Was ist los, Eva? Es geht um meinen Mann. Er ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Was, wenn die SA im Spiel ist? Was, wenn er gefangen ist? Natürlich helfen wir. Wir werden ihn suchen und finden. Okay. Wir müssen Evas Mann suchen. Das hat natürlich jetzt auch Priorität, Leute. So. Wilhelm ist sein Punkt losgewonnen. Julius hat nur noch zwei Punkte. Jetzt ist natürlich die Frage mit Evas Mann. Wartet mal. Also hier ist was neu. Ein Freund treffen. Da können wir Parolen aufmauern. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das müssen wir unbedingt machen. Vielleicht Eva. Müssen wir mal gucken. Das ist gut. Hier oben eine Akademikerin treffen. Was kriegen wir davon? Bücher verbreiten. Na, das ist glaube ich nicht unser Weg. Aber hier. Die Suche nach dem Mann von Eva Klein. Was brauchen wir da? Hilfreich ist neugierig und national konservativ. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Anarchist, Kommunist und Sozialdemokrat. Das Problem ist, um den zu befreien, müssen wir glaube ich sowieso erstmal ein Versteck haben, glaube ich, oder? Ah, das ist immer noch Buggy. Wir können den glaube ich gar nicht befreien. Also, oder, das bringt nichts, wenn wir kein Versteck haben. Wenn ich mich recht entsinne. Ach ja. Tannin sagt, ist nicht nötig. Okay. Dann verlasse ich mich mal darauf. Gut, das bleibt auch nur noch zwei. Das ist ein bisschen doof, weil eigentlich ist Julius hier jetzt perfekt dafür geeignet, für diese Geschichte. Also, von seinen Werten zumindest. Die Gefahr ist natürlich ziemlich hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal eine Woche warten. Oder doch angesichts der Notsituation doch die 30 ausgeben, um unterzutauchen, um dann mit Julius volle Socke hier ranzugehen. Das wollten wir auch machen. Dafür brauchen wir allerdings auch 30. Die SA beobachten, das ist auch eine wichtige Kiste. Und auch hier, das ist halt das Problem an unserer Truppe. Das ist das Problem, dass wir hier mit den... Die sind völlig ungeeignet für diese Aktion, Leute. Gut, das ist im Prinzip dasselbe Ding wie hier oben. Das heißt, das werden wir jetzt nicht machen, sondern wir werden uns da oben drauf vorbereiten. Wir können Eva dafür auch nehmen, das stimmt. Das können wir auch machen. Oder wir warten noch eine Runde, machen das nächste Woche. Leute lassen wir außen vor. Luise sammelt wieder Geld. Und Wilhelm, was macht Wilhelm? Was macht Wilhelm? Der könnte sich mit Akademikern treffen. Das würde eigentlich zu ihm passen. Aber das hilft uns eigentlich nicht. Ein bisschen. Pastor. Das sind alles Arbeiter. Schwierig. Schwierig, schwierig. Lotte würde ich mal nicht einsetzen, dass sie den Punkt verliert. Noch mehr Farbe kaufen ist Unsinn. Ja, dann machen wir das. Soll Wilhelm... Ich meinte, wir kriegen da immerhin auch einen Unterstützer. Vielleicht Bücher verbreiten. Machen wir das vielleicht mal. Ja, das Parolenschmieren, das haben wir ja jetzt schon gestartet. Ich will halt nur irgendwas Sinnvolles mit Wilhelm machen. Ich meine, wir könnten ihn hier nochmal zum Geld sammeln mitbringen. Aber da sind wir schon fast beim Maximum. 18 bis 30 oder 13 bis 20. Oh, nö. Das könnte man schon noch machen. Ne, dann machen wir das so. Wir konzentrieren uns jetzt auf das. Die lassen wir außen vor. Und das nächste Mal gehen wir auf die Suche nach dem Mann von Eva Klein. Ich denke, das ist gut so. Starten wir das. So, 9 Mark gespendet, 2 Unterstützer verloren. Geld sammeln. Von den beiden. Ei! Wir verstecken uns. Okay, beruhigt sich wieder. Ah, beide wurden gesehen. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. So. Freund. Wurde auch gesehen. Will helfen. Unterstützer 0. Moral sinkt weiter. Tag von Potsdam. Handelskrieg mit der Tschechoslowakei. Arbeitslager öffnet. Luise Lohse erzählt mir, dass sie schwanger ist. Ich kann so nicht... Nein. 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 Naja. Naja. Stimmt. Fahrrad nicht vergessen. Das hätte ich noch machen können. Bleiben. Ich weiß nicht. Wir sind keine Weicheier. Wir sind keine Weicheier. Ja, aber sie will, sie will die Gruppe verlassen. Wir setzen auch Leute nicht auf diese Art und Weise unter Druck als Anarchisten. Äh, die passt eh nicht zu uns. Äh, Paolo... Ne, wir spielen hier so ein bisschen Roleplay. Wir wollen keine Nationalkonsertiven bei uns haben. Wir wollen es ein bisschen auf die harte Tour machen. Ähm, ne, ne. Wir gehen... Wir lassen sie gehen. Das ist selbstverständlich. So. Gut. Jetzt aber. Jetzt... Aha. Okay. Jetzt gibt es mehrere Sachen zu tun. Oh Gott, Wilhelm irre. Ei, 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 ei. Aber erstmal müssen wir uns hier um Eva Klein kümmern. Da muss Julius jetzt mit. Und Eva Klein selbst auch. Fahrrad schicken wir mit. Und das müssen die irgendwie hinkriegen. Es ist eine schwierige Aktion. Aber es muss passieren. Ähm, Lotte... Ja, wie sieht es jetzt hier aus? Das ist neu. Parolen auf Mauern malen. Das wollen wir unbedingt machen. Jetzt gucken wir mal kurz. Also. Dafür ist später perfekt geeignet. Warte mal. Fünf. Sechs. Wilhelm irre ist eigentlich der Mann, der dafür perfekt geeignet ist. Aber das geht natürlich nicht. Wobei so perfekt... Hm. Ja, der ist schon ganz gut. Das wird eine schwierige Aktion. Müssen ja eh zwei Leute ran. Ja. Hm. Lotte wird wieder Geld sammeln. Und Wilhelm ruht sich mal aus, oder? Wir brauchen Ersatz. Stimmt. Richtig. Das muss Wilhelm machen. Ah. Aber egal. Er muss ran. Das muss klappen. Das muss klappen. Jetzt müssen wir ein bisschen Risiko eingehen. Ausschau nach einem Liberalen halten. Ja, das schafft er. Wilhelm irre schafft alles. Wenn er nur will. So, Leute. Jetzt wird's spannend. Wichtig ist die Sache mit dem Mann. Und wichtig ist... Oh, was ist das denn? Vor meiner Wohnungstür treffe ich den Nachbarn von nebenan. Ach, Herr Scheuermann. Da bist du ja. Da bist du ja endlich. Das ist unser bester Kumpel. Ja, ihn grüßen. Guten Abend, Herr Schulz. Was gibt's? Willst du das echt wissen? Du hast keine Ahnung, wa? Er lacht und nimmt einen Schluck aus seiner Flasche. Dann wirft er sie mir vor die Füße, wo sie ein tausend Stücke zerbricht. Ihr wisst auch, in welchem Haus wir wohnen, ne? Sind's verrückt? Was ist los mit Ihnen? Legen Sie sich ins Betsy-Spinner oder ich rufe die Polizei. Du willst die Polizei anrufen? Du? Mach das mal ruhig. Dann kann ich der Polizei erzählen, dass du ein kommunistisches Schwein bist. Wieso denken die alle, ich bin ein kommunistisches Schwein? Ich bin ein Anarchist. Das heimlich unter uns anständigen Deutschen wohnt. Ich bin mir sicher, die werden wissen, was sie mit dir anfangen sollen. Er zieht seine Hand über die Kehle. Halten Sie die Schnauze! Halten Sie Ihren Mund, Sie Idiot, sage ich, während ich ihm zur Seite stoße, meine Wohnungstür aufschließe. Endlich, in meiner Wohnung, frage ich mich, wo er die Informationen herhaben könnte. Ich muss mich drum kümmern. Irgendwas muss ich unternehmen. Dieser Wahnsinnige bedeutet nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Gruppe eine Gefahr. Okay, aber ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Das verläuft völlig anders als die Durchläufe, die ich bisher hatte. Sehr cool. Mit dem Brief kann ich nichts machen. Welcher Brief? Ich weiß gar nicht, was für ein Brief. Ich gucke mir das nochmal an, ja. Beim nächsten Mal. Wilhelm Irre spricht mit Unterstützer. So, jetzt ist wichtig. Ja, wir wurden natürlich gesehen. Okay, jetzt kommt es drauf an. Okay. Jetzt. Ich meinte, gut so. Also vielleicht. Hm. Vielleicht der Schreiner. Der Schreiner ist auch ein Arbeiter. Immerhin. Ein Katholik. Die Witwe. Was ich erstaunlich finde, ist, die Witwe ist echt, die ist stark. Die ist so stark wie der Schreiner. Ja, der Schreiner ist aber von seinen Fähigkeiten deutlich besser, glaube ich. Na, obwohl. 3-2, da ist er schlecht. Ja, ein bisschen nicht deutlich. Er ist ein Tick besser. Keine Probleme mit den... Ja, komm. Wir nehmen Sauer. Der passt am besten in unsere Gruppe, glaube ich, irgendwie. Gudrun. Oh, das sind Gudrun und Christian Sauer. Die sind, glaube ich, verwandt, oder? Die Summe aller Fähigkeiten sind bei allen gleich. Nein. Doch, stimmt. Ihr habt recht. Okay, ist Quatsch, was ich gesagt habe. Ja, nee. Irgendwie, weiß ich nicht. Gudrun. Wir haben schon eine Sozialdemokratin, eine unemotionale Kommunist, zwei Anarchisten. Ach, kommt. Ich finde, warte mal, das Beamter, Kindergärtner, Ingenieur, Arbeitsloser. Ach, so ein Schreiner. Ich finde, der Schreiner passt besser. Wir nehmen den. So, Geld sammeln im gefährlichen Gebiet. Lotte. 16. Auch nicht so toll. Das war schon mal besser. Jetzt. Das ist wichtig, Leute. So, wir hören uns bei unseren Kontakten umbesuchen alle Kneipen, in denen sich Mitglieder anhängenden der SA treffen. Er erfährt, dass die SA jemanden gefasst hat, der der Beschreibung von Eva Kleinsmann entspricht. Sehr gut. Okay, das lief gut. Das lief gut. Ich heirate, verkündet Wilhelm Irre. Und ihr seid alle zur Hochzeit eingeladen. Es wird eine große Hochzeitsfeier geben, außerhalb der Stadt an einem See in Brandenburg. Komm, das ziehen wir durch. Vielen Dank. Eine Feier ist genau das, was wir brauchen. Ich bin dafür, dass wir an der Hochzeit teilnehmen. Zusammen mit den Freunden und Verwandten von Wilhelm Irre. Ich hoffe nur, dass keiner der Gäste erkennt, was uns verbindet, sagt Hannah nachdenklich. Ja, das Risiko gehen wir ein. Haben wir jetzt eine Aktion? Ne, weiß ich nicht. Das kommt vielleicht noch. Aber jetzt hier oben gibt es die Möglichkeit, den Mann von Eva Klein zu befreien. Benötigte Fähigkeit ist Geheimhaltung. Sportler ruhig, leichtfertig und gewaltbereit. Gewaltbereit. Wir hatten eine gewaltbereite Sozialdemokratin. Die haben wir leider verloren. Na, das ist schlecht. Oh, er ist Anführer. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich denke, wir sollten uns darauf wieder vorbereiten. Und ich fürchte, wir müssen Wilhelm Irre untertauchen lassen. Vielleicht hat sich das durch den Patch hier auch verändert. Ich finde, zwei Punkte für 30 Mark ist echt viel. Ja, wir schmieren Parolen. Wir müssen alles Mögliche machen, Leute. Nur die Ruhe. Wir brauchen hier auch die Werkstatt. Ach so, da sind Parolen. Ah ja, genau. Das ist der Weg zur Werkstatt. Aber wir müssen, glaube ich, Irre untertauchen lassen. Mal gucken. Wir weisen das mal zu. So. Parolen auf Mauern schmieren. Das ist dasselbe. Ruhig, leichtfertig. Aktivist. Ist keiner von uns. Gibt sehr viele Anhänger. Und vor allem Werkstatt einrichten. Das müssen wir jetzt durchziehen. So. Also Stärke. Das sind sechs. Das sind fünf. Wilhelm Irre ist nicht dabei. Da muss Eva noch mit. Das Risiko steigt. Fahrrad geben wir mit. Fahrrad ist sogar eine erfolgreiche Sache. Ich würde mal sagen, wir belassen es dabei. Lotte wird Geld sammeln wieder. Und Julius lassen wir entweder zu Hause oder... Was könnte er noch machen? Das Problem ist, es ist jetzt völlig Banane. Ob wir Eva Klein ins... Also ob wir Julius ins Versteck tun oder ob er nichts macht. Er verliert in jedem Fall die Punkte. Ist insofern total Banane. Genau. Eine Runde keine Aufgabe zuweisen. Reduziert kostenlos. Ein Punkt. Deswegen finde ich das mit 30 Mark für zwei Punkte ziemlich hart. Weil es ja gewissermaßen... Man gibt 30 Mark aus, um eine Runde zu gewinnen. Es ist schon ziemlich hart. Aber was soll man machen? So Leute, wir wenden jetzt Farbeimer an. Wir könnten natürlich noch wieder Farbeimer kaufen für die nächste Aktion. Was brauchen wir hierfür nochmal? Wir brauchen Benzin. Ja gut, das ist erst später. Das können wir jetzt nicht forcieren. Wir könnten mit den Arbeitern sprechen. Ja, nee, das ist nicht so gut. Und wir könnten nochmal Farbe kaufen. Das ist besser. Aber es ist nicht so effizient. Da geben wir unnötig Geld aus. Ich tendiere dazu, ihn einfach sitzen zu lassen. Ich glaube, wir machen das so. Okay, weiter geht's. 200 Schützer verloren, 9 Mark gespendet. So, jetzt diese Aktion, Leute. Jetzt wird es lustig. Nachts mal Christian Sauer, Parolen an den Mauern. Am nächsten Tag lesen viele Passanten das. Und wir kriegen zwölf Unterstützer. Yeah. Das ist eine super Aktion gewesen. Und sie wurden nicht gesehen. Ja, klar. 30 Mark lohnt sich, wenn man mehrere hat, ja. Das ist wohl wahr. Lotte sammelt wieder Geld. Wir ziehen es mal. Wir ziehen es mal durch. Ha. Ha. Leider wurde sie gesehen. Egal. 18 Mark. Und untertauchen. Mal gucken, ob es immer noch zwei Punkte sind. Okay. Das ist die Sache mit kauft nicht bei Juden. Wir gehen mal näher ran. Lesen, was auf den Schildern stehen. Deutsche wehrt euch. Nur die üblichen Nazi-Parolen. Wir sprechen mal einen Passanten an. Eine ältere Frau. Was ist hier los? Diese Juden kriegen jetzt, was sie verdient haben. Wir widersprechen. Nein, das haben sie nicht verdient. Wie können sie sowas sagen? Das sind unsere Feinde. Die Juden sind unser Unglück. Wer, glauben Sie, bekommt denn das Geld, das Deutschland als Kriegsschuld zahlen muss? Genau. Schnauze voll. Ähm. Ich spreche mal mit der Mutter. Mädchen an der Hand. Nein. Ich will es nicht wissen. Okay, wir schauen uns um. Wir gehen zum Laden, Leute. Die SA-Schläger fangen an zu grölen. Deutschland den Deutschen. Raus mit den Juden. Wir betreten mal den Laden. Ich will den Laden betreten, aber eines der Braunhemd versperrt mir den Weg. Wo wollen Sie denn hin? Ja. Wollen wir jetzt weiter diese Linie fahren? Wollen wir es echt auf die Spitze treiben? Wir gehen einfach einkaufen. Ich dachte, ich kaufe hier ein. Du hältst dich wohl für witzig, wie? Sagt das Braunhemd. Seine Kameraden nähern sich. Ignorieren und den Laden betreten. Die Augen stark gerade ausgerichtet, gehe ich an ihm vorbei und betrete das Geschäft. Niemand hält mich auf. Drinnen brauche ich einen Moment, um mich an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Jemand steht in der hintersten Ecke des Raums und beobachtet mich. Ist alles in Ordnung? Ich würde gerne einkaufen, wenn das möglich ist. Hallo, sagt eine weibliche Stimme. Sind Sie sicher? Ich glaube nicht, dass es den Männern draußen passen wird, wenn sie hier etwas kaufen. Mir egal, was denen passt. Ich brauche Lebensmittel und würde sie gerne hier kaufen, wenn sie es mir erlauben. Wie Sie möchten. Was hätten Sie denn gern? Gehen wir einen Einkaufszettel. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Diese Typen werden sie nicht lange halten, sage ich. Sie antwortet nicht. Ich verlasse den Laden mit meinen Einkäufen. Die braunen Händen sehen mich hasserfüllt an, aber niemand behelligt mich. Ich trage meine Lebensmittel nach Hause und denke dabei darüber nach, was ich gerade gesehen habe. Die Schilder, die braunen Händen, die Passanten. Wo soll das alles hinführen? Zu Hause angekommen bin ich immer noch zittrig vor Angst. Die Zustände in diesem Land werden immer bedrohlicher. Wir müssen handeln. Aha, wir können jetzt den Laden besuchen mit Rabatt. Okay, 10 Unterstützer, 17 Moral. Die Aktion hat richtig Moral gekostet. Äh, gebracht. Entschuldig. Himmler befördert, 10.000 Preußen verhaftet. Boykott der Geschäfte. Ich habe was zu berichten, sagt Wilhelm bei unserem Treffen. Aber ich bin nicht sicher, ob es gut oder schlechte Nachrichten sind. Wilhelm, ich habe eine neue Stelle. Ich soll im Haus eines Nazi-Offiziers arbeiten. Ja, komm. Erzähl weiter. Was wäre, wenn wir daraus einen Vorteil ziehen könnten? Ja, guter Gedanke, machen wir. Wir bespitzeln den. Sehr gut. Eigentlich brauchen wir keine Informationen, aber vielleicht können wir das auch für unseren Anschlag irgendwie benutzen. Okay, jetzt gibt es immer mehr Optionen. Jetzt müssen wir mal gut nachdenken. Und wir haben neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das ist super gut. Und Wilhelm Irre hat nur ein Stern. Was ist denn das? Wieso hat er nur einen Stern verloren, Leute? Ist das jetzt neu? Dann lohnt sich das ja wirklich nur, wenn mindestens drei Leute oder so irgendwie Punkt haben. Das ist ja eine Katastrophe. Ach so, der Brief bei der Zeitung. Oh, Leute. Ich weiß nicht, was ihr da für einen Brief seht. Ich habe darauf überhaupt nicht geachtet. Ich muss mal versuchen, daran zu denken. Ich glaube, das ist eine Aktion und die hat Erfolgschancen. Also bisher in meiner Version, der Preview-Version, war es immer so, dass zwei Punkte runtergegangen sind. Ich hatte ihn eigentlich zugewiesen, ja. Ich hatte ihn nicht da reingeschickt. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, Cannavaros, die haben das mit den Ereignissen geändert. Vielleicht habe ich es auch verpennt. Kann auch sein. Keine Ahnung. Dann haben wir mehr Geld. Aber 77, dann müssten wir eigentlich mehr Geld haben. So. Wo ist die Befreiung, Leute? Wo ist die Befreiung? Hier oben. Die müssen wir jetzt durchziehen. Ganz wichtig. Julius ist Geheimhaltung. Ist auf jeden Fall dabei. Christian Sauer ist dabei. Und Fahrrad ist dabei. Das muss reichen. Das wird was. Okay. Gut. Was ist jetzt neu? Neu ist erstmal Spenden sammeln in Lichtenberg. Da kann man richtig viel Geld sammeln. Genau. Und ich glaube, Lotte wird da schon mal in die Richtung gehen. Wobei, das kann auch besser sein. Aber wir weisen das mal zu. Okay. Neu ist, und das ist auch wichtig, eine Werkstatt einrichten. Das ist ohne Risiko. Und das müssen wir auch machen. Wegen des Molotow-Cocktails. Ah, hier steht noch Molotow-Cocktails. Eigentlich haben sie es rausgenommen. Na gut. Wilhelm war zugewiesen, sagt Duke. Genau. Ihr könnt ja zurück im Stream, glaube ich, gehen. Der hat Pluspunkte fürs Heiraten bekommen. Der hat Pluspunkte fürs Heiraten bekommen. Ah, Tom. Das ist der Punkt. Und deswegen haben wir auch die Moral bekommen. Das ist das Rätsel's Lösung. Ich verstehe. Alles klar. Das ist der Punkt. Ja, ja. Molotow-Cocktails gab es zu der Zeit nicht. So. Jetzt ist die Frage. Ziehen wir das schon durch? Ich meinte, wenn hier kein Risiko ist, kann das einfach Wilhelm machen. Verliert er zwar keinen Punkt, aber wir setzen ihn zumindest mal ein sinnvoll. Okay, jetzt ist nur Eva noch da. Wir gucken erst mal die anderen Optionen an. Also, Medikamente kaufen. Das ist aber die Apotheke. Ach so, das andere ist verschwunden, glaube ich. Kostet uns 10, wenn wir das brauchen. Ach, unser Arzt ist verschwunden. Der ist jetzt bei Kontakte aufgetaucht. Bietet kostenlose Behandlung, solange er nicht noch mehr Probleme bekommt. Ah, den können wir dann einfach nutzen für den Kosten. Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Gut, prima. Natans Laden besuchen. Da können wir... Zufällige Ausrüstung für 10. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch eine witzige Sache. Leute, das ist... Hier gibt es ja echt coole Sachen, muss ich mal sagen. Also, die Widerspülbarkeit ist aber richtig da. Eine Ausstellung besuchen. Ah, entartete Kunst, das bringt Moral. Dann haben wir hier den Gewerkschafter. Da kriegen wir ein Konservative, mit dem wir sprechen können. Warum auch immer. Vielleicht eine konservative Gewerkschaft. Akademiker. Bücher verbreiten. Wir müssen nachher, wichtig, diesen Parkplatz bekommen. Reinickendorf, Gewerkschafter. Bücher, Flugblätter verteilen. Das ist alles irgendwie nicht so unser Ding, ne? Wir können auch Eva zu Hause lassen, wenn das jetzt... Oder sie kann hier Geld sammeln. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oh ja. Das ist gut. Oder wir lassen die beide Geld sammeln. 36 bis 60. Das ist, glaube ich, sogar eine bessere Variante, wenn wir beide Geld sammeln lassen. So, ich würde sagen, das ist jetzt unsere Aktion. Wir machen eine Befreiungsaktion. Bauen die Werkstatt auf, damit wir langsam hier zum Molotow-Cocktail vorgehen. Und besorgen uns ordentlich viel Geld. Die Punkte sind noch ein Thema, aber da arbeiten wir dran. Trunk, ich weiß, dass es christliche Gewerkschaften gegeben hat. Das musst du mir nicht sagen. Das war auch kein Gag von mir. Eben mit der konservativen Gewerkschaft. Meine Zigarre ist erstmal rausgegangen. Wir können Eva auch zu Hause lassen, aber... Ach, nö. Nö, die soll mal jetzt Geld sammeln. Finde ich ganz gut eigentlich. Wenn sie jetzt dann gesehen wird, dann lohnt es sich vielleicht mal mehrere wegzuschicken. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir die jetzt mal einsetzen. Starten wir durch. So, 12 Mark spenden. Otto und Eva Klein plus 10 ist... Ach, beide wurden gesehen. 43 Mark. War auch nicht so gut. Werkstatt. Sollte geklappt haben. Nachts treffen sich Julius Scheuermann und Christian Sauer vor dem SA-Standort, wo sie Eva Klein-Mann festhält. Während Julius Wache hält, bricht Christian Sauer ein, findet den Mann zusammen, fliehen sie. Christian wurde gesehen, aber es hat geklappt. Sehr gut. Moral steigt weiter. Müsste jetzt sehr, sehr hoch sein. Neues Beamtengesetz, Landesregierung entmachtet, von Papen zurückgetreten. Wilhelm Irre fängt mich vor dem Treffen ab. Wenn mir vor ein paar Monaten jemand erzählt hätte, dass ich mal jemanden ausspionieren würde, ich hätte es nicht geglaubt. Ja, mach doch jetzt keine große Sache daraus. Wovon sprichst du? Frage ich Wilhelm. Von meiner Stelle im Hause des Nazi-Offiziers. Ja, wie läuft es? Wilhelms Stimme wird lauter. Es sieht so aus, als würde es sich auszahlen. Ich habe eine Spur. Es wird langsam ein bisschen brenzlig. Aber wenn nur ein Plan aufgeht, kann ich eine Menge interessanter Unterlagen auf einmal mitgehen lassen. Das Blöde ist, wir brauchen eigentlich keine Unterlagen. Wir haben ja eigentlich eine andere Aktion vor. Was meint ihr, Leute? Wollen wir sozusagen aufgrund unserer Ausrichtung darauf verzichten? Ich meinte, man könnte ja jetzt argumentieren, wir wollten irgendwie was anderes haben. Aber Unterlagen nützen uns jetzt eigentlich nichts. Ach, der Brief. Ich muss mir mal hier was rankleben. Der Brief. Am besten, ich hänge das vor die Webcam. Den Anschlag kann ich fast vergessen. Nein, das kriegen wir hin. So, hier kommt jetzt der Klebezettel ran. Nein, natürlich nicht. Der Brief. Okay, Unterlagen, ja oder nein? Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf unser eigentliches Ziel. Nein, wir wollen nichts riskieren. Dein Leben ist wichtiger, du musst die Stelle kündigen. So, wir wollen jetzt hier kein unnötiges Risiko eingehen. Okay, zehn Runden noch für diese Geschichte. So, also, das Problem ist, wie kommen wir jetzt mal langsam an dieses verdammte Benzin. Das muss irgendwie... Das muss irgendwie... Der Klebezettel klebt jetzt falsch. Ich sehe nichts mehr. Oha! Was ist denn mit Eva los? Ich würde sagen, es ist vielleicht mal Zeit, alle untertauchen zu lassen. Wir brauchen neun Benzin. Ne, wir brauchen nicht neun Benzin. Mit ein bisschen Glück kriegen wir aus drei Benzin drei bis vier Brandsätze. Also, ich würde sagen, wir schicken die mal hier rein. So, machen wir mal ne Runde kaum was. So, jetzt müssen wir wirklich klug überlegen. Klug überlegen, was jetzt der nächste Weg ist. Wir brauchen mehr Unterstützer. Das ist auf jeden Fall wichtig. Auf welche Weise bekommen wir jetzt am meisten Unterstützer? Mit Arbeit entsprechen. Kriegen wir vielleicht... Wir gucken mal, wenn Julius das macht. Ah, zwei bis vier. Wie viel Geld haben wir? 52. Hier unten. Mit denen. Das ist wahrscheinlich genau dasselbe. Vier bis sechs. Oh. Ach, die sind ticken irgendwie anders, die Arbeiter. Wir könnten Christian hier noch mitschicken. Dann würden wir fünf bis acht. Das ist aber keine so wesentliche Veränderung. Cooler wäre eigentlich, wenn jemand Geld sammelt. Aber, haha, die Gefahr ist für ihn echt groß. Als katholischer Konservativer. Vielleicht springen wir mal über unseren Schatten und treffen den Pastor. Bringt immerhin auch was und ermöglicht dann mit Christen zu sprechen. Ist doch vielleicht auch ein Weg, oder? Ich habe nicht zugewiesen. Julius. Oder wollte ich mit Julius was anderes machen? Ich wollte mit Arbeit entsprechen, ne? Ich habe kurz vergessen. Ne, das wollte ich nicht. Hä? Mit denen wollte ich sprechen? Ja. Alles klar. So wollte ich es machen. Gut. So war es. Okay. Moral ist super. Unterstützer müssen wir auf die 40 kommen. Dann kriegen wir, glaube ich, die nächsten Optionen. Und wir starten durch. Zwei verloren. Elf Mark. Die gehen erstmal hier ins Versteck. Ich hoffe, das lohnt sich richtig. Gibt ja auch Moral, ne? So, er trifft sich mit dem Pastor. Das Treffen ist erfolgreich. Ein Unterstützer. Außerdem wurde er gesehen. Leider. Bei so einer Aktion muss man nicht gesehen werden. Julius. Ja, das ist richtig gut. Sechs Unterstützer ist richtig gut. Er wurde allerdings auch gesehen. Plus fünf. Plus vier Moral. NS-Studenten gegen undeutschen Geist. Schächten verboten. Hess befördert. Bei unserem Treffen kocht Christian Sauer vor Wut. Und ich schwöre euch. Der Reichstagsbrand war das größte Geschenk, das man den Nazis hätte machen können. Sie beschuldigen Kommunisten. Das waren ja schon immer ihre Feinde. Und jetzt mit dem Reichstagsbrand haben sie die Ausrede, die sie schon immer gesucht haben. Wie? Sein Vater ist Kommunist. Er ist selber katholisch-konservativ. Sein Vater ist Kommunist. Kann er sein. Können wir irgendwie helfen? 50 Mark. Shit. Das ist so viel Geld für uns jetzt. Ach so. Die Zeitung. Ich kann aber nachher zur Zeitungswand gehen. Oh, geil. Gut. Kein Geld für den Konservativen. Das kann eine entscheidende... Ja, ich werde jetzt die Zeitung aufrufen, Leute. Ich denke dran. Ich gebe ihm kein Geld. Wir sind in einer zu heiklen Situation jetzt gerade. Wir müssen im Augenblick mit unserem Geld zurückhaltend sein. So. Zeitung lesen. So. Was für ein Brief? Ach, der Brief. Das ist nix, Leute. Oh, ihr macht mich fertig. Ich vergesse einfach unwichtige Dinge, Leute. Und ich wusste, es ist unwichtig. Ich wusste es intuitiv, unterbewusst, war mir klar. Der Brief ist reine Grafik. Hier ist nix. Nix, nix, nix. Kein Geheimnis. Okay, Leute. Aktionen planen. Nicht, dass Christian sauer wird. So, jetzt geht's... Aber es ist immer noch nicht das, was wir wollen. Warte mal. Mit Christen sprechen. Das ermöglicht SA-Aktivitäten beobachten. Gräueltaten bringt Information, brauchen wir nicht. Das bringt SA-Aktivitäten. Wir brauchen diese verdammte LKW-Platz. Ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich brauchen wir die 50 Unterstützer. Ich glaube, wir brauchen die 50 Unterstützer. Dann kommt das. Also, anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, das ist alles nur Bücher verbreiten. Hat er auch rechts geklickt. Ja, mit den vielen Gruppen. Normalerweise steht ja hier was. Ach so. Mit den Gruppen ergibt sich dann möglicherweise nochmal Neues. Ja, das kann sein. Das kann sein. Wenn wir jetzt mit den Konservativen sprechen, kann es sein, dass wir... Das stimmt. Dass wir daraus die Option bekommen. Das ist ein guter Hinweis. Gut, Julius mit 2. Es ist doch schon wieder hier. Was ist denn das? Der Verfolgungsgrad ist doch schon wieder hier. Nur bei Eva nicht gesunken. Wir kommen irgendwie nicht weiter, meine Sache. Müssen wir uns nochmal verstecken. Ja. Der Typ ist das mit dem Fabrikgelände. Okay. Aber das ist echt ein Problem. Mit den Punkten ist es echt ein Problem. Also, eben mit der Hochzeit konnte ich das noch nachvollziehen. Aber jetzt... Hm. Vielleicht, weil sie die Frau von den befreiten Typen ist, ist sie jetzt oberverdächtig. Das könnte natürlich sein, ja. Das könnte natürlich sein. Wen hatten wir das letzte Mal dahin geschickt? Lotte hatten wir, glaube ich, hingeschickt. Hatten wir Julius auch hingeschickt? Haben alle nur ein weniger bekommen? Hm. 79 voll, er sagt wegen des Ausbruchs. Die Kinder haben nach ihr gefragt. Die Beweisaktion. Ablenkungsmanöver. Das bringt... Kostet 60 Mark. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Bringt das, dass wir alle Punkte verlieren? Kennt das jemand, dieses Ablenkungsmanöver? Das wäre natürlich nochmal interessant, ob wir uns dadurch irgendwie freischwimmen können. Beweise verschwinden. Wo ist denn das nochmal? Das ist, glaube ich, noch gar nicht freigeschaltet, ne? Also weiß das jemand von euch? Mit dem Ablenkungsmanöver offenbar nicht. Alle Punkte gehen weg, sagt Philipp. Okay. Das ist natürlich mal eine richtig geile Aktion, oder? Wenn wir alle Punkte loswerden. Oder wollen wir es noch ein bisschen weiter treiben? Ich meinte, dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen riskieren. Hm. Die Karte wird wieder grün. Ist teuer und riskant. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal noch diese Aktion. Schicken Julius dahin. Das ist safe. Ähm. Dann. Machen wir hier Geld sammeln mit Lotte. Ach ne. Irgendwann war dort noch besser. Was war denn das hier? War Eva. Eva war gut da drin. Ja. Aber für sie natürlich sehr gefährlich. Eva sollten wir vielleicht ein bisschen... Obwohl. Komm. Einmal können wir noch. Einmal können wir noch. Wir brauchen aber auch mehr Unterstützer. Das hatte ich, glaube ich... Ne, obwohl. Hm. Wenn wir das da freischalten, brauchen wir eigentlich nicht mehr Unterstützer. Wir brauchen Geld. Unterstützer kriegen wir dadurch. Wir könnten also nochmal Farbe kaufen. Aber eigentlich müssen wir uns voll auf diese Sache konzentrieren. Ja. Ich finde das Risiko... Das kann man mal eingehen. So. Dann. Aktivitäten beobachten bringt uns eigentlich nichts. Bringt uns gar nichts. Weil wir wollen nicht dokumentieren. Wir wollen auch keine... Das Einzige, was ich noch interessant finde, ist, diese Gelder zu stehlen. Aber ich glaube, die Aktion ist zu heiß für uns. Das kriegen wir nicht hin. Das wäre eine gute Aktion. Aber dafür müsste man diese Sachen beobachten. Und da sind wir einfach schlecht drin. Das ist das Problem. Ja. Das ist zu heikel. Können wir nicht machen. Wir können... ...zu Nathan mal gehen. Ja. Vielleicht kriegen wir ja... Vielleicht kriegen wir ja zufällig Benzin. Das wäre natürlich eine nette Sache. Das stimmt. Das könnte er machen. Das kriegt er, glaube ich, hin. Und dann brauchen wir noch was für... ...für Lotte und Eva. Hier sind wir eigentlich schon gut dabei. Aber was würde passieren, wenn wir das machen? 36 bis 60. Ja. Das ist schon eine deutliche Verbesserung. Ohne Risikozunahme. Und Wilhelm. Der Beamter und Anarchist. Da wird er vermutlich nicht so viel erreichen können. Ne, das ist zu riskant. Wir hatten ihn, glaube ich, hier manchmal Geld sammeln lassen. Ja. Das ist noch eine gute Sache. Ich denke, wir machen das so. Und das nächste Mal werden wir noch mehr Punkte bekommen. Und dann werden wir die Geschichte machen mit dem... ...Äh... ...Ablenkungsmanöver war das, glaube ich. Ja. Ja. Ja, ich bin noch... ...ich gehe noch in den Laden. Natans Laden besuchen. Ist zugewiesen. Mal gucken, was wir da kriegen. Okay. 13 Mark gespendet. So, das ist jetzt ein bisschen risky. Ei. Wir verstecken uns. Gut. Ist gut gegangen. Leider kriegen wir dadurch nur die Hälfte. 18. War nicht so dolle. Und sie wurden sogar nicht gesehen. Wilhelm. Wurde auch nicht gesehen. Das heißt, der Status der Gruppe verschlechtert sich gerade nicht. So, was kriegen wir denn hier jetzt? Bin ich mal gespannt. Wir verstecken uns. Ja. Ein Farbeimer. Für 10. Naja. Treibstoff wäre besser gewesen. So, das ist jetzt wichtig, dass das klappt. Sozialdemokratin. So viel Kraft. Wir wurden gesehen. Aber vor allem können wir jetzt eine Aktion starten. Ich klicke nochmal auf den Umschlag, Leute. Gestapo gegründet. Albert Funk tot. Führergeburtstag. Eva Klein spricht mich vor dem Treffen an. Wir müssen aufpassen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass unter unseren Unterstützern ein Spitzel ist. Puh. Ich glaube, damit sind diese 40, 50 Unterstützer gemeint, nicht diese 5. Das hatte ich missverstanden. Ich würde mal sagen, wir warnen die Gruppe, aber tun nichts. Keine krassen Aktionen jetzt starten. Okay. So. Ja. Jetzt ist auf jeden Fall der Moment gekommen, wo wir das hier machen können. Zugang zum Parkplatz. Okay. Geheimhaltung und Stärke ist das Entscheidende. Da haben wir schon gute Leute. Leider haben wir diese ganzen Eigenschaften nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt das hier. So, wer ist Lotte? Lotte kann das durchziehen. Wilhelm kann das durchziehen. Dadurch wird es riskant natürlich. Wenn wir jetzt von einem... Wie sieht es mit dir aus? Na. Wie sieht es aus, wenn wir ein Fahrrad dazugeben? Oh, das Risiko sinkt rapide. Tja, was meint ihr? Lassen wir das die beiden machen? Julius noch mit reinziehen? Ja. Also da geht wenig vor, ne? Also da passiert nicht so viel. Wenn wir die mit reinziehen. Hier ist noch der meiste Effekt bei ihm hier. Weil er 5 hat und die anderen haben 4. Christian müssen wir nutzen. Tja. Ich bin mir nicht sicher, was das hier ausmacht. Ich meine, die Gefahr halte ich immer noch für überschaubar. Aber wir riskieren es, glaube ich, so. Wir hoffen, dass das klappt. Das muss klappen. Wir geben jetzt sehr viel Geld dafür aus. Wir müssen jetzt irgendwo noch eine sichere Aktion nebenbei machen. Wir haben immer noch diese Geschichte. Ach so, ja. Das können wir jetzt nicht machen. Das andere ist alles Unsinn für uns. Naja, das brauchen wir alles nicht. Also eigentlich brauchen wir Geld, ne? Geld, Geld, Geld. 36 Mark. Das ist nicht so viel. Ich würde es tatsächlich riskieren, dass wir hier nochmal losgehen. Eva? Ja, das kann man riskieren. Das kann man riskieren. Eva wird hier nochmal hingehen. Und Julius geht hier auch nochmal los. Das ist zu riskant. Ich glaube, Christian bleibt mal draußen. Gut. Ich denke, so kann es laufen. Wir haben noch acht Wochen. Das wird sehr knapp. Äh, wie, wir haben doch mit den Konservativen schon geredet. Das ist doch schon freigeschaltet. Der Zugang ist jetzt nur nicht nötig. Ach so, nee. Wir haben noch nicht mit denen geredet. Stimmt. Ach, verdammt. Ja, richtig. Richtig. Das muss Christian machen. Ihr habt recht. Die Gefahr ist groß, aber es muss jetzt einfach das Risiko eingegangen werden. Werkstatt geht nicht. Molotow Cocktail. Da fehlt für uns das Material. So, das machen wir. Das ist jetzt alles ziemlich riskant, was wir hier machen. Aber so ist das eben, wenn man diesen Weg geht. So, erstmal Geld sammeln. Auch Eva ist schon riskant bei ihr. Aber, kein Problem. 40 sogar. Richtig gut. Julius. 16. Auch gut. Wurde nicht gesehen. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt wichtig, dass das klappt. Alles läuft nach Plan. Die Behörden werden glauben, dass unsere jüngsten Aktionen auf das Konto ausländischer Spione gingen. Das sollte uns eine Atempause... Ja, Leute, das gibt uns den Freiraum. Christian. Ungewöhnliche Allianzen. Sehr gut. Okay, das ist ein Erfolg auf der ganzen Linie, Leute. SA stürmt Gewerkschaft. Gewerkschaften verboten Flugzeug mit dem Namen Hindenburg. Nicht jeder aus der Gruppe erscheint zum heutigen Treffen. Nein! Wer fehlt? Lotte ist nach Moskau geflohen. Das ist jetzt ein harter Schlag. Das war einfach zu gefährlich. War sie Kommunistin? Ich habe es schon vergessen. Balotte Kommunistin? Ist nicht... Passt das wieder noch nicht mit den Events? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Gut. Okay. Wir haben jeweils einen Punkt. Aber ich glaube, die kam jetzt... Ich weiß gar nicht. Durch die letzte Aktion, Flümpf, hier war die Situation jetzt erstmal... Lotte war Sozialdemokratin. Na gut. Okay. Das ist gerade noch so nachvollziehbar. Jetzt ist die wichtige Sache diese hier. Das ist das Nächste, was wir angehen müssen. So. Okay. Also Geheimhaltung und Stärke. Wilhelm ist auf jeden Fall gut dabei. Das ist hier auch eine gute Sache mit Christian. Und ich glaube, das reicht schon. Ja. Mehr brauchen wir da nicht. Okay. Wir haben... 64 Mark. Ah, ja. So. Was ist hier neu? Bücher schmuggeln. Ist aber, glaube ich, nicht unser Weg. Haben wir noch irgendwas Neues? Nö. Ach so. Neues Mitglied. Hm. Ganz wichtig. Neues Mitglied. Brauchen wir. Und Eva wird Geld sammeln. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Sache jetzt. Okay. Der Chat sagt das Gleiche. Sehr gut. Und es geht weiter. Moral ist oben. Zwei Unterstützer, 14 Mal gespendet. Geld sammeln. Eva. Eva ist gut, Leute. Eva ist gut. Neues Mitglied. Drei christlich-liberalen. Das ist ja nun skurril. Die Gruppe geht in eine andere Richtung, Leute. Ähm. Ja. Jetzt gucken wir mal. Das ist allerdings schön hier mit fünf Propaganda. Das haben wir noch nicht. Das wäre sozusagen mal eine wirkliche Stärke. Der Rest ist so allgemein verteilt. Aus diesem Grund würde ich sagen, und eine Journalistin haben wir auch noch nicht. Anwalt wäre zwar auch noch, obwohl das ist dasselbe wie er, bloß er ist arbeitslos. Nö. Ich denke, Elise Hoffmann ist es. Elise Hoffmann. Die kann uns in der Propaganda helfen. Für deine Aktion brauchen wir eher Kraft und Geheimhaltung. Hm. Okay. Aber, ja. 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 Das machen dann die anderen. Nee, wir nehmen Elise. Mach ich jetzt einfach mal. Okay. Das ist jetzt wichtig, Leute. William Irre sucht nach einer Schwachstelle im Zaun des Areals, um nach Zugang einzubrechen. Ah, wurde gesehen, aber er findet eine Stelle. Immerhin. Okay. Wir haben die Bücherverbrennung. Für die, die jetzt erst zuschalten, die Events, die ich schon kenne, die wir im Let's Play auf dem Kanal haben, die mache ich relativ kurz. Wir laufen mal Richtung Lärm. Wir ignorieren sein Geschwätz. Wir betrachten die Menge. Wir gehen weiter durch die Menge. Wir schauen in die Flammen. Wir sehen, was hier passiert. Wir beobachten weiter. Wir wissen natürlich jetzt schon, wer das ist. Ich wähle trotzdem mal, äh, ich wähle das mit dem, mal das andere, was ich noch nicht kenne. Passt, glaube ich, vielleicht auch zu seiner, zu seiner Person. Also, vielleicht sympathisiert er mit dem Widerstand. Warum schließen Sie sich nicht an, antworte ich. Er lächelt kaum merklich. Dann blickt er auf das Feuer und verzieht traurig sein Gesicht. Seine feuchten Augen spiegeln die tanzenden Flammen wieder. Er erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Es genügt mir schon, der Zerstörung meiner eigenen Werke beizubuhnen. Zu feiern wäre sogar für mich zu selbstironisch. Die bitte. Ich starre auf die Bücher, dann auf ihn mit offenem Mund. Sie, haben Sie, sind Sie? Er legt seinen Finger auf den Mund, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich finde meine Haltung wieder. Er lächelt mich traurig an. Warum sind Sie hier? Wissen Sie, dass die Feuerwehrmänner die Bücher mit Benzin übergießen mussten? Nur die Nazis bringen es fertig, eine Bücherverbrennung an einem Regentag zu organisieren. Ha, lacht er leise. Wir müssen zurückschlagen. Wir müssen kämpfen. Der Mann dreht sich um und sieht mich direkt an. Jetzt erkenne ich ihn. Werter Freund, bald wird dieses traurige Spektakel vorbei sein. Und ich werde einen Roman darüber schreiben. Erich Kästner. Okay. Wir gehen. Das kennen wir. So, wir haben das Notizbuch von Kästner. Aber ich glaube, das bringt nur Informationen. Institut verwüstet Bücherverbrennung SPD-Vorstände. Christian Sauer nimmt mich zur Seite. Ich muss dir von meinem Bruder erzählen. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Okay. Christian Seufz schaut auf den Boden. Gestern Abend ist er im Braunhemd zu Hause aufgetaucht. Du bist in Gefahr. Wenn er herausfindet, dass du Teil unserer Gruppe bist, landest du im Knast, sage ich. Das brauchen nicht gleich alle zu wissen. Ich habe eine Idee. Mein Bruder vertraut mir. Das weiß ich ganz genau. Für uns könnte das eine Riesenchance sein. Wir wollen diesen Weg der Information nicht gehen, deswegen bleibe ich jetzt dabei. Halte dich bitte fern. Spionieren ist zu riskant. Okay. Gut. Das haben wir. Noch sechs Wochen. Noch sechs Wochen. Und jetzt wird es ernst langsam. Kästners Notizbuch. Das bringt uns, wie gesagt, nur eine Information. Hier oben ist Party feiern. Bringt uns 60 Moral. Brauchen wir aber nicht. Ja. Genau. Benzin ist jetzt das große Thema. Das ist extrem gefährlich. Und wir bekommen bei einer Aktion maximal zwei Benzinen. Wir brauchen aber mindestens drei Benzinen, wenn nicht sogar mehr. Gut. Geheimhaltung und Stärke. Ist das, was wir benötigen? Ei, 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 ei. Hm. Das Problem ist mit Sicherheit, dass diese beiden Punkte haben. Ich tendiere dazu, vielleicht die beiden mal auszusetzen und mit denen eine Runde zu warten. Okay, man kann da nur einmal Benzin stehlen. Dann ist der Ort weg. Okay. Ach, es würde auch nur ein Benzin geben. Geld dazugeben? Kann man das? Ah. Okay, das verbessert das ein bisschen in der Vorbau. Ah, alles klar. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, aber ich würde mal sagen, das mit dem roten Risiko, das ist mir zu groß. Ich kann mich erinnern, es gibt noch eine zweite Stelle, wo man Benzin stehlen kann. Aber ich weiß nicht, wie das kommt. Möglicherweise bei noch mehr Unterstützern, das könnte sein. Hm. Trunk sagt, es hat immer rotes Risiko. Tja, Zeit läuft ab. Okay, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir die Leute eine Runde aussetzen. Und einfach ein bisschen Geld sammeln und vielleicht zu Nathan gehen. Oder, dass wir es jetzt riskieren schon. Aber wir kriegen da nur einen. Und wir brauchen drei. Das ist eigentlich wenig, ey. Ich bin unsicher. Riskieren, sagt der Chat. Mit der Akademikerin. Da werden andere Leute freigeschaltet. Das wundert mich ein bisschen, weil hier nur Bücher verbreitend steht. Okay, dann führen wir erstmal Gespräche. Wir lassen die drei, glaube ich, raus. Julius. Sie ist Mediatorin übrigens. Wird mal... Ich warte mal noch eine Runde. Ich teste mal, ob das Risiko vielleicht sinkt. Ich teste es mal. Hier haben wir noch eine Akademikerin. Elise. Das würde gehen. Oder halt Geld sammeln. Brauchen wir eigentlich auch. Das ist, glaube ich, besser. Das ist die Frage, ob die Zeit abläuft. Oder... Oder zu Nathan gehen. Aber das können wir auch später noch machen. Wir brauchen immer auch Geld. Obwohl, wir haben 100 Mark. Ach, nee. Kommt. Dann brechen wir das mal hier ab. Wir müssen ein bisschen Glück haben. Wir gehen in den Laden. Das ist besser. Ah. Wieso ist denn das Risiko so hoch in dem Laden für sie? Das ist nicht ihr Ding. Hm. Und wenn sie das macht? Das ist auch doof. Nee, dann mache ich das doch so. Müssen wir das mit dem Laden jetzt ausfallen lassen? Okay. Mehr Geld in den Laden geben. Das könnte man tatsächlich auch probieren. Ja. Wobei, ist es dann noch wert, diese Aktion, wenn man mehr als 10 rausgibt? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob das was bringt. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ja. Aber dann für 30 irgendwie einen blöden Gegenstand zu bekommen, ist es mir jetzt auch nicht wert. Nein. Machen wir es so. Die lassen wir in Ruhe und dann versuchen wir das nächste Mal das mit dem Benzin. Mal gucken mal, ob das Risiko sinkt. So. 13 Mark. Julius trifft sich dort mit der Akademikerin. Ist Gott sei Dank nichts passiert. Sehr schön. Nicht entdeckt worden. Sie sammelt Geld. Das wäre echt gut, wenn sie auch nicht entdeckt wird. 25 ist auch nicht so dolle, aber sie wird auch nicht entdeckt. Immerhin. Verlieren Unterstützer, verlieren ein bisschen Moral. Hitler spricht von Frieden. Christian Sauer umarmt mich aufgeregt und sagt, Luise hat gestern Nacht ihr Kind bekommen. Es ist ein kleines Mädchen. Wunderbar. Das ist doch toll. Das geht aber schnell. Ich fand es sehr traurig, als sie die Gruppe verlassen hat. Wie schön das jetzt, diese Nachricht zu hören. Wir sind fröhlich alle. Das gibt wahrscheinlich Moral plus. Okay. So. Da bin ich jetzt gespannt. Ah. Hier. Tatsächlich. Das ist aber blöd, dass das hier angezeigt wird und hier nicht. Okay. Das heißt, das müssen wir auch gleichzeitig hinkriegen. Und wie kriegen wir das hin? Ach. Wir müssen Bücher verbreiten. Oh mein Gott. Und dazu brauchen wir natürlich Bücher. Das hatte ich ja jetzt nicht. Oh. Drei Bücher. Wie sollen wir denn da rankommen? Das ist ja super schwer mit dem Benzin. Oh Leute. Versuchen wir es erstmal hier. Also die besten Leute für diesen Job waren Wilhelm Irre. Dann Christian Sauer und 4,4,5. So. Das Risiko ist auf jeden Fall jetzt nicht rot. Also das hat was gebracht. Jetzt ist die Frage, kriegen wir mit dem Geld es so weit, dass wir eine Chance haben, zwei Benzin zu bekommen. Das müssten wir jetzt irgendwie hinkriegen. Es bleibt aber bei einem Benzin. Ja gut, das ist ja für den Arsch. Dann bringt das Geld auch nichts. Ja mit dem Laden, das müssen wir auf jeden Fall auch probieren. Das breche ich erstmal nochmal ab. Das machen wir dann ohne Geld. Aber auf jeden Fall ist das gut mit dem Risiko. Das hat ganz gut geklappt, wie ich finde. Ist auf jeden Fall jetzt verantwortbar. Das kann man machen. Wir kriegen auf jeden Fall das Benzin. Das weisen wir zu. Dann denke ich auch, dass irgendjemand in diesem Laden gehen muss. Wir müssen jetzt auf den Laden hoffen. Oder wir setzen doch auf diesen Weg. Aber wie sollen wir jetzt an Bücher kommen? Wie kann man jetzt an Bücher? Bücher schmuggeln. Drei Bücher brauchen wir. Ne. Keine Chance. Bücher schmuggeln. Keine Chance. Das ist fies mit dem Benzin. Okay, also wir können nur auf den Laden hoffen. Ich gucke mal, ob wir hier 1 bis 2, 4. Wir lassen es mal so. Okay. Das ist jetzt der Versuch. Ne, Julius geht nicht zu Nathan. Julius muss diese Sache machen, weil Julius gut darin ist. Puh. Okay, jetzt hoffen wir auf Nathan. Wir brauchen Benzin. Wir müssen es durchziehen. Wir wurden gesehen. Zwei Bücherpakete. Hahaha. Ja, immerhin. So, hier. Oh mein Gott. Wir verstecken uns. Scheiße. Okay. Und Wilhelm Irre wurde verwundet. Nein. Das wirft uns jetzt zurück. Ich glaube, wir kriegen die... Ich glaube, wir müssen das abblasen. Als ich bei unserem Treffen Christian saue, erschrecke ich. Sein Gesicht ist geschwollen, hat blaue Flecken und zeigt mehrere Schnittwunden. Wie geht es dir, Christian? Ach, meinst du mein Gesicht? Mach dir keine Sorgen. Ich lasse mich nicht von zwei lahmen Braunhemden runterkriegen. Was passiert? Jetzt, da die Nazis die Gewerkschaften verboten haben, verprügeln sie mich nur, weil ich irgendwo meinen Mund aufmache und Solidarität zeige. Aber abwarten. Okay, Leute. Wir haben einen Verletzten, aber das ist kein Problem. Da kommt unser Arzt zum Einsatz. Äh, wie kriegen wir das jetzt? Verdammt! Ich dachte... Hab ich den Arzt verkackt? Oder müssen wir da hingehen? Ach so! Ne, das ist die normale Apotheke. Hä? Was ist denn mit dem Arzt? Warum ist der weg? Auf der Karte... Das ist doch nicht der Arzt, oder? Das ist doch der Standardarzt. Ach, da oben! Ah, alles klar. Alles klar. Gut. Julius. Stufenaufstieg. Ich würde mal sagen... Julius braucht Stärke. Das ist seine große Schwäche als Anarchist. Verbessern wir im Bereich Stärke. So, aber wir sind in einer schwierigen Situation, Leute. Ich meinte, wir müssen jetzt so ein bisschen auf Glück setzen, glaube ich, wenn wir noch eine Chance haben wollen. Und Glück ist Nathans Laden. Ja, Geheimhaltung. Stärke fehlt ihm auch. So. Das Blöde ist, dass Wilhelm jetzt nicht im Einsatz ist. Also ich finde, eine Truppe muss hier Benzin stehlen und irgendjemand anderes muss Nathans Laden besuchen. Oder wir setzen alle auf Nathans Laden. Das ist schon mal gut. Zwei bis drei. Ich denke, wir machen das. Ja, wir erzwingen jetzt unser Glück. Die Frage ist, ob wir das mit dem Benzin nicht doch noch forcieren wollen, wenn... Also ich denke, wir versuchen es noch einmal. Eva lasse ich, glaube ich, jetzt mal raus. Die soll ihren Punkt verlieren. Und wir machen nochmal Spenden sammeln. Mit Elise. Geld haben wir richtig viel. Oh, wir könnten so viel kaufen. Ne. Hoffen wir auf Nathan. Die beiden Damen Benzin holen, das ist unmöglich. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Risiko zu hoch. Erfolgsschance zu gering. Okay, jetzt erstmal wird er behandelt. Leider wurde er gesehen. Das ist schlecht. Okay, wir haben die Bücherpakete, Leute. Immerhin. Aber das nutzt uns auch nicht, weil wir dann immer noch Benzin stehlen müssen. 22. War nicht so dolle. Warum gibt es denn da nur Bücherpakete? Ist doch doof. Eva hat den ganzen Abend kein Wort gesagt. Plötzlich unterbricht sie seine Stille. Ich mache nicht... Oh nein, Eva! Das kannst du nicht machen. Das alles hier führt zu nichts, sagt Eva. Die haben einfach zu viel Macht. Wir gehen alle drauf. Das stimmt so nicht, Eva. Da liegst du falsch. Wenn wir weiter kämpfen, bringen sie uns womöglich um. Tut mir leid. Oh, jetzt geht Eva auch noch. Ach, Mensch. Kann doch nicht wahr sein. So. Medizin muss eingesetzt werden. Das ist natürlich jetzt richtig dämlich, aber sowas von richtig dämlich. Wir kriegen es nicht mehr hin, Leute. Es ist nicht mehr möglich. Das Einzige, was theoretisch klappen könnte, ist, dass wir das über Nathan beziehen. Aber der Punkt ist, nehmen wir mal an. Wir machen jetzt die Bücherverbreitungsaktion. Dann haben wir noch zwei Wochen. Dann müssen wir erst den Zugang machen. Dann haben wir noch eine Woche. Dann müssen wir Benzin klauen und die Zeit ist vorbei. Hier kriegen wir theoretisch noch einen. Aber das ist Unsinn, das jetzt zu riskieren, wenn wir es eh nicht mehr schaffen. Wir machen das nicht. Wir fahren das jetzt safe erstmal nach Hause. Ja, Nathan ist die einzige Chance. Wir werden jetzt weiter noch auf Nathan setzen. Julius ist da extrem gut. Und irgendjemand schicken wir noch hin. Elise. Oder vielleicht auch Christian. Ja, das müssen wir mal von dem anderen abhängig machen. Und dann würde ich sagen, suchen wir noch jemanden. Ja, nee. Okay, dann machen wir das doch anders. Ja, deutlich besser. Ah ja, stimmt. Er ist Anführer. Und Wilhelm... Wilhelm kann auch was machen. Der eine Punkt. Obwohl, wenn wir noch mal klauen müssen, dann ist es wichtig, dass er den Punkt verliert. Falls es doch noch dazu kommt. Lassen wir das mal so. Also machen wir weiter. Wir verlieren leider zu viele Unterstützer. Das ist ein bisschen so ein Problem. Wir haben keine große Aktion gestartet. Das ist nicht so gut. Ein Monarchist. Christlich-Liberal. Wir wären jetzt echt noch so eine katholisch-konservativ. Okay, wir haben nur noch zwei Anarchisten dabei. Oh mein Gott. Also wenn wir weiter diesen Weg gehen wollen, den wir gerade gehen, dann ist vermutlich Josef Herzberg der beste Mann, oder? Als Schlosser und Monarchist? Die Anarchos werden ausgebotet, ja. Tja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den Monarchisten. Der sieht irgendwie lustig aus. Der wird uns bei diesen ganzen Einbruchssachen helfen. So, jetzt. Ja, wir bekommen natürlich Papierstapel. Kann ich nicht mal Benzin verkaufen? Das ist völlig gegen unsere Aktionsmuster. Bücher und Papierstapel. Bei unserem Treffen erzählt mir Wilhelm Irre, ich habe euch noch nicht davon erzählt, aber vor ein paar Wochen ist mein Großvater Heinrich gestorben. Er war ein guter Mann. Nun, heute habe ich einen Brief von seinem Anwalt bekommen, in dem er mir mitteilt, dass Opa Heinrich mir etwas Geld vererbt hat. Beileid. Das Geld wird dir und deiner Familie eine Hilfe sein. Okay, was war das für eine Aktion? Finde ich immer merkwürdig, diese Aktion. So Leute, wir haben noch zwei Wochen. Christian kann einen Stufenaufstieg kriegen. Christian kriegt allerdings jetzt Geheimhaltung. Dann hat er da sieben. Pass auf. Und jetzt machen wir folgendes. Wir gehen nochmal die Benzinaktion an. Mit Christian an der Spitze. Mit ihm und mit ihm. Wir geben denen ein Fahrrad mit. Und dann wollen wir sehen. Geld brachte er hier nicht. Das haben wir schon getestet. Vielleicht bringt ein Bücherpaket was. Erhöht sogar noch die Gefahr. Das finde ich ja lustig. Vielleicht bringt er ein Farbeimer was. Okay. Und die anderen beiden. Wir haben genug Geld, glaube ich. Wir sind bei 147. Die anderen beiden gehen wieder zu Nathan. Und versuchen da was rauszuschlagen. Erhöht das hier noch die Chance? Ne, das erhöht immer nur. Doch. Zwei bis drei. Oh ja. Das machen wir jetzt. So. Alles klar. Wie nein? Was heißt nein? Ist doch jetzt eine gute Sache. Wenn wir jetzt Glück haben, Leute. Dann kriegen wir es noch hin. Wir holen uns einmal Benzin. Und bekommen zweimal Benzin aus dem Laden. Ach so. Kapitel 2 ist nicht zu Ende. Wir kommen weiter. Das Ding läuft noch weiter. Gut. Los geht's. Zwei Unterstützer wieder verloren. Wir brauchen echt Unterstützer, Leute. Also im nächsten Kapitel müssen wir erstmal Unterstützer sammeln, was das Zeug hält. Drei Fahrräder. Und kostenlose. Ja, auch geil. Ich weiß, dass ich... Ach so. Ich muss da Brandsätze basteln. Das geht gar nicht mehr. Stimmt. Ihr habt recht. Schon wäre die Aktion. Ne, kommt. Dann ist egal. Dann flüchten wir. Jetzt kein Risiko. Wenn es eh nichts mehr wird, dann können wir auch flüchten. Das stimmt. Das Basteln habe ich ganz vergessen. Josef Herzberg ist frustriert. Wir kämpfen nicht genug. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass einige unserer Unterstützer oder besser gesagt unsere Ex-Unterstützer der Meinung sind, wir kämpfen überhaupt nicht. Ja, das... Ich weiß. Ich weiß. Man sieht es nicht so richtig. Aber wir bemühen uns, Leute. Es ist eine schwierige Situation. Wir müssen etwas Spektakuläres durchziehen. Ja, ich weiß. Eine Aktion, die Sie nicht unter den Teppich kehren können. Parolen, Flugblätter reichen nicht aus. Ja, lasst es uns organisieren. Wir müssen etwas Aufsehenerregnis machen. So, toll. Die letzte Woche. Wir haben noch ein Upgrade. Wir gehen... Oh Gott, Julius. Ich würde mal sagen, mit dem machen wir gar nichts. Wir riskieren jetzt nichts mehr. Wilhelm kriegt auch sein Upgrade. Auch Wilhelm kriegt Geheimhaltung. Wir gehen weiter diesen... Den Weg im zweiten Kapitel werden wir das auf jeden Fall noch machen. Er hat recht. Stets bemühte Gruppe. So, wir machen nochmal eine Schmieraktion. Das finde ich auch. Wir haben jetzt Fahrräder ohne Ende. Das sichert uns natürlich mega ab. Stärke und das brauchen wir. Das ist doch eine super Aktion. Du kommst auch noch mit. Nee, das bringt nichts. Und jetzt... Guckt euch das an. Haha. Haha. Genial. Da kriegen wir unsere ganzen Mitstreiter. So. Gibt es noch irgendwas Sinnvolles, was wir tun könnten? Geld sammeln. Wir könnten neue Farbe kaufen. Da haben wir die schon mal. Wobei, das ist vermutlich mit einem nicht so effizient, oder? Nee, das ist nicht effizient. Nochmal den Laden besuchen, würde ich sagen. Ja, das ist eine gute Sache. Der Laden ist geil. Zwei Leute, drei Räder. Hahaha. Ja. Sehr schön. Hahaha. Ist eine spektakuläre Aktion. Wir machen es. Das müssen die Entwickler noch reinbringen, ne? Unterstützer sammeln. Nee, wir sammeln ganz viele Unterstützer jetzt mit den Parolen. Josef finde ich mit dem Laden ganz gut. Ich finde, Laden ist sowieso gut. Ist die Frage, ob Wilhelm, ob wir da noch was riskieren. Wilhelm kann noch mal ein bisschen Geld sammeln. Ein Fahrrad haben wir auch noch. Geld brauchen wir auch im zweiten Kapitel. Geheime brauchen wir jetzt nicht mehr, falls ein Fahrrad verwundet wird. Ich weiß, dass ich drei Fahrräder zugewiesen habe, aber das Spiel erlaubt ist. Wir müssen jetzt mit allen Tricks, wir müssen mit allen Tricks arbeiten, Leute. Die Farbe fährt das eigene Fahrrad. Okay, letzte Woche geht los. Zehn Mark gespendet, Unterstützer verloren. Jetzt Nathan noch mal, Leute. Yeah. Ein weiteres Fahrrad. Ich würde gerne das Fahrrad... Kann man die Dinge auch verkaufen? So, aber das ist jetzt wichtig. Wuhu. 15 Unterstützer. Ja, es hätte mehr sein können. Alle drei Fahrräder sind wohlbehalten zu Hause wie angekommen. Okay, und hier werden noch mal Spenden gesammelt. Hätte auch besser laufen können. Okay, Leute. Jetzt kommt die Köpenicker Blutnacht. Das habt ihr im letzten Play schon gesehen. Deswegen mache ich es schneller, weil ich ein neues sehen will. Bitte entschuldigt das. Wir klingeln bei einer Freundin. Die Freundin ist völlig verwirrt. Hier ist eine Nachbarstochter. Und es stellt sich raus, dass irgendwelche Schläger, SA-Leute hier Leute verhaftet haben. Unter anderem den Vater dieser Tochter. Und irgendwo hingebracht haben. Auf dem Lastwagen. Ja. Wir versuchen, Papa zu finden. Fragen noch nach dem Ehemann. Das tut mir leid. Und wir versuchen rauszufinden, wo er ist. So. Wir laufen hinterher hinter dem LKW. Gehen in den Wald. Beheilen uns. Kommen in die Wuhlheide. Und sehen riesige Säcke dort hängen. Und finden. Oder merken, dass es alles Tote sind. Also. Aufgehängte oder. Ermordete. Und es ist Werner Mariannes Mann. Jo. Das war das erste Kapitel, Leute. Das überspringe ich ein bisschen schneller, weil wir das schon kennen. Ende von Kapitel 1. Die Köpenicker Blutwoche war nicht das erste Ereignis dieser Art. Und es würde nicht das letzte bleiben. Tausende Oppositionelle wurden von SA und Polizei verhaftet. Viele wurden eingesperrt, gefoltert oder ermordet. Die Nazis verboten alle politischen Parteien außer der NSDAP. Und machten klar, dass von nun an sie allein das Land regierten. Im November gewann Hitler die Wiederwahl mit 92% der Stimmen. Wir tauchten unter. Es schien, als könnten wir nichts mehr tun. So, und damit beginnt Kapitel 2. 1936. Die Gruppe taucht unter, weil es alles nicht gebracht hat. Und plötzlich passiert irgendwas. Fast drei lange Jahre lang mussten wir zusehen, wie alles immer schlimmer wurde. Ohnmächtig bis zu jenem Tag im März 36. Leute, ich bin in 30 Sekunden wieder da. Ich muss kurz eine Sache checken. Und jetzt geht es auch, wenn ich mich etwas schützt, weil ich jetzt nicht verraten kann. Jetzt geht's mit der Erstenskipps- Ich bin in 30 Sekunden. Ich bin auf die Erstenskipps Ich bin in 30 Sekunden. Ich bin ein ... Beide viel, das war der Zunge, ich bin einig. Und ich bin. Ich bin einig. Ich bin einig. So, da bin ich. Raschel, raschel. Checken, ob die Klospülung funktioniert. Nein, 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 nein. Nichts Spektakuläres, aber auch nichts. Das Notfallbier eingetroffen. Ich hole Benzin. Ja, gute Idee. So, ich bin wieder da und es geht weiter. Kapitel 2 beginnt. Okay. Über dem Flughafen Tempelhof schwebt ein Luftschiff. Es hat die Form einer riesigen Zigarre und auf der Vorderseite des Rumpfes steht Hindenburg, der Name des ehemaligen Reichspräsidenten. Beeil dich, ruft Falk Lenz und weist den Weg zu den Eingangsschranken. Das wolltest du mir zeigen, ein Zeppelin? Er schaut auf die Uhr. Nur in weniger als einer Stunde wirst du in diesem Zeppelin fliegen, lacht er. Eine Kapelle spielt. Militärmärsche, Hakenkreuzfahren, flattern im Wind. Die Menge jubelt, als die Stufen der Hindenburg heruntergelassen werden. Sieg Heil. Wir bleiben still. Ich starr auf den Boden, damit die Leute um mich herum nicht merken, dass ich mich ihrem Jubel nicht anschließe. Eine der Uniformierten, die die Menge vom Zeppelin fernhalten, stellt sich uns in den Weg. Halt, nur für geladene Gäste. Wir sind geladene Gäste, sagt Falk und zeigt ihm einen Brief. Der Uniformierte schaut auf den Brief, gibt ihn zurück und lässt uns durch. Heil Hitler, Herr Lenz. Und Heil Hitler, Herr Schmidt, sagt Falk und lächelt. Herr Schmidt springt für meine Frau ein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Selbstverständlich, Herr Lenz. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Ich bin statt deiner Frau hier? Falk lacht. Das Restaurant in der Hindenburg ist luxuriös, ausgestattet, mit rot gepolsterten Stühlen und Tischen, mit schneeweißen Tischdecken. Es gibt sogar eine kleine Promenade mit Fenstern nach außen. Der Name ist Lenz, sagt Falk zum Kellner. Der Kellner nickt und führt uns wortlos zu unserem Tisch. Sag mir jetzt bitte, was los ist. Ich habe genug von deinem Spielchen, Falk. Was ist dein Plan? Es wird dir gefallen. Es ist wirklich wunderbar, sagt Falk und lacht. Die Besatzung der Hindenburg ruft Befehle und mir wird etwas unmulmig, als der Zeppelin zu steigen beginnt. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster und sehe, wie die Menschen am Boden immer kleiner werden. Wie beängstigend. Da kann wirklich nichts passieren. Ach, Unsinn. Die Hindenburg ist so sicher wie ein Schlachtschiff zu Friedenzeiten, grinst Falk. Falk hat Getränke bestellt. Er hebt sein Glas und sagt feierlich, auf dich, Julius Scheuermann und deine tapfere Heldengruppe. Bist du verrückt? Beruhige dich. Wir sind hier in der Höhle des Löwen. Keiner würde uns hier vermuten. Hier mittendrin, im Bauch des Nazi-Zeppelins. Der perfekte Ort, um einen Neustart der Gruppe zu besprechen. Ich rücke näher an ihn ran und senke meine Stimme. Aber wir sind seit über zwei Jahren inaktiv. Die meisten unserer ehemaligen Anhänger sind entweder verängstigt, tot oder haben das Land verlassen. Warum hältst du es auf einmal für eine gute Idee, die Gruppe wieder ins Leben zu rufen? Das stimmt alles, Julius, sagt Falk. Aber du musst es trotzdem tun. Aus einem einzigen unschlagbaren Grund. Es ist unsere letzte Chance, einen Krieg zu verhindern. Hitler wird einen Krieg anzetteln, egal was wir tun. Jeder, der der Wahrheit ins Gesicht sieht, weiß das. Wie kommst du darauf, dass wir einen Krieg verhindern können, frage ich. Das ist eine sehr gute Frage, sagt Falk. Und ich werde sie dir beantworten. Aber zuerst entschuldige mich einen Moment. Ich habe dort gerade jemanden gesehen, mit dem ich unbedingt sprechen muss. Schau dir doch in der Zwischenzeit den Zeppelin an. Die Aussicht von den Promenadenfenstern ist wunderbar und es gibt hier sogar eine Lounge. Es ist der perfekte Ort, um interessante Leute kennenzulernen. Warum hast du mich mitgenommen, wenn du mich hier einfach alleine lässt? Ich frage mich, was ich tun soll. Wir gehen mal raus und schauen aus den Fenstern. Ich gehe zu einem der Promenadenfenster und schaue hinaus. Weit unter uns sehe ich Berlin. Wir sind so weit oben, dass man keine Menschen auf der Straße erkennen kann. Sogar die Autos sind winzig. Ist es nicht wunderbar, sagt eine ältere Dame neben mir. Die Tatsache, dass wir so hoch oben sind? Sprechen Sie vom Wunder des Fliegens oder der Tatsache, dass die Stadt von hier oben so klein aussieht? Beides, sagt sie. Ist das nicht ein wunderbarer Blick auf die Welt? Es spiegelt wieder, wie alles funktioniert. Hier sind wir, Herrscher und Herrscherinnen, erhoben über der Welt. Und da unten sind alle anderen so klein, so unbedeutend. Man kann sie nicht einmal mehr sehen. Als Anarchist ist das eine sehr merkwürdige Sichtweise in der Tat. Wir sind ihre Herren und Gebiet, aber sie wissen es nicht. Sie bricht in lautes Gelächter aus und streckt mir ihre bei Handschuhte Hand entgegen. Entschuldigen Sie, ich habe mich Ihnen noch nicht vorgestellt. Ich bin Gräfin von Falkenstein. Na, wir tun mal so, als wären wir Herr Schmidt. Schmidt, aha, sie heißen also Schmidt, sagt sie und zieht eine Augenbraue hoch. Darf ich Sie fragen, wie Sie in diesem fantastischen Luftschiff gelandet sind? Mein Freund arbeitet für die Regierung. Wie nett, dass er sie eingeladen hat, sagt sie, aber ihr Tonfall scheint ironisch. Das Poletenhafte an der NSDAP ekelt mich oft an, aber Adolf Hitler weiß, wie die kleinen Leute zu beeindrucken sind. Warte mal, ich glaube, ich muss kurz mal, Leute, entschuldigt mal kurz, ich muss hier mal eingreifen. Hier gibt es eine nervige Person, die wir mal komplett... So, das sollte jetzt erledigt sein. Entschuldige, die kurze Pause. Sie zeigt auf eine riesige Menschenmenge, die sich versammelt hat, um dem Luftschiff zuzuwinken. Sie müssen sich ziemlich sicher fühlen. Sagen wir mal. Nicht mal Göring persönlich würde wagen, mir ein Haar zu krümmen. Meine Familie regiert dieses Land seit Jahrhunderten. Wir haben die Franzosen, den Weltkrieg, die Revolution und die Republik überlebt. Wir werden auch das hier überleben. Außerdem schätze ich Herrn Hitler sehr. Was schätzen wir denn so an Herrn Hitler? Herr Hitler hat versprochen, das Deutsche Reich wieder groß zu machen. Genau das tut er. Es ist ihm gelungen, die Fesseln des Versailles Vertrags abzuschütteln. Er hat das Saarbecken von den Franzosen zurückbekommen und ich bin mir sicher, er wird auch die Rückgabe des polnischen Korridors erzwingen. Aber das könnte Krieg bedeuten, meinen Sie nicht? Aber nein, ich glaube nicht, dass Herr Hitler uns in den Krieg führen wird, sagt sie. Die Menschen um ihn herum sind manchmal fragwürdig, aber andere Nationen sehen uns mit Hochachtung an. Man zollt dem Deutschen Reich wieder in Respekte im Gebührt. Ist das wirklich Ihre Meinung? Die Juden, die Kommunisten, die Demokraten, die Gewerkschaften haben uns zugrunde gerichtet. Dieses Konglomerat des Bösen hat uns lange davon abgehalten, unsere natürliche Überlegenheit zu entfalten, sagt sie. Aber, und sehen Sie uns heute an, drei Jahre nachdem der Führer die Macht ergriffen hat, wir sind wieder, wer uns die Zukunft gehört, uns Deutschen. Während der Olympischen Spiele wird uns die Welt besuchen und die Welt wird das wahre, das große deutsche Reich erleben. Ich habe genug gehört. Wir gehen mal zur Lounge. Die Lounge befindet sich hinter zwei Türen, vor der zweiten steht ein Mitglied der Hindenburg-Kuh. Darf ich Ihnen etwas zum Lesen anbieten, fragt er, als ich eintreten will. Ja, warum nicht? Er gibt mir ein Nachrichtenmagazin. Bitte geben Sie es beim Rausgehen zurück. Die Lounge hat keine Fenster und wird durch indirektes künstliches Licht beleuchtet. Um kleine, runde Tische stehen bequeme Ledersessel. In der Lounge sitzt nur ein einziger Gast. Er lächelt und bietet mir den Sessel neben sich an. Klar, setzen wir uns mal zu ihm. Danke, das ist nett von Ihnen, sage ich und setze mich. Wie kommen Sie dazu, dieses Wunder der modernen Technologie genießen zu dürfen? Er spricht mit starkem amerikanischem Akzent. Oh, ein Freund hat mich eingeladen. Wirklich, sagt er und zieht eine Augenrohr hoch. Glück, muss der Mensch haben. Warum sind Sie hier? Ich, ich bin Journalist. Ich schreibe für den New Observer. Ein amerikanisches Magazin. Ich komme aus den USA. Wie ist mein Akzent wohl verrät? Hm, ich hatte keine Ahnung, Ihr Deutsch ist fehlerfrei. Nett, dass Sie das sagen, auch wenn es eine Lüge ist, lacht er. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Tom Fox, amerikanischer Journalist und Abenteurer. Wäre ich das nicht, würde ich nicht in einem riesigen Sack Wasserstoff sitzen, lächelt er. Was halten Sie vom neuen Deutschen Reich? Ich liebe die deutsche Kultur, das deutsche Essen, die deutsche Sprache. Ehrlich gesagt, hatte ich ernsthafte Zweifel an Ihrer Regierung und der Art, wie sie vorgehen, bevor ich hierher kam. Äh, was denken Sie über das deutsche Reich? Was soll ich sagen? Ich bin immer noch ein Liberaler und würde mir wünschen, dass die Vereinigten Staaten einen anderen politischen Weg einschlagen als Sie hier, sagte er. Aber nach drei Monaten in diesem Reich muss ich sagen, etwas liegt hier in der Luft. Und ich werde dafür sorgen, dass meine Leser in den USA ein möglichst klares Bild bekommen. Und wie sieht dieses klare Bild aus? Frage ich. Wie unterscheidet es sich von dem, was die Amerikaner aktuell denken? Über ihr Land gibt es viele Gerüchte, sagt Fox. Sehen Sie, wir Amerikaner lieben unsere Freiheit und das Recht zu tun, was wir wollen. Das verstehe ich. Aber Hitler und seine Partei scheinen sehr daran interessiert zu sein, sich überall in das Leben der Menschen einzumischen, fährt Fox fort. Und Amerikaner mögen sowas nicht. Nein, das mögen wir nicht. Viele amerikanische Zeitungen zeichnen das Bild eines Deutschlands, in dem Menschen willkürlich von ihrer Regierung verhaftet und getötet werden. Viele von uns, auch ich, dachten, Deutschland wäre verloren, als Herr Hitler an die Macht kam. Aber jetzt denken Sie anders? Ja, ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Deutschland sieht toll aus. Berlin sieht toll aus. Und die Gerüchte über die Misshandlung der Juden scheinen mir übertrieben. Drei Monate arbeite ich jetzt hier und mir ist noch nichts Problematisches aufgefallen. Also, die Schlagzeile wird lauten, Hitler, alles nur ein riesiges Missverständnis? Ja, so ungefähr. Obwohl ich sicher bin, dass Hitler für uns in den USA nicht der Richtige wäre, bin ich überzeugt, dass er für Sie Deutsche genau das ist, was Sie brauchen. Ich huste. Alles in Ordnung? Fragt Fox. Es gibt Informationen, die Sie und Ihre Leser haben sollten. Oh, sagt er, das klingt sehr spannend. Ich bin immer an neuen Quellen interessiert und ich versichere Ihnen, Sie können mir alles sagen. Meine Formanten bleiben immer anonym. Nicht hier. Haben Sie eine Visitenkarte, frage ich? Selbstverständlich. Hier steht die Adresse meines Berliner Büros. Falls ich nicht da bin, wenden Sie sich einfach an meine Sekretärin. Er gibt mir eine Visitenkarte. Ich muss zurück ins Restaurant. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Herr Schmidt sagt, er steht auf und geht. Wir warten auf Falks Rückkehr. Nach einiger Zeit entdecke ich Falk, der am anderen Ende der Promenade steht und zum Horizont schaut. Der Luftwaffenoffizier ist nirgends zu sehen. Gehen wir mal zu ihm. Hast du jetzt endlich Zeit, meine Fragen zu beantworten? Selbstverständlich. Es tut mir leid, dass ich dich alleine gelassen habe. Da war jemand, der für uns sehr nützlich sein könnte. Ich werde euch irgendwann miteinander bekannt machen. Was wolltest du wissen? Wie können wir Hitler daran hindern, einen Krieg zu beginnen? Hitler will den Krieg, nur noch nicht jetzt. Er weiß, dass die Wehrmacht noch nicht so weit ist. Er braucht mehr Zeit. Er muss die Welt davon überzeugen, dass sein Reich genauso wie alle anderen Länder ist, dass die Deutschen keine Bedrohung darstellen. Hitler wird also gewinnen, wenn ihn die Welt für harmlos hält. Genau das sagt Falk. Seien wir ehrlich, für die Deutschen ist es zu spät, um selber dem Nationalsozialismus aufzuhalten. Selbst wenn jemand Hitler umbringt, wird sich nichts ändern. Die meisten Deutschen würden freiwillig weiter dem Regime folgen. Was wir brauchen, ist Hilfe von außen. Aber wenn die Welt Hitler für harmlos hält, können wir auch von außen keine Hilfe erwarten. Wie können wir die Welt überzeugen? Keine Ahnung, sagt Falk. Aber wir müssen hoffen, dass es funktioniert. Wenn nicht, werden Krieg und Zerstörung über diese Welt hereinbrechen. Schlimmer als jemals zuvor. Gut, das war jetzt aber sehr viel Text und Einleitung in die Geschichte. Der Ami ist, denke ich, ein Freund von Falk, sagt Manuel Falke. Könnte sein. Okay. Wir sind jetzt im Jahr 36. Wie werden die Wahlen ausgehen? Die Wahlergebnisse sind da und alle sind gespannt, wie sehr die Deutschen ihren Führer bestätigen werden. Rheinland-Referendum. Die Rheinländer stimmen für die Remilitarisierung. Nichts wichtiger als Kohle. Goebbels nennt Kohle Deutschlands wichtigste Ressource. Es ist merkwürdig zu sehen, wie sich Nazis gegenseitig in die Quere kommen, sagt Christian Sauer während des heutigen Treffens. Gestern Nacht habe ich in einem Club etwas wirklich Seltsames erlebt. Hm. Was ist im Club passiert? Also ich bin letzte Nacht ausgegangen. In der Schlange vor dem Club steht ein Paar vor mir. Er ist schwarz, sie ist deutsche. Der Türsteher schaut ungläubig auf die beiden und fordert sie sofort auf zu verschwinden. Das ist doch nicht unerwartet, oder? Wart's ab, sagt Christian und fährt fort. Ein Polizist taucht auf und geht direkt zum Türsteher. Er flüstert etwas, was wir nicht zu hören bekommen. Hm. Moment mal, der Polizist hat ihn tatsächlich dazu gebracht, das Paar in den Club zu lassen. Genau das will ich sagen, sagt Christian. Der Türsteher hat ihn widerwillig erlaubt, den Club zu betreten und das war's. Ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Er hat sich eingeschaltet wegen der vielen Besucher und Touristen. Sie müssen vorerst das Gesicht wahren. Okay. Ein neues, neuer Raum, so wie es aussieht. Die Zeitung können wir wieder lesen. Kein Brief. Ja, da sind wir wieder in der gewohnten Runde. Wilhelm Irre sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ist er eingeliefert worden? Ist das die Zwangsjacke? Da ist wieder was zwischen den Zeitungen, Leute. Hier aber nicht. Und hier kann man es nicht anklicken. Okay, Leute. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Und diesmal sehen wir gleich von Anfang an, was unsere potenziellen Ziele sind. Entweder Freiheitsglocke, dazu brauchen wir eine Bombe. Die Zerstörung des Olympischen Glockenturms, während die ganze Welt auf Berlin schaut, wird allen beweisen, dass es in Deutschland immer noch Menschen gibt, die sich gegen Hitler und sein Regime auflehnen. Okay. Kombination von Sprengstoff und einer Auslösevorrichtung. Ich glaube, das ist unser Weg. Grenzgänger retten ist auch nett, aber machen wir nicht. Wir machen diese Aktion mit der Bombe. Okay. Gut. Bombe, Bombe, Bombe. Genau. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zur Bombe? Ist das schon irgendwie absehbar? Vermutlich noch nicht. Das heißt, wir müssen erst mal Standardkram machen. Wir gucken erst mal alles durch. Wir haben hier eine Akademikerin. Zugang zum Universitätsgelände gewinnen. Ein Treffen mit dem Hausmeister. Na, das könnte vielleicht interessant sein für die Bombe. Im Hausmeister. Obwohl, das könnte auch flugblattmäßig irgendwie sein. Weiß ich nicht. Ein Freund treffen. Mit Akademikern sprechen. Also ich glaube, diese ganzen Gespräche sind relativ wichtig. Ein Pastor treffen. Mit Christen sprechen. Okay. Dann haben wir hier Papier kaufen. Das ist wahrscheinlich nicht unsere Aktion. Farbe kaufen. Das können wir durchaus mal wieder machen zwischendurch. Ein Gewerkschaftertreffen. Parolen malen. Ja. Wichtige Sache. Spenden sammeln in Kreuzberg. Kennen wir schon. Geschäftsmann treffen. Das ist neu. Ermöglichst mit Arbeit. Denn da kriegen wir, glaube ich, dann die Lichtenberg-Arbeiter, wo wir viel Geld bekommen. Das ist auch wichtig. Weiter Arbeiter noch. Ein Freund. Okay. Gut. Das heißt, jetzt erst mal so ein bisschen Kontakte knüpfen, würde ich sagen. Wir haben im Moment 100 Mark. Das ist relativ viel. Und unsere Fahrräder sind weg. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch wirklich ärgerlich. Hätte ich das gewusst, dass wir alles verlieren. Dann wäre es natürlich Unsinn. Das ist natürlich Unsinn gewesen, da in diesen Laden jetzt zu gehen. Das ist ja fatal. Gut. Ich denke, einer muss trotzdem Geld sammeln. Nach wie vor. Wir gucken mal. Elise scheint gut zu sein da drin. Wir checken mal. Wilhelm war auch immer ganz gut, aber nicht so gut. Ne, ich glaube, Elise ist die Nummer 1 da drin. Unsere Journalistin, warum auch immer, sie in Kreuzberg so gut ist. Okay. Drei Jahre in Berlin, das überlebt kein Rat. Ah, ja, sehr schön. Gut. Und jetzt werden wir alle Kontakte jetzt erst mal anzapfen. Geschäftsmann. Wer kann das machen? Egoist, inspirierend, Freiberufler. Ja. Das ist irgendwie nicht so optimal. Ach so, wir haben doch die christlich-liberalen. Ach so, das war sie. Warte mal. Freiberufler, inspirierend, Egoist. Ja. Ach, er ist Egoist. Josef Herzberg ist Egoist. Na, das passt ja. Das passt ja. Gut, weisen wir erst mal zu. Okay, wir... Treffen wir jetzt mal hier den Akademiker. Wer weiß, ob das mit der Uni noch irgendwie wichtig wird. So. Das macht... Der katholische Konservative. Gut. Dann haben wir hier noch den Freund. Das macht Julius. Schließen wir uns erst mal alle möglichen Optionen auf. Und ich weiß nicht, mit dem Gewerkschaft, da kann Wilhelm das machen. Ja, ist nicht so optimal. Vielleicht ist hier oben was Besseres. Beim Pastor ist Wilhelm da auch nicht gut. Ne. Das als Anarchist geht gar nicht. Der Freund. Aber da ist als Anarchist auch nicht gut. Ne, dann macht er das. Dann macht er das hier. Okay, ich würde sagen, das ist der Start. Gut. Die Fahrraddiebe. Die große Geschichte. Unser Widerstandsgruppe. Wir schalten an den Fahrraddieben. Oh nein. Jetzt noch nicht gleich damit. Wir ziehen das durch. Oh, er wurde auch gleich gesehen. Schlecht. Josef Herzberg. Okay, das sind alles die neuen Optionen, die uns dadurch hoffentlich geöffnet werden. Freundin. Jetzt kommt das Geld sammeln. Solide. Und das andere Gespräch. Ja, okay. Christian wurde auch gesehen. Gut. Reinhardt-Referendum. Die Reinhardt-Stimmen für die Remilitarisierung. Ribbentrop in London. Ribbentrop präsentiert der britischen Regierung die deutsche Antwort auf das Locarno-Memorandum. Sie enthält einen Vorschlag für einen umfassenden Friedensplan. Der auf der unangeschränkten Gleichberechtigung aller Beteiligten ruht. Stipendien nur für Mitglieder der Hitlerjugend. Ah, jetzt gibt es hier so eine ausländische Zeitung. Schulpatenschaften, Preis und Stipendium werden in Zukunft die Mitglieder der Hitlerjugend vorbehalten sein. Josef Herzberg will uns während des Treffens etwas mitteilen. Keine Ahnung, ob ich euch das schon erzählt habe. Mein Onkel kennt einen Mann, der unter Goebbels arbeitet. Sie haben vor kurzem zusammen zu Abend gegessen. Und da ist mir was zu Ohren gekommen. Weißt du denn, Onkel, dass du im Widerstand bist? Nein, ich halte das vor allem geheim. Hier ist die Info. Die Befehle von oben lauten, die antisemitische Rhetorik abzuschwächen und Perclate zu entfernen, die Juden Schwarze, Roma und Sinti verunglimpfen. Ich glaube, ich weiß, was sie tun. Während der Olympischen Spielen sind die Augen der Welt auf Berlin gerichtet. Jetzt wollen die Nazis die Ereignisse der letzten Jahre vertuschen, sage ich. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie damit keinen Erfolg haben. Ich meine, ob da das Bombending irgendwie der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. So, wow. Jetzt gibt es ja viel Neues. Okay. Gut, puh. Was ist denn jetzt konkret neu? Okay, also diese Sache führt zur Werkstatt. Ich denke, die Werkstatt brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich. Ja, um die Bombe zu bauen. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Angelegenheit. Das heißt, das machen wir jetzt. Elise ist auf jeden Fall gut geeignet. Eigentlich müsste Julius das auch gut machen, aber Elise... Wir nehmen sie erst mal rein, mal gucken, ob wir da noch was anderes machen. Okay. Geld sammeln ist hier leider... Was ist denn hier los? In der Fabrik einbrechen. Kritische Information. Das ist eigentlich nichts, was wir jetzt brauchen, ne? Information über Fabrik kaufen gibt Information. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier im Kapitel 2 auch trotzdem irgendwie Informationen brauchen. Also das mit dem Fabrik... Ah, hier! Sprengstoff stehlen. Das ist wichtig. Sehe ich gerade. Bücher, Schmuck und Sprengstoff stehlen. Alles klar. Sehr hohes Risiko. Das brauchen wir. Wie viel Sprengstoff brauchen wir denn eigentlich für diese ganze Aktion? Einmal Sprengstoff. Okay, das sollte doch machbar sein, wenn wir das gut vorbereiten. Das heißt, wir müssen mit diesen Arbeitern sprechen. Gut. Inspirierend, idealistisch, Arbeiter. Haben wir hier einen Arbeiter? Ja, der Schlosser. Der könnte das machen. Ja. Ja. Hier kommt es ja vor allem darauf an, dass wir das freischalten. Das müsste möglich sein. Äh? Das ist ja noch was anderes. Grenzgänger? Bin ich jetzt hier richtig? Ach so. Das ist, dass wir müssen vorher den Zugang zum Steinbruch gewinnen. Ah. Alles klar. Alles klar. Okay, verstehe. Wir lassen das mal so. Ich bin noch im Überlegen, ob wir die beiden jetzt erstmal rauslassen. Was ist das hier nochmal? Das ist Universitätsgelände. Was kriegen wir dadurch? Äh. Dadurch kriegen wir Flugblätter und Parolen. Die Parolen, die können für uns wiederum interessant sein. Hm. Geld haben wir eigentlich genug. Christen. Spenden in Wedding sammeln. Das könnte auch noch interessant sein. Noch mehr Spendenoptionen. Ja. Christian wäre eigentlich perfekt dafür geeignet. Wie würde sich Julius da machen? Nicht so gut. Komm, dann setzen wir ihn nochmal ein. Weisen wir ihn dazu. Und das mit der Uni sollten wir eigentlich auch machen. Ehrlich gesagt. Julius. Mit Fahrrad. Die Parolen finde ich auch ganz gut, um Unterstützer zu gewinnen. Ist aber eine heikle Angelegenheit. Bisschen Risiko. Aber ich denke, wir können das machen. Gut. Und Wilhelm würde ich jetzt mal außen vor lassen. Geld sammeln wir heute nicht. Wilhelm soll mal seinen Punkt verlieren. Das wäre dann der Start. Der nächste. Eine Bombe ist, glaube ich, nicht einmal Sprengstoff. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber wir werden dann ja nachher sehen, was wir brauchen für die Bombe, wenn wir die Werkstatt eingerichtet haben. Und das sehen wir dann in der nächsten Runde. Aber Sprengstoff wird sicher dabei sein. Gut. Lassen wir das mal laufen. Den Zünder kriegt man beim Hausmeister. Na, mal sehen. Wir starten das. Das einzige riskante ist das mit Julius. Oh, wir brauchen Unterstützer. Ja, das ist auch wichtig. Okay. Wow. Gewerkschaftsführer plus 12 Unterstützer. Das ist ja richtig gut. Aber wahrscheinlich nur, wenn wir den aktivieren. Oder wie ist das? Pastor. Wir verstecken uns. Ah, verdammt. Verdammt. Okay. Schlecht. So. Vier Unterstützer ist in Ordnung. Sie wurde aber gesehen. Das ist schlecht. Julius trifft den Hausmeister. Ihm gelingt es, den Hauptschlüssel zu stehlen. Wir haben den Zugang. Das ist gut gelaufen. Okay. Sieben Unterstützer gewonnen. Das ist in Ordnung. Putsch in Spanien. Das spanische Parlament entlässt den spanischen Präsidenten. die Keto Alcala Samora. Die Hinbo kehrt zurück. Das deutsche Luftschiff kehrt von seiner ersten Reise aus Südamerika nach Friedrichshafen zurück. Juden keine Dolmetscher. Reichsinnminister Wilhelm Frick beschließt, Juden vom Beruf des Dolmetschers auszuschließen. Christian Sauer scheint während unseres heutigen Treffens sehr verstört zu sein. Ich muss aufpassen, was ich in Anwesen meiner Tochter sage. Ich habe uns wirklich in Gefahr gebracht. Was? Ist alles in Ordnung? Die Gestapo stand bei mir vor der Tür. Ich hatte keine Ahnung, was die von mir wollte oder wie sie mich gefunden haben. Dann stellte sich heraus, dass meine Tochter in der Schule Anti-Nazi-Parolen wiederholt hat. Parolen, die sie von mir gehört haben muss. Sie verdächtigen dich also? Ja, deshalb sind sie zu mir nach Hause gekommen, um Nachforschung anzustellen, sagt Christian. Ich habe mich dumm gestellt und ihnen gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wo sie solche Parolen gelernt hat. So konnte ich sie abwimmeln, weil jetzt haben sie ein Auge auf mich. Schlecht. Alles, was wir sagen, kann gegen uns verwendet werden, auch wenn es Menschen, die wir lieben, unwissentlich tun, sage ich. Eieiei, Christian. Mann, 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 Mann. Hm. Okay. Gut. Jetzt schauen wir mal. Also, was wir definitiv brauchen. Also, ich finde es schwierig. Diese Aktion mit dem Untertauchen, die hat ja überhaupt nicht geklappt. Da haben wir immer einen Punkt verloren. Das war erbärmlich. Das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Was sehr effizient war, war das mit dem Beweise vernichten. Gut, wir müssen aber als nächstes die Werkstatt einrichten. Das ist jetzt das Nächste, was wichtig ist. Das kann er zum Beispiel machen, weil das... Oder wir warten... Ja, warten wir ab mit ihm. Er kann sowieso nichts machen. Christian kann eh nichts machen. Dabei ist einer echt einer der wichtigsten. Dann müssen wir jetzt Zugang zum Steinbruch erhalten. Geheimhaltung und Stärke ist mal wieder nötig. Das sieht doch ganz gut aus. Okay. Damit bin ich ganz zufrieden. So. Jetzt sehen wir, was wir hier können. Gefälschten Reisepass. Die Parolen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Wenn wir mal wieder Parolen machen. Könnten wir aber auch hier machen. Dazu müssen wir aber... Ach so, dazu brauchen wir natürlich Farbeimer. Wir können irgendwie noch keine Farbeimer kaufen. Oder kann ich nicht richtig gucken? Ich glaube, da müssen wir irgendwas noch hinkriegen. Also, Josef, der Monarchist und Schlosser. Der muss jetzt noch irgendwie... Der muss noch mal... Kann er mit Arbeit entsprechen? Na, das geht gar nicht. Als Monarchist kommt er da gar nicht an. Kann er noch mal versuchen, mit dem Pastor zu sprechen? Auch schlecht. Oh Gott, Josef. Was fangen wir mit dir an? Ein Freund treffen. Das geht als Monarchist. Das passt. Da können wir mit den Akademien... Das könnte noch passen. Okay, und Elise lassen wir zu Hause. Oder soll sie Geld sammeln? Bei diesen Zugangsaktionen hat die Durchführung immer Folgen für das Risiko der Folgeaktion. Ah! Ah! Alles klar. Das ist ja interessant. Gut, aber das ist, würde ich sagen, eine ganz solide Vorbereitung, würde ich mal sagen. Ich würde... Also, Elise da jetzt mitzuschicken, ist doof. Elise und Christian austauschen. Dann verliert er einen Punkt. Könnte man auch machen, ja. Aber es ist halt die Frage, ob wir ihn so überhaupt runterkriegen oder ob wir ihn mehr oder minder abgeschrieben haben. Und darauf warten, dass wir Beweise vernichten. Aber gut, machen wir das mal. Tauschen wir das so aus und... Ja, und ihn lassen wir dann runterticken. Ja. Sie hämmern an meine Tür, aber bevor ich reagieren kann, haben sie sie eingetreten. Eine Gruppe uniformierter Polizisten stürmt in die Wohnung. Es folgen zwei Männer in langen schwarzen Ledermänteln. Sie zerren mich aus dem Bett. Sind Sie Julius Scheuermann? Fragt mich einer der Mäntel. Ja, das bin ich. Warum verhaften Sie mich, frage ich. Halt die Klappe, sagt der Mantel. Sie schleppen mich die Treppe hinunter auf die Straße und werfen mich auf die Ladefläche eines Lastwagens. Ich bin nicht der Einzige. Der Lastwagen ist voller Gefangene. Was ist hier los? Vorbeugende Maßnahmen, sagt einer der anderen Gefangenen. Sie haben Angst vor einem Angriff auf die Olympischen Spiele, während die internationale Presse in der Stadt ist. Würde das Bild des Sachs so freundlich in Deutschland ruinieren, dass das Regime vortäuschen will? Also verhaften Sie alle staatsfeindlichen Elemente und schaffen Sie aus dem Weg. Ohne Verhör oder Anhörung werden wir im Gefängnis eingesperrt. Am nächsten Tag werde ich in ein Büro gebracht. Ein Mann stellt sich als mein Anwalt vor. Ein Anwalt? Sagen wir mal jemand, den wir beide kennen. Zum Glück konnte ich die Polizei davon überzeugen, dass sie keine Gefahr für die Olympischen Sommerspiele bedeuten. Sie können jetzt erstmal gehen. Was ist mit den anderen? Sind noch viele andere mit verhaftet worden? Was mit denen? Leider kann ich denen momentan nicht helfen. Aber die Leute werden wahrscheinlich froh sein, wenn die Spiele vorbei sind. Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich nehme die Gelegenheit wahr und verlasse das Gefängnis. Hoffentlich hat der Anwalt recht und man wird die Gefangenen wirklich alle gehen lassen. Puh. Woher kommt der denn? Werkwürdige Aktion. So, Steinbruch. Wichtig. Wir suchen eine Schwachstelle. Ha! Das hat problemlos geklappt. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, das Einrichten der Werkstatt hat auch geklappt. Treffen mit dem Freund hat auch geklappt. Sehr schön. Christian Sauer wurde verhaftet. Die Moral der Gruppe sinkt auf 46. Oh nein. Oh nein. Italien besetzt die Grenze zum Sudan. Italienische Truppen besetzen die Grenze zwischen Sudan und Abyssinen bei Galabed westlich von Gondar. Geringe Verkäufe von Musikplatten. Die Industrie bittet um Hilfe. Die Plattenumsätze sinken seit Jahren. Die Preise sind 50% niedriger als 1930. Die Plattenindustrie fordert den Staat zum Eingreifen auf. Arbeiter unruhen in Polen. Zwar Arbeiter werden bei Kämpfen zwischen Polizei und Demonstranten in Lemberg getötet. Leute, sagt Josef Herzberg bei unserem Treffen, ist einem von euch aufgefallen, dass der Stürmer, diese Boulevardzeitung, dass man die Nebauer kaufen kann, genau. Hannah Arendt schnaubt. Hannah Arendt? Nicht, dass wir was verpassen. Die drucken nur Propaganda und brauen Müll. Das ist also der Grund, warum der Stürmer vom Kiosk verschwunden ist. Das internationale Pressekorps für die Olympischen Spiele hier und die Nazis wollen ihr Ansehen etwas aufpolieren. Ich bin nun hin und her gerissen, sagt Josef Herzberg. Ich bin froh, dass sie diesen Müll aus dem Verkehr gezogen haben. Aber es könnte helfen, den Nazis ihr Ansehen zu verbessern. Genau das fürchte ich. Für die Besucher wird es so aussehen, als sei alles, was sie über den Judenhass in Deutschland gehört haben, völlig übertrieben, sagt Josef Herzberg. Die Welt muss die Wahrheit erfahren. Ja. Okay. So. Jetzt wird es ernst. Wir haben... Äh? Christian Sauer ist verhaftet. Ach so. Entweder wir hoffen das Beste oder wir starten einen Befreiungsversuch. Ach so. Okay. Ja. Hm. Wir gucken erst mal, was benötigen wir für die Bombe. Wir benötigen für die Bombe drei Sprengstoffe und zwei Informationen. Wir haben zwei Informationen. Wir brauchen dreimal Sprengstoff. Ach du Schreck. Okay. Sprengstoff kriegen wir hier. Das haben wir schon freigeschaltet. Das müssen wir möglicherweise zwei, dreimal machen. Aber ich würde mal sagen, wir sind schon ganz am Anfang dieser Zeit und haben schon das Ziel gewissermaßen vor Augen. Insofern ist das eigentlich machbar. Der Anwalt, das müsste der Falke sein. Ja, das könnte sein. Hm. Gut. Jetzt ist die Frage. Was ist hier neu? Ach so. Das ist mit Akademikern sprechen. Spenden sammeln. Ah. Spenden sammeln ist wichtig. Das wäre ganz gut, wenn wir das freischalten. Hier oben war das doch auch irgendwo. Dass wir die besseren Spenden bekommen. Wenn wir hier sprechen, kriegen wir nämlich auch Spenden da oben. So Leute. Ich würde mal sagen, aber was ist das hier? Flugblätter. Das hatten wir schon letztes Mal. Das interessiert uns eher nicht so. Ah. Ein Beamtentreffen. Aber ich glaube, da geht es auch um Informationen. Hier. Das müssen wir natürlich machen. Und hier ist die Frage. Mal an die Kundigen. Bei dieser Befreiungsaktion. Brauchen wir da irgendwie ein Versteck? Oder geht das irgendwie so? Ach so. Nochmal mit den anderen reden. Vielleicht kann man das wieder nur einmal stehlen. Das könnte natürlich sein. Dass da wieder so ein Ding verborgen ist. Man braucht kein Versteck. Okay. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns als erstes auf diese Geschichte. dass wir ihn wieder haben. Nebenbei versuchen wir vielleicht noch ein paar Gespräche zu führen. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir vorher, bevor wir das Ganze starten, irgendwie mal wieder eine große Aktion machen mit Parolen oder so. Um Unterstützer zu bekommen. Ich gucke mal ganz kurz. Das bringt vermutlich mehr. 30. Das bringt auch 30. Das ist im Prinzip dieselbe Aktion. Na gut. Okay. Also fangen wir mal das an. Geheimhaltung ist hier entscheidend. Das sieht schon mal ganz gut aus. Könnte klappen. Ja. Ich bin ganz optimistisch, dass das funktioniert. Gut. Das nächste ist, wir müssen weiter Spenden sammeln. Elise. Du machst das gut. Und dann sollten wir weiter irgendwie Gespräche führen. Wilhelm. Kannst du mit dem Pastor sprechen? Na. Als Anarchist schwierig. Kannst du mit den Akademikern sprechen? Noch schwieriger. Kannst du mit den Arbeitern sprechen? Besser. Versuchen wir das mal. Mit ihm. Okay. Das wären dann unsere Pläne. Ja klar. Wir brauchen Farbe. Das stimmt. Wir haben in der Tat noch nicht die Möglichkeit Farbe zu kaufen. Ich glaube, wir haben echt zu wenig Unterstützer. Wir brauchen echt irgendwie Unterstützer. Wir haben wieder einen verloren. So. Jetzt kommt erstmal das Gespräch. Wilhelm irre. Sechs Unterstützer. Das war gut. Wichtig. Und der wurde nicht entdeckt. Spenden ist auch wichtig. Wir haben ziemlich wenig Geld irgendwie. Auch gut nicht entdeckt. Wobei sie hätte mehr sammeln können. Das war wenig. Jetzt. Das ist natürlich super wichtig. Ziehen wir es trotzdem. Julius gerät in Panik. Zieh es durch, Julius. Gott sei Dank. Die Attacke ist vorüber. Er ist frei. Allerdings wurden wir gesehen. Moral steigt. Okay, aber er ist wieder da. Hildegard Pitz trägt ihr schönstes Kleid und hält einen Blumenstrauß in der Hand, als ich ihr vor unserem Gebäude begegne. Wir sind seit Jahren Nachbarn. Als alleinerziehende, unverheiratete Mutter hat sie es nicht leicht, deshalb helfe ich ihr aber zu. Ich hatte gehofft, sie heute zu sehen, sagt sie, und kommt direkt auf mich zu. Schön, Sie zu sehen, Frau Pitz. Heute ist ein großer Tag, sagt sie. Was ist denn heute? Führergeburtstag, ruft sie verzückt. Aber nicht nur das. Hermann schließt sich heute dem Jungvolk an. Er wird Mitglied der Pimpfe in der Hitlerjugend. Am Geburtstag des Führers. Die Vereidigung ist Teil der Geburtstagsfeier. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie stolz ich bin. Warum macht sie das so stolz? Ich bin sicher, er wird dort Karriere machen. Er ist so ein fleißiger Junge. Ich glaube, wir wären ein bisschen vorsichtiger nach allem, was wir erlebt haben. Herzlichen Glückwunsch. Danke, sagt sie. Ich wollte sie eigentlich was fragen. Ich bin heute ziemlich beschäftigt. Würden Sie mit mir an der Vereidigung teilnehmen? Ich weiß, dass es viel verlangt, aber meine, die Person, die mit mir kommen sollte, ist verhindert. Und ich dachte, es wäre schöner, nicht alleine zu gehen. Okay. Ich meine, vielleicht nützt uns das irgendwie. Was meint ihr? Wollen wir das machen? Schlimm, der Gewerkschaftsführer. Guter Hinweis. Guter Hinweis. Den müssen wir noch aktivieren. Okay. Die Bombe mitnehmen. Was soll uns das nutzen? Ja, die Frage ist, was uns das schadet. Den Scheinwahn. Okay, der Chat scheint mehrheitlich für Teilnehmer zu sein. Anarchisten sind trotzig. Wir nehmen teil. Großartig, vielen Dank. Sie lächelt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die Veranstaltung bietet um 16 Uhr. Dann beeilen wir uns. Wir fahren mit der Bahn zu Unter den Linden. Die prächtige Promenade ist zu Ehren Hitlers mit Fahnen und Transparenten geschmückt. Der Führer blickt von Wandzeichnungen auf uns herab und starrt uns von Büsten und Gemälden in den Schaufenstern an. Es ist nicht wunderbar, wie schön Sie die Stadt geschmückt haben, sagt Frau Pitts. Bisschen übertrieben, oder? Sie ignoriert meinen Kommentar und fährt fort. Ich bin froh, dass wir gemeinsam an dieser wundervollen Veranstaltung heute teilnehmen. Ich habe immer schon gewusst, dass Sie ein guter Mensch sind und treu dem Reich und dem Führer gegenüber, ganz gleich, was die anderen Leute sagen. Was sagen denn die Leute über mich? Ach, wissen Sie, wegen ihrer Vergangenheit und was sie getan haben, bevor unser Führer an die Macht gekommen ist. Aber wie es so schön heißt, was vorüber ist, ist vorbei und heute ist heute. Okay, bevor der... Sind wir als Anarchist schon bekannt? So, so, sage ich. Da sind wir schon, Hildegard Pitts zeigt Richtung Tiergarten. Auf einem riesigen Platz im Park versammeln sich hunderte von Jungen in der Uniform des Jungvolks. Schau, sagt sie und beschleunigt ihre Schritte. Da sind die Mannholz. Sie geht direkt auf eine Familie zu, die in einiger Entfernung steht. Wir folgen ihr mal. Die Mannholz wohnen in unserem Haus. Sie haben zwei Kinder. Der Junge ist gerade eingeschult worden und das Mädchen ist zwei oder drei Jahre jünger. Klaus, ruft der Vater, als wir uns nähern. Du hörst jetzt auf, dich zu beschweren, oder wir gehen sofort nach Hause. Verstanden? Klaus weint. Ist mit Klaus alles in Ordnung? Guten Tag, werte Nachbarn, sagt der Mannholz. Tut mir leid, dass Sie mit ansehen müssen, wie dieser böse Vater seinen armen Sohn misshandelt, lacht er. Was hat denn der arme Klaus? Er will Hitler, ich meine, den Führer sehen, aber er ist eben noch nicht da. Woher weißt du das, sagt Klaus? Du passt nicht richtig auf, wir werden ihn verpassen. Ach, was für ein süßer Junge, sagt Hildegard Pitz. Natürlich willst du den Führer sehen, aber dein Vater hat recht. Er ist noch nicht da, sonst würden wir es merken. Vertrau mir, man kann die Anwesenheit des Führers spüren. Sieht sie dem Führer schon mal begegnen, Frau Pitz? Eine Marschkapelle beginnt zu spielen, der letzte Ton verklingt und die Stimme von Baldur von Schirach, dem engagierten Reichsjugendführer, dröhnt durch das Mikrofon. Mein Führer, meine Kanaraden, wir sind hier versammelt, um diesen stolzen und glücklichen Moment zu feiern, tönt von Schirach. Es ist der Führer, der Führer spricht, ruft Klaus. Wir mischen uns da mal nicht ein. Schirach fährt fort. Nach ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Nach ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes. Weil sie die höchste Selbstlosigkeit voranleben, will auch diese Jugend selbstlos sein. Weil sie die Treue für uns verkörpern, wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Die Menge schreit, sieg heil, sieg heil, sieg heil. Klaus versucht, sich zu seinem Vater durchzudrängeln. Ach komm, das ist ein Kind. Wir treten zur Seite. Papa, lass mich auf deine Schultern klettern, ich will ihn sehen. Bitte, bitte, Papa, quengelt der Junge. Herr Mannholt hebt den Jungen auf seine Schultern. Hitlers Stimme schallt durch das Mikrofon. Meine deutsche Jugend, ihr seid heute hier in dieser Muschel. Nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungs und deutsche Mädchen in euch alles das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland erhoffen. Wir hören da nicht weiter zu bei dem Gebrabbel. Ich sehe ihn, ich kann ihn wirklich sehen, ruft Klaus. Hitler fährt fort. Wir wollen ein Volk sein und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Die Menge schreit begeistert, sieg heil. Das erinnert mich an Kirche, das passt für einen Anarchisten. Wir wollen, dass dieses Volk gehorsam ist und so müsst ihr euch in Gehorsam üben. Sieg heil, schreit die Menge. Hört dieser Rede überhaupt jemand zu? Ich schaue mich um und sehe alle an, die in die Richtung des kleinen Mannes mit dem lächerlichen Bart starren. Die Augen von Hildegard Pitz leuchten, ihre Wangen sind rot vor Aufregung. Es ist, als würde jeder Zuhörer eine Offenbarung erleben. Ach komm, wir sind neugierig. Die Vereidigung beginnt und die kleinen Jungen leisten in Hitlerheit. Sie schwören, ihrem Führer treu zu sein, tapfer zu bleiben und ihm gehorsam zu zollen bis in den Tod. Diese Kinder werden verführt, aber wie ist es mit ihren Eltern? Endlich ist die Zeremonie vorbei. Wobei alle Schweigen immer noch bewegt von den bedeutenden Ereignissen des Tages. Die Menge bewegt sich in Richtung Brandenburger Tor, wo die Parade zu Ehren von Hitlers Geburtstag vorbei defilieren wird. Ach komm, jetzt haben wir genug, wir gehen nach Hause. Auf meinem Nachhauseweg sind die Straßen leer. Ich bin immer noch benommen von den Erlebnissen des Tages. Diese Leute, sie scheinen befreit zu sein, alles für ihren Führer zu tun. Sie sind bereit, ihr Leben zu opfern, sogar das ihre Kinder. Und ich frage mich... Wie können wir diese Kinder retten, bevor sie vollständig indoktriniert sind? Ein kleines Hakenkreuzfähnchen aus Papier liegt auf der Straße. Ha. Ah. Ah. Wir lassen das da mal liegen. Okay, wir haben eine Aufgabe. Okay. Moral haben wir gewonnen. Unterstütze auch. Führers Geburtstag. Offizielle Feiern zu Ehren von Hitlers Geburtstag finden im ganzen Reich statt. Amnestie für NS-Täter. Hitler unterzeichnet ein Gesetz, das NS-Verbrechern Amnestie gewährt. Völkerbund richtet Appell an Italien. Der Völkerbund bedauert, dass der Versuch der Versöhnung zwischen Abyssinien und Italien erfolglos geblieben ist. Ich fühle mich von meiner Mutter betrogen, sagt Josef Herzberg während unseres Treffens. Hat er dir Streit? Nicht ganz, sagt er. Wir waren zusammen bei einer öffentlichen Filmvorstellung über den Reichsparteitag in Nürnberg. In ihrer Aufregung hat das Publikum die Nazis auf dem Bildschirm gegrüßt und meine Mutter hat mitgemacht. Das muss ein unangenehmer Moment gewesen sein. Zumindest für mich. Damals, als Hitler an die Macht kam, hat meine Mutter ihn gehasst. Sie war absolut gegen die Nazis, aber auf einmal schreit sie siegheil. Ich muss etwas sagen, habe aber gewartet, bis wir wieder unter uns waren. Dann erst habe ich sie gefragt, wie kannst du diesen Tyrannen grüßen? Wie hat sie reagiert? In Deutschland sei die Lage jetzt besser geworden, hat sie gesagt. Sie hätte ihre Meinung geändert. Und jetzt, wo die Nazis etwas ruhiger geworden sind und Berlin die Aufmerksamkeit der Welt genießen, dürfen wir da nicht stolz sein? Wie überzeugen wir unsere Freunde und Familien, dass die Gefahr immer noch groß ist? Das ist die Herausforderung. So ist es. Okay, er ist bekannter Arbeitsloser. Ja, hau dem Kind aus dem Haul. Gut, Leute. Wir sind wieder hier. Christian ist befreit, aber natürlich sehr verdächtig. Was ist neu? Die Jungen von HJ abbringen. Die Gefahr scheint relativ gering zu sein. Ich weiß nicht, was das bringt am Ende. Wir wissen es nicht. Aber ist auf jeden Fall eine Option. So, wir hatten gesagt, wir wollten nochmal unsere Kontakte prüfen. Oh, was haben wir denn hier? Die Sozialdemokratin hält die Verbindung zu den Sozialdemokraten. Aber mit... Hä? Wir können jetzt irgendwas mit der machen, aber ich weiß nicht, was da passiert. Der Kioskbesitzer gibt uns freien Zugang zu einer kleinen Anzahl von Vorräten. Ein Zubehör. Oh, ich würde mal sagen, das machen wir mal. Was ist denn Zubehör? Ein Paket mit Lebensmitteln und anderen Alltagsgütern. Ah, okay. Das könnte später wichtig werden. Hätten wir vielleicht auch verwahren müssen. Und der Gewerkschaftsführer. Plus zwölf Unterstützer. Ich glaube, das machen wir. Okay, das ist jetzt für uns wichtig. Jetzt ist die Frage, was ist das mit der Sozialdemokratin? Was ist denn mit der... Hm. Zubehörs Fahrrad? Nee. Ist es offensichtlich nicht. Ähm. Was meint ihr? Wisst ihr das? Wollen wir das aktivieren? Wird uns später das von Nutze sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich lasse es erst mal. Also, im Prinzip... Mit der Sozialdemokratin spare ich die Aktion, es freizuschalten. Ah. Das Freischalten von... Mit den Sozialdemokraten sprechen. Oder haben wir das überhaupt? Ein Freund sprechen. Ein Pastor treffen. Ein Freund treffen. Welche Aktion ist denn das? Jungen abbringen. Mit Akademik entsprechen. Oder haben wir die Aktion schon zufällig freigeschaltet? Gewerkschafter. Mit dem Spaß einmal reden. Okay, alles klar. Dann probieren wir das mal aus. Hier wird Flugblätter verteilen freigeschaltet. Wir gucken mal. Wir testen es. Ah. Ah. Sprengstoffstehlen ist da auch mit dabei. Okay. Vorher brauche ich aber was? Zugang zur Fabrik. Und dazu benötige ich... Flugblätter. Okay. Ich sehe gerade nicht durch bei den Pfeilen, was hier die Voraussetzung ist. Ah, das ist die Voraussetzung. Wir müssen vorher Flugblätter verteilen, um dort zur Fabrik zu kommen. Ich verstehe. Okay. Wow. Da müssen wir doch Flugblätter drucken. Dann wird es jetzt komplex, Leute. Jetzt wird es richtig komplex. Können wir irgendwo... Hier haben wir wieder die Ablenkungsmanöveraktion. Dafür brauchen wir Geld. Das wäre aber eine ziemlich gute Sache, um Christian jetzt irgendwie rauszuhauen. Das heißt, wir sollten jetzt mal versuchen, an Geld zu kommen. Ich habe Flugblätter. Ach, ich habe Flugblätter. Ja, ist doch perfekt. Das ist auch gut. Okay, alles klar. Das ist ja bestens. Okay. Also im Prinzip... Ja, wir müssen jetzt zwei Sachen machen. Wir haben hier Dinge zum Freischalten, die uns Geld bringen. Und wir müssen hier Geld sammeln. Ich würde sagen, wir müssen zusehen, dass Christian jetzt erstmal... Dass wir erstmal hier frei sind von den Verdächtigungen. Deswegen werde ich jetzt hier einmal Geld sammeln. Du warst gut da drin. Starte damit. Hier hatten wir aber auf jeden Fall noch andere Aktionen, die Geld sammeln bringen. Nämlich hier, genau. Spenden im Wedding sammeln. Das heißt, das würde ich gerne machen. Diesen Pastor treffen. Und... Na, du bist wieder im Geld sammeln. Ja... Für ihn ist das jetzt super gefährlich. Aber für ihn ist das gut, mit dem Pastor sich zu treffen. Ich glaube, wir riskieren das. Ich glaube, wir können das riskieren. Oder? Ich weiß es nicht. Mit fünf Dingen. Warte mal. So, wir haben noch ein anderes Ding, wo wir auch noch irgendwo Geld sammeln hatten. Hier, genau. Mit Akademikern sprechen. Das macht Julius. Zuweisen. Gut. So, Christian. Habe ich jetzt nicht zugewiesen, ich Idiot. Warte mal. Vielleicht gibt es hier noch bessere Aktionen. Aber das ist Wilhelm irre. Na, bei Wilhelm würde es vielleicht auch klappen. Weisen wir zu. Das wird schon... Das klappt schon. Okay. Josef und Wilhelm können noch was machen. Christian muss für den Schutz was tun. Ja. Was soll er tun, ne? Gut. Okay. Wir haben... Wir haben... Wir können noch mal versuchen, mit den Arbeitern zu sprechen. Das bringt einfach nur Unterstützer. Aber Wilhelm ist da gut angesehen. Ehe wir nichts machen mit ihm, denke ich, ist das okay. Ach so. Die Jungen hier abbringen. Das habe ich hier ganz vergessen. Dann müssen wir das vielleicht machen. Ziehen wir ihn hier noch mal ab? Die Jungen abbringen. Au. Wir wissen nicht, was das... Ah, ich habe das Abziehen entschuldigt, Leute. Manchmal ein bisschen schwierig. Tja. Das bringt nichts. Information. Ne, das ist Quatsch. Geld bringt nichts. Aber wir wissen nicht, es gibt da kein Risiko. Wir haben keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir machen das. Keine Ahnung, was das bedeutet. Tja. Oder wir lassen zur Sicherheit Christian eine Woche zu Hause. Damit er wenigstens einen Punkt verliert. Ich habe so ein bisschen Angst, dass bei sechs Punkten Ende Gelände ist. Ehrlich gesagt. Das mit dem Pastor können wir vielleicht auch später machen. Wir lassen ihn zu Hause. Ist mir zu riskant. Wir starten das ohne ihn. Okay. Zwölf Mark eingesammelt. Jetzt wird weiter Geld gesammelt. Wir ziehen das durch. Verdachtgeschöpft beruhigt sich aber. Wurde gesehen allerdings. Hitlerjugend. Hitlerjugend. Also sie scheinen an unseren Argumenten nicht interessiert zu sein. Sie sind zu begeistert von ihrem Führer. Tolle Aktion. Julius. Okay. Spricht mit den Akademikern. Das ist gut gelaufen. 18. Neuunterstützer. Ach so. Das ist durch die Eventkarte. Heidrich benennt Staatsfeinde. Die Staatsfeinde sind nicht nur Kommunisten, Juden und Freimaurer, sondern auch Kirchenvertreter, die sie politisch äußern. Jedes Brautpaar erhält ab sofort ein kostenloses Exemplar von Mein Kampf. Jede Braute und jeder Bräutigum erhält ein kostenloses Exemplar. Ja. Mai feiern und dem Motto Freude am Leben. Während unseres Treffens schaut Christian Sauer nur schweigend auf den Boden. Schließlich frage ich ihn, was ist los? Meine Frau und ich haben Schluss gemacht. Ach, der hat Sorgen. Ist was passiert? Allerdings etwas Entscheidendes. Sie ist in die NSDAP eingetreten. Sie ist jetzt offizielles Parteimitglied. Ich kann es noch immer nicht fassen. Nur weil es Deutschland jetzt besser geht, hat sie beschlossen, die Gräueltaten der Vergangenheit zu vergessen und Nazi zu werden. Ich lasse mich scheiden sofort. Oh mein Gott. Es tut uns leid. Okay. Gut. So. Was ist neu? SA-Aktivitäten beobachten. Das gibt dann SA-Uniform stehlen. Das wollen wir nicht. Aber wir sind jetzt in der Lage, ein Ablenkungsmanöver zu starten. Und Elise kann aufgelevelt werden. So. Ihre Stärke ist die Propaganda. Aber wisst ihr was? Ich stärke auch ihre Stärke. Wir sind eine Truppe, die auf Körperkraft abzielt. Gut. Jetzt ist die Frage. Eigentlich würde ich das jetzt gerne durchziehen. Damit wir freie Hand haben für die weiteren Aktionen. Weil wir kriegen sonst Christian nicht da weg. So. Dann gucken wir mal, was wir hier am besten, wen wir einsetzen. Du hast 5 für die Aktion. Du hast 6. Du bist auf jeden Fall gut dabei. Du hast auch 6. Das ist vielleicht ein bisschen... Ja. Hm. Okay, wir geben jetzt viel Geld dafür aus. Ich hoffe, das gelingt. Ich hoffe, das gelingt. Sonst haben wir ein echtes Problem. Sonst haben wir ein echtes Problem. So. Christian selbst kann eigentlich nicht viel machen. Ach, der hat ja auch nichts verloren, ne? Ich wollte, dass er was verliert. Aber das ist nicht gelungen. Möglicherweise war es seine Frau. Ah, das könnte sein. Das könnte sein. So, wir haben neue Spenden. Aber das sind auch nur 30. Wir kriegen nicht mehr so viel Spenden wie früher. Das ist auch nur Maximal 30. Hm. So, Elise kann sich safe mit dem Pastor treffen. Das klappt. Dann schalten wir das auch mal frei. Tja. Und der Rest ist auf Einsatz. Ich weiß nicht. Für den Anschlag, ob man die SA-Uniform braucht, bin mir nicht sicher. Ich soll noch eine Runde warten mit dem Ablenkungsmanöver. Warum? Wird das dann ungefährlicher? Was ist der Vorteil daran? Nee, komm. Das sah gar nicht so schlecht aus. 200 Stütze verloren, 13 Mark gespendet. So, das ist jetzt wichtig. Bitte, bitte, bitte. Wir streuen falsche Hinweise. Alles läuft nach Plan. Die Behörden werden glauben. Okay. Böser Polizist kann eine SA oder Gestapo dazu bringen. Was auch immer das war. Auf jeden Fall. Wir wurden einmal gesehen. Aber die Sachen sind, glaube ich, vom Tisch. Gut. Treffen mit dem Pastor. Wurde gesehen. Italienische Truppen besetzen Addis Abeba. Die siegreichen italienischen Truppen ziehen in die abessinische Hauptstadt Addis Abeba ein. Mussolini sagt, der Krieg sei zu Ende. Luftschiff Hindenburg fliegt nach New York. Goebbels. Ich entscheide, was veröffentlicht wird und was nicht. In einem Brief an die Landesregierung behält er sich das Recht vor, selbst über Verbote der Veröffentlichung von innen- und ausländischen Zeitungen und Zeitschriften zu entscheiden. Kurz vor unserem Treffen nimmt mich Elise Hoffmann zur Seite. Ich habe gestern gesehen, wie Josef Herzberg aus einer Polizeiwache kam. Was? Hast du ihn gefragt? Nein, ich wollte erst mit dir darüber sprechen. Ich habe ihm noch nie getraut. Und jetzt ist klar, er ist ein Verräter und bespitzelt uns. Nein. Wir sprechen mit ihm. Möchtest du uns vielleicht etwas sagen? Er sieht überrascht aus und sagt, er habe keine Ahnung, wovon die Rede ist. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ne, ich glaube das nicht. Wir beruhigen Elise. Dieses Leben kann sehr belastend sein, sage ich zu Elise. Das geht bei uns allen so. Versuch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wir sagen, Elise, sie spinnt. Gewisserweise. Aber auch da kriegen wir nicht das vieler Geld. Spenden und Wettungen sammeln bringt... Oh, doch. 60. 60. Alles klar. Vorher müssen wir aber hier noch mit Christen sprechen. Ja gut. Wir sind die meisten Punkte losgeworden. Das ist schon ein Erfolg gewesen. Das würde ein Monarchist noch niemals tun. Zur Polizei gehen oder lügen? Hm. So, jetzt ist die Frage. Wie bereiten wir uns jetzt vor? Was ist jetzt eigentlich das nächste Ziel? Also, wir brauchen für die Aktion Sprengstoff. Das ist klar. Wir brauchen eigentlich Christian. Und zwar Christian in bester Verfassung. Also, welche drei würden das machen? Christian. Julius vermutlich. Und Wilhelm. Das heißt, Christian muss irgendwie noch sauber werden. Dann können wir da starten, würde ich sagen. Vorher machen wir was anderes. Wir brauchen vermutlich wieder nochmal Geld, um irgendwann nochmal wieder Ablenkungsmanöver zu machen. Was ist das jetzt eigentlich? Kann eine SA oder Gestapo dazu bringen, zu verschwinden? Okay. Wie auch immer man das dann aktiviert in der Situation, wo man es braucht. Oder meint das diese Figuren? Weiß jemand, was das meint? Der böse Polizist? Die Polizisten sind ja offenbar hier immer in den Bereichen, wo es rot ist. Okay, hier blablabla sagt auch auf der Karte. Gute Nacht, Manuel. Das kann sein. PK. Hm. Okay. Wir probieren es mal. Okay. Hebt einen roten Bereich auf. Gut. Dann sparen wir uns das vielleicht, wenn es wirklich ernst wird, mit dem Clown. Ich will da, wie gesagt, noch ein oder zwei Runden warten mit. Die Frage ist, ob die anderen dann rote Punkte bekommen bei den anderen Aktionen. Ja, das ist jetzt so eine blöde Entscheidung. Wird es? Ich gucke mal, wie die Situation jetzt ist eigentlich. Wenn wir das machen. Oh, das ist. Die Gefahr ist hoch. Wird natürlich da noch höher. Noch höher. Ah, das geht. Aber wir kriegen eh nicht mehr als einen. Ich weise das mal zu. Und nutze jetzt mal den bösen Polizist. Okay. Köpenick ist einer weniger. Also das hat geklappt. Und jetzt ist das Risiko, ist das irgendwie bedeutend geringer geworden. Ja. Ich denke, wir können das wagen. Wir ziehen es jetzt durch. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, viel besser wird es einfach nicht. Viel besser wird es nicht. Ich lasse Christian trotzdem jetzt weg. Und gucke mal. Mit Arbeiten entsprechen. Das hatten wir hier schon. Das bringt da nichts weiter. Ich denke, Geld sammeln ist das entscheidende. Wir hatten doch irgendwo einen Ort gefunden, wo es viel Geld gibt. Hier waren 30. Wo waren das jetzt? Da oben. Ach so. Wir müssen vorher das machen. Mit den Christen sprechen. Das passt perfekt. Sie ist ja Christin. Okay. Dann haben wir eine gute Aufteilung. Ja, ich finde auch, das mit dem bösen Polizist ist ein bisschen komisch. Okay, Leute. Starten wir das. Ich denke, das ist jetzt ein guter Plan. Jetzt ist es wichtig, dass das mit der Bombe klappt. 13 Mark gespendet von unseren Unterstützern. Hier oben sprechen wir mit Christen. Das sollte gut. Ziehen wir durch. Sie wurde leider gesehen, aber fünf Unterstützer ist nicht zu verachten. So, jetzt das. Wichtig, wichtig, wichtig. So, wir schleichen uns in den Steinbruch. Wir schaffen das. Ein Sprengstoff. Immerhin. Wir wurden gesehen. Aber egal. Immerhin. Das ist schon... Wir sind deutlich näher dran als beim letzten Mal. Wir haben eine Sache. So, neuer Premierminister in Spanien gewählt. Santiago César Esquereo, der ehemalige spanische Innenminister, wird spanischer Premierminister. Die Mehrheit seines Kabinetts besteht aus linken Republikanern. Gewaltenteilung ist vorbei. Oberste Jurist Hans Frank erklärt, im Dritten Reich gibt es keine Gewaltenteilung mehr. Die einzige Macht im Staat ist die des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler. Deutsche Lokomotive am schnellsten. Die Stromlinien vorliegen Dampflok der Firma Borsig in Berlin stellt mit 200 kmh auf der Strecke Berlin-Hamburg einen neuen Weltrekord auf. Hey, wie gehen wir mit Josef Herzberg um? Fragt ihr diese Hoffmann leise. Was meinst du damit? Du weißt wirklich von nichts. Seine Frau ist Parteimitglied. Eine Nazi. Äh, war das nicht... Hat er nicht seine Frau gerade verloren? Oder was ist ein anderer? Ich sehe nicht mehr durch, Leute. Das kann nicht stimmen. Leider doch. Heute Morgen habe ich seine Frau auf dem Rathaus getroffen. Sie trug das Parteiabzeichen am Revers. Ich sage ja nicht, dass es die Schuld von Josef ist. Aber ein Problem bleibt es trotzdem. Was machen wir denn jetzt? Tja, Leute. Wie war das mit Josef nochmal? War das der mit der Polizei? War das der mit... Hm. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Oder war das der andere? Bei klein ist er fällig? Okay, das war der Josef. Okay, wer war das mit der Polizei? Das ist jetzt schon die zweite Sache. Vertrauen wir ihm? Es war Christian, sagt Piero. Jetzt wird es verrückt. Ihr könnt ja zurückscrollen. Aber die Frage ist, ob wir ihm vertrauen oder ob wir ihm noch eine Chance geben. Ich weiß nicht, ich bin unsicher. Was sagt der Chat? Kriegt er noch seine Chance? Vielleicht ist Elise auch ein Spitzel. Der Chat sagt, raus mit Josef. Die Alte streut Zwist. Schmeißt Luise raus. Das geht im Moment nicht. Muss bleiben. So kommen wir auch nicht weiter. Ich gebe ihm noch mal eine Chance. Also bei der nächsten Sache. Ich meine, es kommt immer von ihr. Er ist doch schließlich nicht verantwortlich, was seine Frau tut. Wir müssen mal aufpassen jetzt. Wir können nicht jeden rausschmeißen. Na gut. Moral minus drei. Okay, die Bombe ist tatsächlich weg, Leute. Die Frage ist, wo kriegen wir die dritte Bombe her? Also erstmal müssen wir diese haben. Die sind alle ein bisschen gefährdet. Und so, Leute. Das ist neu. Spenden sammeln in Wedding. Das ist eine richtig gute Sache. Das müsste eigentlich Elise machen. Ja, 33 bis... Oh, das ist perfekt. Sie ist super geeignet jetzt hier in Wedding, um uns Geld zu besorgen. Sehr schön. Das ist sozusagen jetzt unsere Geldfälle. Jetzt ist die Frage. Konzentrieren wir uns vielleicht erstmal darauf, mehr Unterstützer noch zu bekommen? Wir haben aber immer noch keine Farbe. Kommen da vielleicht mit den Freund-Sachen noch mehr Sachen dazu? Mit den Christen sprechen. Das hatten wir eigentlich schon, ne? Genau. Ein Freund. Hm. Wir können auch erstmal diese Flugblätter verteilen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Geheimhaltung und Propaganda. Christian ist gut geeignet. Sechs. Ah. Wird riskant. Aber die Mission brauchen wir. Und wir kriegen Unterstützer durch die Mission. Das wäre schon eine ganz gute Sache eigentlich. Das Risiko ist tendenziell überschaubar. Ich würde es riskieren. Wir schicken alle los. und Josef lassen wir zu Hause. So würde ich das sagen. Dann verliert er einen Punkt. Ja. Mit Leuten sprechen. Das müssen wir auch machen. Ich meine, die Josef kann vielleicht noch mit Leuten sprechen. Wir haben auch eine Möglichkeit. Irgendwas super Risikoloses. Ja. Um noch irgendwas freizuschalten. Wobei, er muss Punkte verlieren. Oder wir sammeln wieder so viel Geld, dass wir wieder uns, äh, uns freikaufen hier. Durch ein Ablenkungsmanöver ist wahrscheinlich die beste Strategie. Scheint mir besser zu sein. Und für alle 60 ist irgendwie nicht so problematisch. Als für einen 30. So, das ist jetzt wichtig, dass das klappt. Ein gewisses Risiko. Wir verteilen Flugblätter. Das hat super geklappt. Super. 13 Unterstützer und nicht entdeckt worden. Hervorragend. Jetzt, dass viele Geld sammeln. Elise. Ja, ja. Der Rube rollt, Leute. 51. Perfekt. Das ist fast schon einmal Beweise vernichten. Das ist der Freund. Auch das hat gut geklappt. Okay. Das war eine sehr erfolgreiche Woche, würde ich sagen. Neuer deutscher Bomber auf Flugschau vorgestellt. Die neue Juncker SU 86 schafft es, das Publikum auf einer internationalen Flugschau in Stockholm zu beeindrucken. Italien. Alle Männer zur Miliz. In Zukunft müssen sich alle Männer im Alter zwischen 21 und 55, die in der Lage sind, Waffen zu tragen, der italienischen Miliz anschließen. Offizielle Warnung an alle Autofahrer. Aufgrund der Zunahme von Unfällen bitte das Justizministerium Autofahrer vorsichtiger zu fahren, wenn sie Alkohol getrunken haben. Wilhelm Irre ist heute Abend guter Stimmung. Was für ein großartiger Abend. Irgendwann sollten wir alle zusammen dorthin gehen. Wo sollten wir alle zusammen hingehen? Wir sollten tanzen gehen. Es war wundervoll. Letzte Nacht im Mokka-Efti-Club. All diese fantastische Musik, die einen einfach dazu bringt, aufzuspringen und das Leben zu feiern. Noch vor einem Jahr war vieles von dem verboten. Es ist fantastische Musik, sage ich. Und du hast recht. Wir sollten tanzen gehen. Das ist doch Wahnsinn, dass das vor kurzem noch verboten war. Aber die Besucher sind davon begeistert. Also hat das Regime einen Rückzieher gemacht. Tanzen gehen ist wieder möglich. Brauchen wir aber nicht, wenn unsere Moral ist. Marpol, aber die Moral ist trotzdem gut. Oh Gott, was gibt es jetzt für neue Optionen? Ja, und hier haben wir tatsächlich bald Zugang zum nächsten Sprengstoff. Das sieht auch ganz gut aus hier. Was haben wir hier? Beweise verschwinden lassen. Kostet 80. Ist möglicherweise Arsch. Das scheint eine gefahrlosere Sache zu sein. Für mehr Geld. Das ist gut zu wissen. Hier können wir einen Beamten treffen. Okay. Hier oben einen Freund treffen. Parolen malen. Das ist nett, aber wir brauchen immer noch Farbe für die Aktion. Das ist tanzen gehen. Brauchen wir nicht. Wir kriegen das anders hin. So, was haben wir hier? Auch nochmal tanzen gehen. Okay. Ein bisschen, weiß nicht, war das günstiger? Informationen über das Industriegebiet kaufen. Er bringt Informationen. Brauchen wir aber nicht. Aha. Hier, das ist der Zugang, den wir haben müssen. Den müssen wir auf jeden Fall herstellen. Okay, das sieht aber ganz easy peasy im Moment aus. Die Gelegenheit sollten wir wahrscheinlich nutzen. Hier haben wir noch einen Geschäftsmann. Ja, da können wir Zugang zu Geschäftsleuten haben. Das sollten wir auch angehen. Das können wir gleich Elise zuweisen. Auch wenn sie eigentlich Geld besorgen soll. SA-Aktivitäten bringt am Ende jetzt nur die Uniform. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, um Zugang zu bekommen. Geheimhaltung und Stärke, die üblichen Sachen. Ja. Okay. Beamten treffen es gut mit Josef. Warte mal. Elise. Die hat das mit dem Geschäftsmann. Ich frage mich, ob wir Elise nicht doch besser beim Geld haben. Ja. Da wird es ein bisschen schwierig. Christian könnte das vielleicht auch. Wo ist denn der Beamte nochmal gewesen? Da. Ja, das ist ziemlich okay. Weisen wir mal zu. Und Christian. Können wir hier noch irgendwo Geld sammeln? Reisepass brauchen wir nicht. Oder wollen wir lieber einen Freund sammeln? Ich würde lieber Geld sammeln. Das ist auch ganz okay, weil er katholisch ist. Machen wir das mal so. Wir brauchen auch wieder weiter Geld. 58, um möglicherweise wieder das Versteck zu machen. Okay. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum nächsten Sprengstoff. Das ist gut. Okay. Starten wir das durch. Gerade als ich nach Hause komme, treffe ich eine meiner Nachbarinnen. Hilgert Pitz. Die Strahlen unser Gebäude verlässt. Hallo Julius, sagt sie mit trennender Stimme. Na, Frau Pitz schon wieder. Wie geht's? Ich gehe feiern. Ich habe eine neue Stelle und werde doppelt so viel verdienen wie bei meiner alten. Glückwunsch. Danke. Sie lächelt. Die NSDAP steht uns ja so sehr zur Seite. Sie geben nicht nur unserem Land eine neue Richtung, sagt sie. Deutet auf die Nachbarschaft. Sie haben auch mir zu einer neuen Stelle verholfen. Oh, Sie sind der Partei beigetreten. Naja. Wie alle anderen auch. Ich denke, die allermeisten unterstützen unseren Führer. Es ist ihnen nur ein bisschen peinlich. Das wird sich bald ändern. Ihre naive Begeisterung wird fast sympathisch. Nur reden wir leider über Hitler. Sie geht davon aus, dass ich auf ihrer Seite bin. Ich werde das jetzt so stehen lassen. Sie weiß ja, wo ich wohne. Was für eine Stelle hat man für sie organisiert? Ich werde als Wächterin arbeiten in einem der Speziallager außerhalb der Stadt. Mir wird schwindelig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann meine instinktive Reaktion nicht unterdrücken. Aber Frau Pitts merkt es kaum. Keine Sorge. Sie haben mir versprochen, dass es nicht gefährlich sein wird. Und sowieso. Jemand muss es ja tun. Und die Bezahlung erst, grint sie. Und wie finden Sie das? Irgendwie schaffe ich es, die Beherrschung nicht zu verdienen. Pitts zuckt die Achseln. Naja, ich gebe zu, es ist ziemlich einschüchternd. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Aber die haben gesagt, dass diese Arbeit nur an besonders treue Parteimitglieder vergeben wird. Sie lächelt wieder. Frau Pitts, seien Sie vorsichtig. Natürlich machen Sie sich keine Sorgen. Hilgert Pitts entfernt sich. Ich höre noch, wie sie ein kleines Lied vor sich her pfeift. Die naive, immer freundliche Frau Pitts, die Kekse für die Kinder im Haus backt, wird Wächterin in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager. Das Böse unter uns verbreitet sich und trägt ein glückliches Grinsen. So. Drei Unterstützer verloren. 17 Mark wurde gespendet. Das ist jetzt wieder eine wichtige Aktion. Okay, Fabrik. Wir haben einen Gauner kennengelernt. Sehr gut. Und wir können das Gelände betreten. In Mitte. Da treffen wir die Beamten. Haben einen Unterstützer gewonnen. Und hier wird Geld gesammelt. Christian macht das. Oh, das ist aber auch sehr anständig. Was er da geschafft hat. Und hier ist das Gespräch mit dem Geschäftsmann. Ah, sie wurde leider gesehen. Eine Moral verloren. Zwei Unterstützer gewonnen. Handelt und vereinigt euch. Deutsche Sozialisten, Kommunisten und Demokraten im Exil in Paris fordern die Bildung einer deutschen Volksfront. In einem Aufruf zum Handeln und Vereinigen. Hitler-Jugend-Aufnahme stoppt. Die Hitler-Jugend unterliegt einem allgemeinen Aufnahmeverbot, bis zum 20. April 37, da ihr maximale Mitgliederziel bereits erreicht wurde. Nicht genügend Autos. Während 1,6 Millionen Deutsche ein Auto kaufen möchten, sind im Bereich nur 800.000 verfügbar. Wilhelm Irre war den ganzen Abend zappelig und abgelenkt. Schließlich kommt er mit der Sprache raus. Warum bin ich hier? Aus dem gleichen Grund wie alle anderen. Um Widerstand zu leisten. Er wirft vor Verzweiflung die Hände hoch. Wenn ich angeblich hier bin, um dem Regime zu widerstehen, warum schickst du mich dann nicht auf eine Mission? Glaubst du, ich käme damit nicht klar? Ja, klar. Du kriegst die Mission. Wenn ich eine passende Mission gefunden habe, gehört sie dir. Das hoffe ich. Okay, wow, das hatten wir noch nie, dass die Leute frustriert sind, wenn sie nichts machen. Oh mein Gott. Was öffnet sich denn jetzt hier? Oh mein Gott. So, wartet mal, Leute. Was ist das denn? Ausrüstung stehlen. Aha, da bekommt man eine zufällige Ausrüstung. Könnte auch nochmal interessant sein. Bis zu 8 Sachen. Gut. Das ist jetzt Sprengstoff. Im Moment. Hm. Das Gesamtrisiko ist hier nicht sonderlich hoch, aber unsere Leute, da ist es ein bisschen schwierig. Gute Nacht, Colin Zombie. Okay, was haben wir noch neu? Achso, das sind die Geschäftsleute. Was kann man da machen? Das Dienstmädchen von einem NSDAP-Bonsen kennenlernen. Zugang zum Büro mit wichtigen Informationen. Das benötigen wir eigentlich nicht. Bücher. Das Problem ist, wir brauchen eine dritte Bombe. Und ich weiß nicht, wo die zu finden ist. Oh, es gibt hier noch was Neues. Die Welt informieren. Ja gut, das ist ein anderer Weg. Den gehen wir jetzt nicht. Wo kriegen wir jetzt noch eine Bombe her? Zugang zum SA-Hauptquartier. Das ist wie der SA-Uniform. Flugblätter. Schwarzmarktangebote. Auch hier Ausrüstung. Auch interessant. Benötigt aber Flugblätter verteilen. Achso, das müssen wir vorher machen. Ja, Leute. Hm, 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 hm. Wir brauchen... Vielleicht führt uns der Freund irgendwie weiter. Ich weiß es nicht. Also die maximale Unterstützerzahl haben wir. Achso, der Gauner. Ja, da können wir mal gucken. Was kann der? Weiß, wo man die Art von Dingen bekommt, die schwer zu bekommen sind. Er kann uns im Moment noch nicht helfen, aber später. Schade. Ich dachte, er würde Sprengstoff besorgen. Okay, wir müssen weiter reden, sagt ihr. Gut, dann machen wir das. Die Frage ist, ob wir jetzt die Sache hier durchziehen können. Schon, oder ob unsere Leute erstmal wieder clean sein müssen. Wir versuchen erstmal. Mal gucken, wie hoch das Risiko ist. Das Risiko ist zu hoch. Ich würde sagen, das machen wir nicht, sondern wir machen wieder das nächste Ablenkungsmanöver. Wir haben die Kohle dafür, 105, damit die Leute clean sind und dann klauen wir den Sprengstoff. Ich denke, das ist ein ganz guter Weg. So. Wen setzen wir dafür ein? Ja, wartet mal. 3, 2 sind 5. 4, 2 Wilhelm muss da mitmachen. Und... Ja, ist alles nicht so prall. Ja, das muss aber klappen. Wenn wir länger warten, wird es noch schwieriger. Nein, das bringt nichts. Okay, versuchen wir es. Das ist keine optimale Geschichte, aber bisher hat das immer geklappt. Gut, dann... Dann sind diese zufälligen Sachen tatsächlich ganz nett, finde ich. Aber Elise muss Geld sammeln. Elise muss weiter Geld sammeln. Wo war das fette Geld? Das war ein Wedding. Ja. Okay. Und dann gucken wir mal, dass wir diese zufälligen Dinge bekommen. Wo waren das jetzt alles? Beziehungsweise kriegen wir das überhaupt noch? Ich glaube, das waren jetzt... Achso, die müssten wir erst freischalten. Leute, ich fälle hier langsam ein bisschen in den Überblick. Bonsen. Bonsen. Schwarzmarktangebote. Dazu müssen wir Flugblätter verteilen. Aber es war doch noch irgendwas zufälliges, ne? Ich sehe nicht mehr durch. Beamten treffen. Information kaufen. Achso, wir haben auch gesagt, wir wollen... Wir müssen hier neue Optionen freischalten. Dann machen wir das mal. Freund treffen, das wird er hinkriegen. Oder? Ja, das kriegt er hin. Komm. So. Gut. Gehen wir das an. 300 Schützer verloren. 18 Mark gespendet. Das ist jetzt wichtig. Wir ziehen das durch. Okay, Gott sei Dank. Gut. Sehr schön. Wir haben es wieder hingekriegt. Hm? Ah, da riskiere ich jetzt mal nichts. Abgebrochen. Naja. Okay. Hier ist Geld sammeln wieder angesagt. Wichtig, dass das klappt. Leider wohl Elise gesehen. Okay. Moral gestiegen. Unterstützer ein bisschen verloren. Neues Gesetz gegen entartete Kunst. Ausländisch klingende Künstlernamen sind verboten. Ab sofort ist die Verwendung eines ausländisch klingenden Künstlernamens verboten. Die Annahme eines Pseudonyms muss von Amt für Kunst und Musik genehmigt werden. Fälschungssichere Banknoten. Neue fälschungssichere Banknoten werden in Deutschland umgebracht. Josef Herzberg erzählt eine Geschichte, als ich beim Treffen ankomme. Ich habe gesehen, wie zwei Journalisten aus den Niederlanden eine deutsche Athletin in einem Café mit Fragen bedrängt haben. Und was haben sie gestellt? Soweit ich verstanden habe, waren die Fragen harmlos. Und die Athletin hat gerne geantwortet. Da war nur dieser fremde Mann, der sie aus kurzer Entfernung unter der Bauch beobachtet hat. Ich glaube, wir alle wissen, was der Typ war. Geheimpolizei. Okay, müssen wir vermutlich auch aufpassen. So, jetzt sind wir erstmal einigermaßen sauber. Und jetzt ziehen wir die Bombenaktion erstmal durch. Scheuermann, irre, sauer. Mit Fahrrad. Das sieht doch ganz solide aus, würde ich mal sagen. Das weisen wir zu. Okay. Harry, ja, wir haben das schon mehrfach ausprobiert. Das war sehr unergiebig hier mit dem Untertauchen. Deswegen machen wir das gerade nicht mehr. So, Leute. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was jetzt hier noch sinnvoll ist. Die Geschäftsleute bringen das Dienstmädchen, bringen Informationen, bringen Bücher schmuggeln. Das interessiert mich nicht. Wahrscheinlich muss ich mir das mal aufschreiben. Das interessiert mich auch nicht. Ausstellungsbesuchung interessiert mich auch nicht. Spenden sammeln. Ah ja, Stichwort Spenden sammeln. Nee, mit Christen sprechen wollen wir nicht. Aber wir wollen hier... Oh, das wird riskanter hier im Wedding. Aber es ist einfach zu lukrativ, was sie da macht. So. Wollen wir es nochmal probieren mit dem Freund? Wir müssen jetzt die Option irgendwie freischalten. Ah. Das geht ja gar nicht. Was ist denn mit ihm los? Hm. Hm. Was machen wir mit ihm? Mit Arbeitern. Als Schlosser. Aber er ist Monarchist. Das ist das Problem. Die hassen Monarchisten. Das geht gar nicht. Das ist alles unschön. Das ist alles unschön. In Kreuzberg zu sammeln. Nee, nee. Das ist das gleiche Problem. Tja. Ich weiß nicht so recht, was ich mitmache. Wir können ihn einfach auch stehen lassen. Dann verliert er seinen Punkt. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Okay. Gut. Wichtig ist jetzt, dass wir den zweiten Sprengstoff stehlen. Dann kommen wir der Sache wirklich sehr, sehr nahe. Das große Ziel. Das muss jetzt klappen, Leute. Das muss jetzt klappen. So, wir sind... Komm, wir ziehen es durch. Er geht wieder. Jawohl. Okay. Einer wurde gesehen. Das ist okay. Hier wird wieder gesammelt. Wir müssen jetzt nicht so viel riskieren. Beruhigt sich wieder. Ja, wir wurden leider gesehen und auch nur 20 gesammelt. Okay. Was kommt jetzt? Im Zugfenster fliegt die Landschaft vorbei. Berge, Wälder, Flüsse, Dörfer und Städte. Seit Jahren bin ich nicht mehr im Ausland gewesen. Ach, Deutschland. Wie hast du dich verändert? Der Zug hält an. Es sieht aus, als hätten wir die Grenze erreicht. Die Tür zu meinem Abteil öffnet sich. Ein Mann in deutscher Grenzschutzuniform steht im Flur und ruft Teil Hitler. Ihre Papiere bitte. Wir geben den Reisepass. Er nimmt meinen Pass, prüft ihn sorgfältig und gibt ihn mir schließlich zurück. Wortlos zieht er wieder die Tür zum Abteil zu. Der Zug fährt wieder an, hält aber einige Minuten später ein zweites Mal. Jemand klopft an die Tür. Äh, ja bitte. Bonjour Monsieur, votre passeport s'il vous plaît, sagt ein korpulenter Mann in schwarzer Uniform. Übergeben den Reisepass. Er wirft einen kurzen Blick auf das Passfoto und dann auf mich und gibt das Dokument mit einem lächelnd zurück. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon voyage. Der Zug fährt wieder los. Der war aber freundlich. Warum sind wir jetzt in Paris? Wir kommen am Gare du Nord in Paris an. Ich schnappe mir meinen kleinen Koffer und verlasse den Zug. Auf dem Bahnsteig winkt meine junge Frau zu. Es ist Jahre her, aber ich erkenne Claire sofort. Zum ersten Mal habe ich sie in Berlin getroffen. Jetzt ist sie meine Kontaktperson zum Widerstand hier in Paris. Julius, willkommen. Schön, dich hier zu sehen. Wir umarmen uns. Wie war die Reise, fragt sie. Es ist komisch, Deutschland nach so langer Zeit wieder mal zu verlassen. Oh, das kann ich mir gut vorstellen, sagt sie. Brauchst du Hilfe mit deinem Gepäck? Nein, das ist in Ordnung. Ich kann das alleine tragen. Wir treffen unsere Freunde um 15 Uhr in einem schicken Café und weit von hier. Soll ich dir in der Zwischenzeit die Stadt zeigen? Ja, zeigt mir Paris. Wir gehen einen Boulevard entlang in Richtung Seine. Claire zeigt auf bedeutende Gebäude und Denkmäler und erzählt über die Geschichte der Stadt. Die Leute sitzen auf Terrassen und trinken Café au lait. Alles ist aufregend und bunt. Die Kleidung der Leute, die Ware in den Schaufenstern, die Werbung an den Häusern. Na, wie findest du Paris, fragt Claire. Es erinnert mich an Berlin, in den alten Zeiten, bevor Hitler an die Macht gekommen ist. Wie ist die Lage jetzt in Deutschland? Die Nazis sind milder geworden. Die Olympischen Spiele sollen die ausländische Presse und ausländische Regierung davon überzeugen, dass Hitlers Deutschland ein ganz normales Land ist. Aber hinter den Kulissen macht sich der alte Terror weiter breit. Unglaublich, wie tapfer und entschlossen ihr geblieben seid, sagt Claire. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten könnte. Wie schaffst du das? Wir haben keine Wahl. Und was ist das Schlimmste, fragt Claire? Der Terror. Das tut mir leid, sagt Claire. Vielleicht kannst du dich hier ein bisschen ablenken. Oh, wir sind angekommen. Hier sollen wir uns mit den anderen treffen. Sie zeigt auf ein Café direkt vor uns an der Seine. Ein Kellner bringt uns zu einem Tisch für vier Personen. Unsere Freunde sind noch nicht da. Ich setze mich und genieße den Blick auf die Seine und auf die Kathedrale von Notre Dame. Claire bestellt. Die Glocke von Notre Dame läutet drei Uhr. Denkst du, unsere Freunde kommen noch? Ach, ihr Deutsche und eure Pünktlichkeit. Du bist jetzt in Paris. Gewöhnlich ein bisschen an laissez-faire. Oh, sie weiß auf ein Paar, dass er von zukommt. Und hier sind sie auch schon. Bonjour, ihr zwei. Sie stellen sich als Hannah und Richard vor. Beide sind deutsche Kommunisten, die 34 vor der Verfolgung durch die Gestapo aus Deutschland geflohen sind. Ich erzähle ihnen, wie sich die Lage seit ihrer Flucht verändert hat. Richard sieht mich an und sagt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, oder? Hm, ich nehme an, du wirst es mir sagen. Es ist gut, dass du gekommen bist. Was du erzählt hast, ist ernüchternd. Wir müssen davon ausgehen, dass das deutsche Volk derzeit nicht davon überzeugt werden kann, die Faschisten zu bekämpfen, sagt Richard. Ja, es sieht so aus, als wäre die Mehrheit der Deutschen mit Hitler zufrieden. Wie dem auch sei, sagt Richard. Selbst wenn jeder einzelne Deutsche zu Hitler stehen würde, ist es unsere Pflicht, dem Regime ein Ende zu setzen. Die Unterstützung durch große Teile der Bevölkerung ist keine Entschuldigung für Terror und Unterdrückung, sagt Hannah. Ich verstehe dich, es gibt keine Entschuldigung für Terror. Hitler hat es geschafft, die Menschen in Deutschland von seinem Wahnsinn zu überzeugen. Wenn die Bevölkerung dem Regime keinen Widerstand leisten kann oder will, dann müssen es die Menschen außerhalb des Landes tun. Was meinst du mit Menschen außerhalb des Landes? Es gibt nur ein Land mit einem klaren antifaschistischen Programm und der Macht, Deutschland in seine Schranken zu weisen, sagt Richard. Die Menschen, denen es gelungen ist, Adel und Bourgeoisie zu besiegen. Na, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich spreche natürlich von den glorreichen Genossen in der Sowjetunion. Wer ist sonst willensunfähig, Hitler und die Faschisten zu besiegen? Sprichst du über Krieg? Über Hitler sprechen heißt über Krieg sprechen. Wir alle hier wissen das. Die Deutschen sind verblendet und folgen ihm wie Lämmer auf die Schlachtbank. Deine Gruppe ist klein und isoliert. Ihr braucht einen Verbündeten, die Sowjetunion. Das einzige wirklich eindeutig antifaschistische Land, das in Europa eingreifen könnte. Leute, wir sind Anarchisten und das geht gar nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Hier, sagt Hannah und reicht mir eine Notiz mit einer Adresse. Wenn du wieder in Berlin bist, geh zu dieser Adresse. Die Leute dort können dir helfen, Kontakt zu den sowjetischen Genossen aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wir müssen jetzt gehen, sagt Claire. Es gibt da noch jemanden, den du treffen solltest. Wen meinst du, fragt Hannah. Diesen unerträglichen Bourgeois? George? Claire nickt. Von wem sprecht ihr? Du wirst sehen, sagt Claire. Wir werden ihn ja treffen. Hör bitte nicht auf George, sagt Hannah. Er ist ein Bourgeois und ein Spinner. George glaubt, es reicht, in teuren Bars herumzusitzen, um die Welt zu verbessern. Hannah, es reicht, sagt Claire und geht zur Tür. Gehen wir, Julius. Auf Wiedersehen, Genosse Julius, sagt Richard. Es war schön, dich kennenzulernen. Und Hannah hat recht. Hör nicht auf George. Ich gehe mit Claire über die Boulevards, die noch voller Menschen sind. Es wird dunkel und ich sehe immer mehr Menschen, die in Abendkleider und Smokings gehüllt auf dem Weg ins Theater oder Konzert sind. Wir betreten eine elegante Bahn neben einem riesigen Hotel. Die Mahagoni-Theke ist die längste, die ich je gesehen habe. Dort drüben, sagt Claire. Claire führt mich zu einem jungen Mann, der in einem Ende der ungewöhnlich langen Bar sitzt. Er hat eine Flasche vor sich und nimmt einen großen Schluck aus seinem Glas, bevor er es bemerkt. George. Hello, sagt Claire. Das ist der Besuch aus Deutschland, von dem ich dir erzählt habe. Prost, sagt der Mann und hebt sein Glas in meine Richtung, bevor er es in einem zuklärt. Bienvenue à Paris. Merci. Mein Name ist George, ich bin ein Schriftsteller für die Stimme der Freiheit in der Stadt der Liebe, sagt George. Wir sollten die ernsthaften Themen schnell abhaken, damit wir über die schönen Seiten des Lebens reden können, nicht wahr? Wie heißt der, Claire? George deutet auf mich. Mein Name ist Julius Scheuermann. Psst, sagt George, schaut nach links und rechts. Keine Nachnamen. Diese Stadt ist offiziell noch eine freie Stadt, aber die verdammte Gestapo hat überall Agenten. Also Julius, hör gut zu. Was weißt du über Spanien? Er gibt dem Kellner ein Zeichen. Politische Unruhen. Immer noch eine Demokratie. Ja, ja, ich fasse zusammen, du weißt gar nichts. Was du aber wissen musst, es wird einen Bürgerkrieg in Spanien geben, bald. Die Faschisten werden versuchen, die Macht zu übernehmen, aber andere Fraktionen werden das verhindern. Der Kellner schlitt zwei Gläser auf die Theke, eins für mich und eins für Claire. Ich verstehe. Ich habe meine Quellen. Ich verdiene mein Geld mit Schreiben und kenne mich in solchen Dingen aus. Übrigens arbeite ich auch mit dem britischen Geheimdienst zusammen. Etwas, was ich euch auch empfehlen würde. George füllt unsere Gläser. Warum sollten die Briten daran interessiert sein, mit uns zu arbeiten? Du kannst mir vertrauen, das werden sie. Du musst verstehen. Was Spanien bevorsteht, ist mehr als nur ein Bürgerkrieg. Spanien wird die Generalprobe für den großen Krieg sein, auf den alle warten. Prost. Er hebt sein Glas hoch und wir tun es ihm nach. Welchen großen Krieg? Hast du Hitler mal zugehört? fragt George. Der Mann spricht seit 1923 öffentlich über seine Kriegspläne. Seit 1923 hat er sogar ein verdammtes Buch darüber geschrieben. Verdammt nochmal. Da ist was dran. George fährt fort. Alles, was er tut, folgt einem Plan. Deutschland kriegstüchtig machen. Das Volk für sich gewinnen. Das Land aufrüsten. Die Feinde schwächen. Die Frage ist nicht, ob Hitler einen Krieg anfängt, sondern wann und gegen wen zuerst. Wen wird Hitler wohl zuerst angreifen? Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ohne das verdammte Vereinigte Königreich geht gar nichts. Ein Sieg über diesen kleinen verrückten Kriegstreiber kann nur über die Briten laufen. Jemand hat mir einreden wollen, dass es ohne die Sowjetunion nicht geht. Ah, du hast wohl mit Hannah und Richard gesprochen. Hör nicht auf die beiden. Sie fallen auf alle Lügen der NKWD und des Genossens Stalin da rein, obwohl sie es langsam besser wissen sollten. Er füllt sein Glas wieder auf. Die Flasche ist jetzt leer. Also winkt er dem Kellner, der sofort eine Neue an die Theke stellt. Hör zu, ich bin Sozialist. Ich sollte die Sowjetunion lieben. Das Arbeiterparadies. Aber das tue ich nicht. Ich lebe immer noch lieber im kapitalistischen Frankreich als in Stalins Russland. Ich habe zu viele Geschichten von Leuten gehört, denen ich vertraue. Was hast du über die Sowjetunion gehört? Was Stalin seinem Volk antut, ist purer Terror. Hannah und Richard wollen es nicht wahrhaben. Aber Herr Stalin ist seinem Erzfeind Hitler gar nicht so unehelich. Sie teilen sogar die Liebe zu lächerlichen Bärten. George lächelt. Claire räuspert sich. Also was ist dein Vorschlag? Hitler wird versuchen, die Briten auf seine Seite zu bringen. Hättest du sein Buch gelesen, wäre es dir klar, dass er die Briten für die natürlichen Verbündeten der Deutschen hält. Sollte es ihm gelingen, sie zu seinen Verbündeten zu machen, du verstehst mich. Ich denke, ich verstehe dich, sage ich. Wenn er die Briten zu seinen Verbündeten macht, wird er den Krieg gewinnen. Wenn er scheitert, wird er den Krieg verlieren, sage ich. Ich mag deinen Freund, Claire. Ganz schön clever, sagt George. Genau. Denn wer auch immer ein Verbündeter der Briten ist, ist auch ein Verbündeter der verdammten Amerikaner. Und ich habe das starke Gefühl, dass die Kolonien in diesem Krieg eine wichtige Rolle spielen werden. Was sollen wir tun? Hier, eine Adresse in Berlin. Sammle Beweise, die die Briten überzeugen können. Ihr müsst sie davon überzeugen, dass sie sich niemals und unter keinen Umständen Hitler anschließen dürfen. Verstanden? Okay, das klingt irgendwie besser für uns. Vielen Dank. Tu, was immer du richtig hältst, für richtig fällst. Aber tu, was ich dir gesagt habe, sagt George und lächelt. Nun, da wir alle unsere Pflicht erfüllt haben, sollten wir zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Garçon, warum zum Teufel sind unsere Gläser leer? Ja, komm, wir bringen natürlich, wir bringen den Abend mit Ihnen. George ist ein großartiger Entertainer, der für den Rest des Abends kein Wort mehr über Politik verliert. Wir unterhalten uns den Rest des Abends und ich fühle mich an unbeschwerte Zeiten in Berlin erinnert. Es ist spät, als ich im Hotel ankomme. Vom Fenster meines Zimmers kann ich den erleuchteten Eiffelturm sehen, mitten im lebhaften Paris. Bis morgen muss ich nach Berlin zurückkehren und der Gruppe mitteilen, was ich erfahren habe. Ich werde die Freiheit in Paris vermissen. Okay. Ich kann nicht einschlafen. Die Eindrücke des Tages und die Änderungen an das alte Berlin halten mich bis lange nach Mitternacht wach. Also noch eine Zusatzaufgabe, die vermutlich auch nicht so einfach sein wird. Streiks in ganz Spanien. Die streiken in vorderbesseren Löhnen und Arbeitsbedingungen und wenden sich gegen die zurückhaltende Reformpolitik der linksrepublikanischen Regierung. Neueres Marineschulschiff. In Hamburg wird ein zweites Segelschulschiff, die Horst Wessel, auslaufen. Finanzminister? Die Deutschen müssen lernen, mit weniger auszukommen. Die Deutschen müssen sich behaupten, okay, alles klar. Tut mir leid, dass ich wieder zu spät komme, sagt Wilhelm Irre, als er zum heutigen Treffen erscheint. Ich konnte mich kaum in die Bahn reinquetschen. Sie war sowas von überfüllt. Ich finde es auch schwierig. Die Touristen sind überall. In der Zeitung steht heute, dass die Berliner U-Bahn in 20 Tagen 62 Millionen Menschen transportiert hat. Kannst du dir das vorstellen? Was? In 20 Tagen 62 Millionen? Oh, wow. Wenn wir an Knotenpunkten Flugblätter verteilen, würden wir viele Menschen auf einmal erreichen. Hm. Sind diese Stationen nicht streng bewacht? Kein Zweifel, aber nur tagsüber, sagt Wilhelm. Klingt nach einer Chance für uns. Besucher in einem Blick hinter die Fassaden zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, was wirklich los ist. Wow. Noch eine neue Option, Leute. Jetzt wird es ja langsam verrückt. Oha. Okay. Gut. Wichtig ist, wir haben die zweite, das zweite Sprengstoff. Die Frage ist, wo kriegen wir das dritte her? Ich habe keine Peilung. Ich habe keine Peilung. Hm. Gut. Also, wir haben hier britischen Geheimdienst informieren. Dazu bräuchten wir Informationen. Bringt uns kritische Informationen. Hm. Das ist aber eigentlich nicht, was wir brauchen. Ehrlich gesagt. Und noch was Neues sehe ich jetzt nicht. Tja, Leute. Was ist hier noch? Bücher schmuggeln. Das ist aber eher auch nicht unser Thema. Tja, ich bin jetzt so ein bisschen an einem Punkt angekommen, wo ich gar nicht mehr weiß, was jetzt hier am besten zu tun ist. Tempelhof. Gibt es noch Dinge? Eine Aktion? Hier sehe ich Alex nicht. Ja gut, Ausrüstung. Ja, das ist im Moment hier sehr gefährlich. Da müssen wir erst mal ein bisschen abwarten. Weil wir da die Bombe, äh, den Sprengstoff geklaut haben. Die russische Aktion, die... Achso. Warte mal. Kontakte ist der Gaune. Die russische Aktion, die habe ich nicht akzeptiert. Okay, also welche Gespräche können wir noch führen? Hier können wir noch einen Freund treffen. Warum ist Josef... Achso. Das können aber auch andere machen. Ja. Also wir führen mal alle Gespräche, die jetzt hier noch möglich sind. Mit Elise würde ich gerne weiter Geld sammeln. In Wedding. Wir haben hier oben den Freund. Das sollte Wilhelm hinkriegen. Okay, Christian sollten wir zu Hause lassen. Ich hoffe, er verliert dann seinen Punkt. Und was haben wir noch für ein Gespräch? Das führt doch, glaube ich, hier zu nichts mehr. Dieser ist Arbeitergespräch, ne? Das führt eigentlich auch nicht zu nichts mehr. Mit Christen sprechen. Eigentlich wäre Elise da doch die bessere. Vielleicht muss Josef Geld sammeln. Kriegt er auch hin. Aber das führt doch auch zu nichts mehr, ne? Das bringt doch nur noch Anhänger. Das Christengespräch haben wir doch schon gemacht. Ich sehe im Moment da keine... Unterstütze aber gut. Gut, wir müssen über 60 kommen. Vielleicht passiert da noch was. Das könnte sein. Josef wird nochmal Geld sammeln. Ach, nee. 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 Macht er nicht. Nee, das Gespräch bringt nichts. Das ist Quatsch. Können wir Farbe kaufen? Wir können doch... Können wir Farbe kaufen? Ah, wir können wieder Farbe kaufen. Ah. Warte mal. Keine so gute Sache, ehrlich gesagt. Dafür ist er auch nicht talentiert genug. Hm. Josef ist im Moment zu nix zu gebrauchen, habe ich das Gefühl. Als Monarchist und Schlosser. Das ist irgendwie eine ganz dämliche Kombination. Hier ist er als Arbeiter nicht... Ah, doch, hier kann er. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Gut. Dann haben wir das gemacht. Elise kann, glaube ich, hier noch das Fahrrad mitnehmen. Und dann gucken wir mal, ob sich noch neue Optionen ergeben, wenn wir jetzt weitermachen. Gut. Wir sprechen dort mit einem Freund. Das ist gut gelaufen. Mal gucken, ob sich da was draus ergibt. Elise sammelt wieder fleißig. Oh, hervorragend. Fast 50, ohne gesehen zu werden. Hm? Julius trifft einen Freund, kriegt Unterstützer. Und Josef sammelt auch. Nicht so viel, aber auch problemlos. Das war eine sehr erfolgreiche Woche, ohne dass wir viel erreicht hätten. 23 Antifaschisten zu Gefängnis verurteilt. Wegen Hochverrats. Himmler wird zum Chef der deutschen Polizei ernannt. Holen sie sich jetzt ihre Eintrittskarte für die Sommerspiele. Okay, die Sache spitzt sich zu. Gegen Änderung unseres Treffens berichtet Christian Sauer von einer Begegnung mit zwei Touristen in der Stadt. Zwei Damen aus England. Haben den Berliner Dom bewundert und ich war nah genug, um sie zu belauschen. Haben sie was über die Nazis gesagt? Langsam, darauf will ich hinaus. Christian holt eine Zigarette, zündet sie an. Sie sagten, oh, alles ist so schön und wir haben all diese schrecklichen Dinge über die Verfolgung und Ermordung von Juden gehört. Offensichtlich ist nichts davon wahr. Hast du was dazu gesagt? Oh, glaub mir, ich hätte sie fast unterbrochen, aber ich konnte einen Polizisten in der Nähe sehen. Das Risiko war zu groß. Deshalb bin ich einfach gegangen. Ah, es war auch in Ordnung. Gut. So. Oha. Wahnsinn. Okay, Leute. Es gibt Optionen. Es gibt Optionen. Wir kommen der Sache näher. Gut, also mein Ziel heute Abend ist es, ihr wundert euch, vielleicht ist es schon nach eins, mache ich normalerweise nicht, aber ich habe das Ziel, dass wir diese Sprengstoffaktion noch durchziehen. Dann mache ich Schluss. Das wollen wir hier hinkriegen. Wir brauchen erstmal den Zugang wieder zum Steinbruch. Dafür brauchen wir, müssen wir, was müssen wir dazu machen? Bücher verbreiten. Dazu brauchen wir Bücherpakete. Ach du Schreck. Shit. Shit, Leute. Jetzt müssen wir Bücherpakete. Kann uns der Gauner helfen? Nee. So, wie kriegen wir Bücherpakete hier unten? Bücher schmuggeln. Das wäre ein Weg. Geheimhaltung und Allgemeinwissen ist da. Dafür wichtig. Fünf haben wir hier. Sechs haben wir hier. Allerdings riskant. Sechs ist hier. Sieht doch ganz gut aus. Wir brauchen aber mehr Bücher. Ja. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir drei Bücher bekommen. Können wir das irgendwie noch durch Geld erhöhen? Nee. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Grüne die Wahrscheinlichkeit erhöht. Vielleicht ja. Könnte sein. Wir nehmen mal. Wir haben so viel Geld, dass wir das investieren. Zuweisen. Okay. Gut. Christian wird nix machen. Elise wird weiter Geld sammeln. und Start, würde ich sagen. Fahrrad habe ich, glaube ich, eingesetzt. Fahrrad ist mit am Start. Gut. Christian soll seinen Punkt verlieren. Den Rest ignorieren wir. Moral ist ein bisschen mau. Aber okay. Starten wir die Sache. Gut. 55 in der Stützer. 3 verloren. 16 gespendet. Geld sammeln wieder. Durch die gute Elise. Hervorragend. Also Geld ist kein Problem. Wir können mit Geld hoffen. Aber man kann mit Geld halt auch nicht alles machen. Das ist jetzt wichtig. Lasst uns bitte drei Bücher. Drei Bücher. Vier Bücher. Perfekt. Geht doch mehr, als da angezeigt wird. Ist ja wunderbar. Das ist ja richtig gut, Leute. Gestapo verhaftet 800 Antifaschisten. In Berlin als Präventivmaßnahme verhaftet die Gestapo 800 Antifaschisten, damit die olympischen Spiele nicht durch politische Aktionen des Widerstands gestört werden. Opel entlässt streikende Arbeiter. Gründgens heiratet Hoppe. Marianne. 28. Juni. Während unseres Treffens ist Josef Herzberg wütend. Gründ ist ein Abendessen mit seinen Eltern. Sie hatten einen Freund eingeladen, der Mitglied der Nazi-Partei ist. Was hat er gesagt? Dieser Kerl war wütend darüber, dass das Regime weich geworden sei. Er regt sich darüber auf, dass sie die antisemitischen Plakate entfernt haben. Er vertrat die Ansicht, die NSZP sollte zu dem zurückkehren, was sie gut können, nämlich Deutschland wieder großartig zu machen. Ah, die sind überall unter uns. Jetzt trifft man die Nazis schon beim Abendessen. Wir dürfen nicht vergessen, die Lage sieht vielleicht nach außen besser aus, aber die wahre Bedrohung lauert weiterhin direkt unter der Oberfläche, sage ich. Okay, Leute. Wir kommen der Sache näher. Gut. Wir können als nächstes Bücher verteilen. Nächste große Sache. Wir haben das Bücherpaket. Akademiker, Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Das ist doch perfekt hier für dich. Sehr schön. Und fünf. Oh, wir können Level-Up machen. Ja, ich mache weiter Geheimhaltung, Leute. Naja. Obwohl das eigentlich gut sein müsste, ne? Egal. Das geht ja auch nur darum, das freizuschalten. Das müsste trotzdem problemlos laufen, würde ich mal sagen. Das lassen wir so. Das ist okay. Gut. Elise macht das irgendwie absolut safe. Ich glaube, die Frage ist, ob wir jetzt wirklich noch weiter sammeln oder vielleicht mal mit dem Geld irgendwie Gegenstände kaufen. Wir müssen mal hier diese Schwarzmarkt-Angebote finden. Das ist eine geile Sache. Das müssen wir jetzt mal starten. Dazu müssen wir allerdings Flugblätter verteilen. Wir haben keine Flugblätter. Kann man irgendwo Flugblätter kaufen? Also, das wäre gut. Empathie. Stimmt. Empathie wäre bei ihm auch mal gut gewesen. Ja, das habe ich verpeilt. Farbe kaufen könnte man auch machen. Also, warte mal. Wir kriegen hier möglicherweise Zeug, aber das muss man immer stehlen. Ich will aber Sachen kaufen. Deswegen wäre das hier mit den Flugblättern geil. So. Wie kommen wir an Flugblätter? Die müssen wir drucken. Gibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit, als Flugblätter zu drucken. Und dafür brauchen wir einfach nur Papierstapel. Wollen wir uns auf diese Geschichte jetzt einlassen? Wo können wir Papierstapel nochmal kaufen? Ich sehe nicht mehr durch da hinten. Papier kaufen ist kein Problem. Leben. Okay. Ist doch gar nicht so einfach. Ha. Das kann doch nicht sein. Empathie ist das Problem. Unsere Leute haben keine Empathie. Merke ich gerade. Ich weiß, ich brauche nur noch den Sprengstoff. Ich will halt nebenbei noch was Sinnvolles machen. Wir sind ja schon auf dem Weg zur Bombe. Ich will aber noch andere nette Sachen machen. Wir müssen uns vorbereiten ja auf das dritte Kapitel. Wir machen das so. und Elise 2, 3 2, 4 kommt. Wir wollen gleich viele Stapel haben. Das Geld ist da. Wollen wir es mal nicht übertreiben? So machen wir das. Okay. Also wichtig ist jetzt, dass die die Fluglätter verteilen, damit wir dort den Zugang haben. Okay. Das muss klappen. Shit. Wir ziehen es durch. Okay. Wir wurden verletzt. Aber wir haben es trotzdem durchgezogen. Das war wichtig. Scheuermann wurde verwundet. Ja, jetzt müssen wir Medizin kaufen. Okay. Wir kaufen Papier. Wir ziehen es durch. Drei Papier. Reicht hoffentlich. Für das, was wir vorhaben. Gut. 19 neue Unterstützer. Das ist schon ganz gut. Das war schon gut. Konferenz in Genf entscheidet über Flüchtlinge aus Deutschland. Die Hinnburg erreicht New York in Rekordzeit. 51 Stunden und mehr Touristen als je zuvor. Als ich heute Abend zum Treffen komme, höre ich, wie Elise Hoffmann den anderen eine Geschichte erzählt und sich über den Hitler groß lustig macht und das Marschieren und die Musik. Was für ein Haufen Mist. In welchem Haufen Mist sprichst du? Ich war im Kino, um einen Film zu sehen, aber es gab eine Vorschau. Natürlich mit freundlicher Genehmigung von Herrn Göppels. Lächerliche Propaganda. Hitler als strahlender Held, gütig und weise, der unsere Besucher willkommen heißt. Göppels legt großen Wert auf Film und Rundfunk. Ich habe gehört, dass Göppels Unmengen Geld zu Propagandazwecken in die Filmindustrie gestreckt hat. Das stimmt. Es müsste doch die Möglichkeit geben, das auch für unsere Sache zu nutzen. Ich habe gehört, dass es im Olympiastadion einen Live-Fernsehsender geben wird. Es ist wie im Radio, aber mit Bildern, sagt Elise. Wenn es gelingen würde, Bilder oder sogar einen Film über einige ihrer Gräueltaten zu zeigen, würde das Abertausende erreichen. Elise nickt. Das könnte etwas werden. Okay. Noch eine neue Sache. Information können wir hier kaufen. Alles klar. Da hinten Zugang zum Steinbuch. Das ist jetzt wichtig. Julius ist verletzt. Julius ist verletzt. Wir brauchen Medizin. Warte mal. Da oben können wir Medizin kaufen. Also wir müssen, bevor das hier losgeht, müssen wir uns auf jeden Fall noch mal ein Ablenkungsmanöver machen. Das ist klar. Aber vorher müssen wir die Medikamente kaufen. Das ist echt unsere Schwäche. Ein Medikament reicht ja auch. Soll er das machen? Julius hat einen Aufstieg, ja. Wisst ihr was? Ich gebe jetzt mal tatsächlich mal ein auf Empathie. Vielleicht hilft das, ja. So. Die Frage ist, wartet mal. Also, diesen Zugang. Den kriegen wir doch mit den Leuten, die wir hier haben. Kriegen wir den da hin? Den kriegen wir auch so hin. Das ist gut. Das ist gut. Das sieht solide aus, würde ich sagen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Und Elise schicken wir noch einmal Spenden sammeln. Das ist ein bisschen riskant. Aber wenn wir das ausgeben, dann sind wir wieder ziemlich viel Geld los. Okay, achso. Und was macht Julius denn eigentlich? Ja, der kann ja nichts machen. Kann er irgendwas Einfaches machen? Wir wollten, achso, wir wollten eigentlich noch hier drucken. Geht das eigentlich schon? Flugblätter drucken. Wir brauchen, ah, wir brauchen noch, wir brauchen noch mehr Papier. Ah. Noch zwei brauchen wir. Damit er überhaupt was macht, soll er das starten. Okay. Vorbereitung. 70 Unterstützer, 21 Mark wurde gespendet. Nochmal sammeln. Okay, wir verstecken uns. Kriegen wir nur die Hälfte, aber auch die Hälfte ist ordentlich. Jetzt wird es eng für sie. Wir müssen unbedingt die Beweisvernichtung. Das ist jetzt wichtig. Er gerät in Panik. Komm, wir ziehen es wieder durch. Ach, was war das mit dem Geld? Egal, hat trotzdem geklappt. Okay, wir wurden gesehen, aber egal. Wir sind, wir haben erstmal den Zugang. Und Medizin kaufen klappt. Auch er wurde gesehen. Drei Papier, sehr schön. Das heißt, das würde auch gehen. Okay. Erfolg auf der ganzen Linie. Jetzt einmal irgendwie die weiße Weste irgendwie hinkriegen. Ja, Geld ist ein bisschen der Joker. Genau. Juden dürfen keine Soldaten werden. Freundschaftsabkommen mit Österreich. Neuer Flughafen in Frankfurt. 12. Juli. Beim heutigen Treffen spricht Christian Sauer über seine Einstellung zu den Olympischen Spielen. Ich bin in hin und her gerissen. Einerseits bin ich stolz. Irgendwie möchte ich, dass unsere Athleten gut abschneiden und Gold gewinnen. Und wir sind ja so erfolgreich. Hm. Ich freue mich auch für unsere Sportler. Aber wenn das Regime die Siege unserer Athleten als Beweis für die natürliche Überlegenheit der arischen Rasse benutzt, vergiftet ist das Ganze. Nur sage ich, Christian nickt. Mir ist auch nicht wohl. Es ist einfach peinlich, die deutsche Mannschaft anzufeuern, während neben mir Parteimitglieder den Hitlergruß schreien, sage ich, ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden. So. Okay. Jetzt wird es ernst, Leute. Jetzt wird es ernst. Was ist das hier neu? Das kennen wir schon eigentlich. Wollen wir nicht machen. Das kennen wir auch schon. Sprengstoff stehlen. Das wird unsere Großaktion. Aber vorher müssen wir erst einmal Medizin anwenden. Damit ist Julius wieder startklar. Und wir müssen das Ablenkungsmanöver starten. Julius wird das mitmachen. Wilhelm wird das mitmachen. Und Josef wird das mitmachen. Und ein Fahrrad wird da noch bereitgestellt. Können wir hier mit Geld? Ne, hier können wir mit Geld nichts anfangen. So. Das muss klappen. Das muss klappen. Und dann geht es an den letzten Sprengstoff, Leute. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, die beiden ist zu riskant. wenn wir mit denen irgendwas noch machen. Wie sieht es aus mit dem Drucken? Ne. Ne. Das Risiko ist einfach zu hoch. Wir können mit denen nichts machen, meines Erachtens. Selbst das Geld sammeln. Schaut mal. Das geht nicht. In Kreuzberg kann ich mit einer anderen Option Beweise vernichten. Wartet mal. Stimmt. Kostet mehr. Mit Empathie und Allgemeinwissen. Hier ist Stärke und Allgemeinwissen. Nur die Stärke sind wir besser. Ich denke, ich denke, das ist besser, den Weg zu gehen. Hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Ja, Moral können wir nur mit der gesamten Gruppe erhöhen. Das sollten wir auch nochmal machen. Ich denke, wenn wir das mit dem Anschlag geschafft haben, dann können wir einmal noch tanzen gehen oder sowas. Aber jetzt lassen wir sie erstmal los. Also alle Moralsachen, die sind immer mit der ganzen Gruppe. Deswegen kann ich die jetzt nicht starten. Ja, auch die Ausstellung und so weiter. Okay, machen wir das mal. 20 mal gespendet, das ist gut. So, jetzt erstmal das. Das muss jetzt klappen, das ist die Vorbereitung. Ja, wir wurden gesehen, aber egal, erstmal sind alle wieder clean. Sehr gut. Große Deutschlandausstellung öffnet, denn Berlin öffnet die Große Deutschlandausstellung, die den Gästen aus dem Ausland die Leistung des Reiches zeigt soll. Aufstand des Militärs in Spanien beginnt. Olympischer Weltsender nimmt Arbeit auf. Elise Hoffmann scheint bei unserem heutigen Treffen sehr aufgeregt zu sein. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ich glaube, ich habe eine großartige Chance, unsere Sache voranzutreiben. Sie beugt sich vor und grinst. Ich war heute in einem Café und wurde von einem Journalisten aus New York angesprochen. Zum Glück kann ich ein bisschen Englisch. Er soll über die Olympischen Spiele berichten, interessiert sich aber mehr für die Wahrheit über Deutschland. Er will sich mit mir treffen, um darüber zu reden. Ja, das ist eine einmalige Chance, absolut. Warte, warte. Wilhelm Irre hebt die Hände hoch. Ja, die Wahrheit zu verbreiten ist eines unserer Ziele, aber das könnte gefährlich werden. Auf genau sowas wartet die Gestapo. Leute, wir haben ein anderes Ziel und dem mussten wir alles unterordnen. Wir lehnen die Mission ab. Wir müssen jetzt knallhart unseren Weg gehen. Und dieser Weg heißt, wir müssen den letzten Sprengstoff stehlen. so, und dazu brauchen wir Stärke und Geheimhaltung. Sechs, sieben und das. Nein, Leute! Okay, ich dachte schon, es war wieder der Bug, aber den kriegt man leicht behoben. Okay, Stärke und Geheimhaltung. Christian Sauer ist vielleicht noch besser, sehe ich hier gerade, als Julius. Der kann vielleicht noch mehr erreichen. Ah, Fahrrad kommt mit und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Sprengstoff kriegen. So. Okay. Gut. Starten wir das. Ja, die anderen können wieder ihre normale Geschäfte machen. Ich wollte ja eigentlich nebenbei noch sinnvollerweise vielleicht Flugblätter drucken, damit wir hier noch an die Schwarzmarkt Angebote kommen. Wobei, ehrlich gesagt, in dieser Runde, wir haben das ja gelernt, es wird resettet. Es ist Unsinn. Ich glaube, es ist Unsinn, weil wir im nächsten Kapitel verlieren wir alles. Insofern ist es auch totaler Unsinn, fällt mir gerade mal auf, weil wir verlieren Unterstützer, wir verlieren Geld. Eigentlich ist es absolut sinnvoll, safe zu spielen, oder? Das ist ein bisschen komisch, irgendwie. Hm. Das ist ein bisschen komisch. Ich mache es mal trotzdem. Ich mache es mal trotzdem. Wir haben noch 83 Mark und auch wenn das Risiko ein bisschen größer ist, das hilft uns nicht, starten wir es trotzdem. So, wichtig ist aber der Sprengstoff. Okay, Tannin sagt, bei Kapitel 3 bin ich mir nicht so sicher mit dem Reset. Die Frage ist natürlich, wir riskieren jetzt auch ein bisschen was, dass die erwischt werden. Wir müssen ja auch die Bombe zusammenbauen und platzieren. Das ist ja auch noch alles. Das ist ja noch nicht gegessen, das Ding. Naja, lass uns das erstmal hier machen. Ach, verdammt, wir wurden gesehen. Ah, das kostet natürlich wieder Zeit, aber vier Flugblätter ist auch nicht schlecht. So, das ist natürlich jetzt super wichtig. Shit. Streit. Durchziehen. Gott sei Dank. Jawohl. Wir wurden aber gesehen, aber wir haben den dritten Sprengstoff. Sehr gut. Leute, wir stehen kurz davor. Spanien, Regierung der Republik tritt zurück und im Druck der Putschisten mit der Führung von General Franco tritt die Regierung der Republik zurück. Fortschritt. Deutschland bietet Hilfe für Frankos Putschisten. Moskau ruft das spanische Volk auf, sich zu bewaffnen. Zu Beginn unseres Treffens bittet Josef Herzberg uns um Rat. Mein Sohn ist erst zwölf und Mitglied der Hitlerjugend. Es passt mir natürlich überhaupt nicht, dass er bei dieser furchtbaren Gruppe mitmacht. Was hält er denn davon? Das Schlimmste ist, es gefällt ihm dort. Er ist unter Freunden. Sie üben unter der Bauchung zusammen an einem Marschlied für die Olympischen Spiele. Er schnült den Kopf. Was soll ich machen? Soll ich ihn rausziehen? Nee, komm. Alles unserem Ziel. Nicht die Aufmerksamkeit der Gestapo auf sich ziehen. Ist immer noch dein Sohn. Du kannst ihm immer noch deine eigenen Werte vermitteln. Gib der Gestapo keinen Grund an deine Tür zu klopfen. So ist es. So sehe ich es auch. Okay. So. Jetzt wird es knifflig. Jetzt müssen wir die Bombe bauen. Das Risiko ist extrem, Leute. Und wir haben noch eine. Oh. Also wir brauchen eine Runde die Bombe zu bauen und eine Runde sie zu platzieren. Das heißt. Ihr weiß ja nicht, wie das Risiko ist. Okay. Julius. Sieht alles schon mal nicht so gut aus. Hm. Müssen andere vielleicht machen. Wir müssen vielleicht noch einmal in den Untergrund oder einmal die Beweise vernichten. Also wir sollten auf jeden Fall hier die Fähigkeiten nehmen. Geheimhaltung oder Allgemeinwissen. Dann machen wir mal Geheimhaltung bei ihr. Das Risiko ist halt so scheiße hoch. Entschuldigt. Das ist schon mal super gut. Das macht Josef Herzberg alleine. Ja, das ist das Problem. Die sind alles jetzt Risikokandidaten. Hm. Fahrrad hilft ein bisschen. Hilft Geld? Geld hilft nicht. Zubehör hilft vermutlich auch nicht. Nee, erhöht so das Risiko. Tja, Leute. Tja, Leute. Wollen wir das riskieren? Also, die Frage ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir gehen jetzt noch mal Beweise vernichten, bauen dann die Bombe und machen dann den Anschlag. Oder wir bauen jetzt die Bombe, vernichten dann die Beweise und machen dann den Anschlag. Okay. Riskiere den roten Bereich. Hm. Ich weiß nicht. Okay, das mache ich. Mit Christian können wir es machen. Ich glaube, das ist solide. Ich glaube, so ist es solide. Ich ziehe meine Frage zurück. Äh, wir bauen die Bombe. Okay. Da wir eh danach die Beweise vernichten, können wir auch noch Aktion starten. Die Frage ist, wie gefährlich sind sie? Ich will ja immer noch hier Flugblätter verteilen. Äh. Na. Das ist, glaube ich, jetzt übertrieben, das hier zu machen. Das, glaube ich, ist Quatsch. Am besten, wir verhalten uns jetzt ruhig. Du kannst noch mal hier ein bisschen Geld sammeln. Aber der Rest, was soll der Rest machen? Flugblätter verteilen, das ist mir jetzt zu riskant. Wir lassen das so. Wichtig ist jetzt, dass die Bombe läuft. So, jetzt kommt es drauf an. Werkstatt. Schritt für Schritt bauen wir die Bombe. Er schafft es. Jawohl. Wir haben sie. Ohne Probleme. Hervorragend. Hier wird noch mal Geld gesammelt. Wir verstecken uns. Wurde nicht gesehen. Okay, jetzt kommt noch mal was Größeres. Vor dem Bahnhof Berlin Zoologischer Garten weht eine leichte Brise und lässt die Fahnen aus aller Welt flattern. Ich halte ein Schild mit der Aufschrift Thomas Fox hoch und warte auf meinen Gast. Mein Gast kommt nicht. Soll ich einfach gehen? Nee, wir warten noch ein bisschen. Ich will schon endgültig aufgeben. Da kommt ein Mann auf mich zu in Begleitung von zwei Jungen in der weißen Uniform des Olympischen Ehrendienstes. Ich erkenne ihn wieder. Es ist der Journalist aus der Hindenburg. Er schüttelt meine Hand, lächelt. Hallo, ich bin Thomas Fox. Wir sind uns in der Lange der Hindenburg begegnet. Erinnern Sie sich? Natürlich, sagt er und wendet sich an den Jungen. Thank you, vielen Dank. Er gibt jedem von Ihnen eine Marke. Sie bedanken sich in passablen Englisch und gehen. Schön, Sie zu sehen. Danke, gleichfalls. Wirklich nett von Ihnen, mich abzuholen, obwohl ich Falk gesagt habe, dass es nicht nötig ist. Ich kenne Berlin wirklich gut. Wir machen einen Zwischenstopp in Toms Hotel, um sein Gepäck abzugeben, dann fahren wir direkt zum Olympiastadion. Ein beeindruckender Anblick. Das Olympiastadion ist ein Meer von Hakenkreuzfahren. Tausende von Menschen stehen Schlange an den vielen Eingängen, die ins Stadion führen. Lautsprecher, die unter jedem Baum aufgestellt sind, spielen flotte Musik und erteilen Anweisungen. Die Olympischen Ringe hängen zwischen den zwei Türmen. Einer mit einem Hakenkreuz, der andere mit einer Uhr. Beeindruckend, sagt Tom. Ja, da muss ich ihm zustimmen. Falk hat uns Karten für bevorzugte Gäste besorgt, mit denen wir am Eingang vorgelassen werden. Drinnen angekommen, stellen wir fest, dass wir Plätze direkt neben der Ehrentribüne haben. Wir setzen uns und das Spektakel beginnt. Hitler und sein Gefolge schreiten über das Feld. Ein kleines Mädchen in weiß gekleidet, hebt ihren blassen Arm zum Hitlergruß und überreicht ihm Blumen. Die Menge Jubel begeistert. Was halten Sie davon, Mr. Fox? Benehmen sich Ihre Präsidenten auch so, frage ich. Naja, sagt er. Die Art zu grüßen ist in den USA nicht so festgelegt wie hier. Aber im Allgemeinen, ich denke, jeder Politiker auf der ganzen Welt wird gern mit kleinen Kindern gesehen. Das lässt sie menschlich erscheinen. Aber Hitler ist kein normaler Politiker. Fällt Ihnen das nicht auf? Sie haben wahrscheinlich recht, sagt Tom Fox. Aber manchmal benimmt er sich wie jeder andere Politiker auch. Hitler nimmt das Mädchen an die Hand und führt es vom Feld, bevor er die Ehrentribüne betritt. Bombastische Musik erschallt und schlägt die Menschen in ihren Bann. Hm. Jetzt müssen wir uns auf eine lange Rede vorbereiten. Völlig unerwartet hält Hitler die kürzeste Rede, die ich je von ihm gehört habe. Er erklärt, die Olympischen Spiele veröffnet. Ende der Rede. Das Olympische Feuer wird entzündet, Tauben fliegen, bombastische Musik spielt und sogar die Hindenburg schwebt auf einmal über dem Publikum. Was für ein Schauspiel. Egal, was man von ihrer Ideologie hält, das hier ist beeindruckend. Die Nazis wissen, wie man Menschen begeistert. Findet ihr ihn deshalb so toll, weil ihr Deutschen es liebt, beeindruckt zu werden und der Herr Hitler das besonders gut kann, so wie Richard Wagner? Fragt Tom Fox. Mich dürfen sie nicht fragen. Stimmt schon, Nick Fox. Aber die Amtseinführung der Präsidenten oder die Weltausstellung wirken im Vergleich zu diesem Schauspiel wie ein zweitklassiger Karneval. Ich denke, dieser kleine Mann mit seinem lächerlichen Schnurrbart hat jetzt die ganze Welt beeindruckt. Mittlerweile ziehen die Nationalmannschaften vorbei, grüßen Hitler und winken ins Publikum. Einige der Sportler und Sportlerinnen heben ihren rechten Arm. Scheint der Fall zu sein. Dort, jetzt macht sogar die französische Mannschaft den Hitlergruß. Ich glaube, das nennen sie den Olympischen Gruß, erklärt Tom. Es sieht irritierend ähnlich aus, aber welcher Gruß auch immer, die Welt begrüßt jetzt Hitler. Aber kann man den Leuten das übel nehmen? Das hier ist so beeindruckend, dass ich allmählich verstehe, warum alle applaudieren. Aber haben sie nicht von den Konzentrationslagern gehört? Um ihnen die Wahrheit zu sagen, sagt Tom, es gibt in den Vereinigten Staaten nicht wenige Menschen, die sich eine amerikanische Version von Hitler wünschen. Wir haben auch Antisemiten. Die meisten, die sich als Demokraten oder zumindest als liberal orientierte Republikaner ausgeben, haben größere Angst vor dem Kommunismus und den Sowjets als vor Hitler. Wir müssen ihre Meinung ändern. Die Sache ist die, sagt er, es gibt diese Gerüchte, klar, aber ich habe noch nie ein Konzentrationslager gesehen. Meine Leser auch nicht. Ich habe nicht gesehen, wie ein Jude misshandelt wurde. Und meine Leser auch nicht. Bringen Sie mir Beweise und vielleicht könnte ich dann meine Leser überzeugen. Welche Beweise brauchen Sie? Bilder oder noch besser Filmmaterial? Bringen Sie mir etwas und ich werde dafür sorgen, dass es in Amerika veröffentlicht wird. Puh. Tja, das ist nicht unser Thema. Wir bemühen uns trotzdem. Wir bleiben nur noch zwei Stunden und beobachten die vorbeiziehenden Athleten, die dem Reichskanzler ihren Tribut zollen. Dann ist die Veranstaltung zu Ende. Also was steht als nächstes auf der Tagesordnung, fragt Tom. Was hat Falk für mich geplant? Ich werde sie in eins der besseren Lokale in Berlin führen. Sie machen mich neugierig, Herr Scheuermann, schnell bevor sich alle anderen aus dem Stadion drängeln. Wir fahren mit dem Taxi nach Charlottenburg zu einem von Falk empfohlenen Lokal am Kuhdamm. Beeindruckend, sagt Tom, als wir ankommen. Es sieht hier genauso aus wie damals im alten Berlin. Im Berlin, das ich von 1929 kenne. Aber ich hatte gehört, dass es angeblich kein Nachtleben mehr geben soll. Das hat man wohl für die Touristen inszeniert. Fast alle Lokale wie dieses haben die Nazis vor zwei Jahren geschlossen. Es scheint, als hätten sie das wieder öffnet. Hier sieht es genauso aus wie früher, sagt Tom, als wir eintreten. Das Tanzlokal sieht wirklich so aus wie in alten Zeiten. Die extravaganten Haarschnitte, die eleganten Smokings, die glitzernden Abendkleider. Man tanzt und plaudert. Wir nehmen an der Bar Platz, um die Tanzfläche sehen zu können. Auf einmal hören wir Jazz. Sie spielen Jazz. Ich kenne diesen Song, sagt Tom. Den spielen sie in jeder Bar in New York zur Zeit. Das darf doch nicht wahr sein. Seit drei Jahren verbieten die Nationalsozialisten jegliche Art von Jazzmusik in der Öffentlichkeit. Sie sei angeblich undeutsch und entartet. Aber siehe da, ein berühmtes Lokal am Kuhdarm spielt wie der amerikanischen Jazz. Das ist alles nur Schau. Wenn ich das hier sehe, sagt Tom und macht eine ausladende Handbewegung, dann fürchte ich, dass die meisten amerikanischen Besucher nach ihrem Berlinurlaub ihren Nachbarn berichten werden, dass es Deutschland gut geht. Das ist ein Land wie jedes andere ist und all diese Geschichten über tägliche Grausamkeiten und Massenunterdrückung übertrieben sind. Das darf nicht geschehen. Ich verstehe, sagt Tom, aber ich befürchte, die Inszenierung ist zu gut. Keiner wird ihnen glauben. Nur eins könnte die Amerikaner gegen das Nazi-Regime aufbringen. Und was wäre das? Was würde die USA dazu bringen, sich gegen Hitler zu wenden? Krieg. Das Einzige, was dem Durchschnittsamerikaner mehr Angst einflößt als der Kommunismus ist ein neuer Krieg. Der letzte hat unsere Wirtschaft fast vollständig zerstört. Die meisten Menschen sind immer noch davon überzeugt, dass der große Krieg die Weltwirtschaftskrise eingeleitet hat. Finden Sie Beweise, dass Hitler einen Krieg plant, der auch die USA betrifft. Dann könnten Sie die Amerikaner auf ihre Seite bringen. Hitler plant einen Krieg, aber noch verschweigt er seine Pläne. Gut, lassen Sie mich wissen, wenn Sie welche haben. Der Abend ist zu Ende. Ich fahre zurück in meine Wohnung, lasse den Tag Revue passieren. Zu Hause angekommen, komme ich ins Grübeln. Wir dürfen nicht auf die Schuhe hineinfallen. Ein Interview mit Tom Fox ist möglich. Egal, was die Nazis uns heute vorgespielt haben, ihre Absichten sind fatal. Okay, ich denke, mit dem Interview werden wir vermutlich nicht weit kommen, weil wir die Information nicht haben. Aber okay, mal gucken. Olympische Spiele in Berlin eröffnet. Jetzt wird es ernst, Leute. Italien unterstützt General Franco. England und Frankreich schicken Kriegsschiffe nach Spanien. Bei unserem Treffen hält Josef Herzberg seinen Kopf in den Händen. Geht es um deinen Sohn in der Hitlerjugend? Ja, um ihn geht es. Er seufzt. Es ist schrecklich. Sie proben Lieder für die Olympischen Spiele und er übt sie andauernd zu Hause. Diese Hitlerhymnen. Es kommt mir so vor, als hätten sie ihn mir gestohlen. Gib dir Hoffnung nämlich auf. Es ist dein Sohn. Du hast ihn nicht verloren, Josef. Es ist dein Sohn. Okay, Leute. Jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Also. Neu ist... Nee, Flugblätter verteilen ist nicht neu. Wo ist denn eigentlich die Sache jetzt mit diesem Interview? Wahrscheinlich ist das irgendwo, aber wir können es eh nicht machen, weil wir die Information nicht haben. Ich sehe es im Moment nicht. Das wollen wir jetzt nicht machen. Okay, aber das ist jetzt das, was wir tun müssen. Also das ist... Okay, wow. Da gibt es gar keine... Das ist jetzt eine interessante Sache. Also rein spielmechanisch kann es sein, dass diese Punkte jetzt eigentlich gar kein Problem sind, weil das so eine eigene Event-Kette ist, die wir jetzt starten können. Was meint ihr? Wollen wir noch mal diese Geschichte machen? Oder wollen wir die Sache jetzt starten? Ich bin mir nicht sicher, ob die Punkte sozusagen irgendwelche Auswirkungen haben auf die Wahrscheinlichkeiten in den Events es zu schaffen. Tanzen schicken. Starten. Tanzen schicken könnten wir auch. 37 ist echt eine Scheiß-Moral. Das ist eine gute Idee. Wisst ihr was? Wir treiben es jetzt auf die Spitze. Wir gehen jetzt... Wir vergnügen uns und dann starten wir die Aktion in der letzten denkbaren Runde. Das finde ich eine ganz schöne Dramaturgie. Wir gehen tanzen. Gab es nicht noch einen Ort, tanzen zu gehen? Irgendwie besseren? Es ist wahrscheinlich identisch, ne? Eine Party feiern bringt 60 Moral. Oha, gibt noch mehr Moral, kostet mehr. Aber Geld ist irgendwie im Moment kein Thema. Die Bombe, da brauchen wir kein Geld. Machen wir das. Wir feiern eine Party. Eine Unterstützerin bietet uns an, auf ihrem Bauernhof in der Nähe von Berlin eine Party zu veranstalten. Klingt nach einer großartigen Gelegenheit, all unsere Sorgen für einen Moment zu vergessen. Sehr schön. Das ist unsere Vorbereitung. Das ist unsere Vorbereitung auf den großen Moment. An einem schönen sonnigen Tag treffen wir uns am Ufer des Müggelsees außerhalb der Stadt. Hannes, ein Unterstützer der Gruppe, hat uns und andere Gäste eingeladen, gemeinsam das Wochenende zu verbringen. Wir sollten es genießen. Keiner spricht über Politik. Wir machen Musik, lachen und genießen die Natur. Das fühlt sich gut an, nicht wahr? Fragt Wilhelm irre. Ja, das tut es. Glaubst du, dass es jemals wieder so sein wird, keine Angst davor haben zu müssen, was in den Zeitungen steht oder welche neuen Gräueltaten von ihnen begangen wurden? Ja, eines Tages wird es wieder so sein. Okay. Moral plus 60. Jesse Owens gewinnt viermal Gold. Deutsche Freiwillige für Spanien, KPD-Antifaschisten helft Spanien. Etwas an den Nazis und Rassisten bleibt mir schleierhaft, sagt Christian Sauer während unseres Treffens. Wie kann ihr Hass so selektiv sein? Was meinst du mit selektiv? Leute standen Schlange, um ein Autogramm von einem der amerikanischen Athleten zu ergattern, aber der war schwarz. Einige in der Schlange haben eine Armbinde mit der Hakenkreuz getragen. Sehen die nicht den Widerspruch? Ihre ganze Weltanschauung beruht nicht auf der Realität. Okay. So. Es geht los. Es geht los, Leute. Puh. Seid ihr bereit? Am späten Nachmittag erreichen wir den Berliner Olympiapark. Als Handwerker verkleidet schleppen Wilhelm Irre und Christian Sauer eine Holzkiste. Inmitten von all den Touristen und schuftenden Arbeitern fallen wir nicht auf. Wir nähern uns dem Glockenturm. Wilhelm schaut sich um und sagt, immer noch viel zu viele Leute hier. Wir müssen warten, bis es dunkel wird. In der Nähe der Reithalle gibt es einen Schuppen. Niemand benutzt ihn zu dieser Tageszeit, aber wir wären weiter vom Turm entfernt. Oder wir versuchen, uns irgendwo im Laufgang neben dem Glockenturm zu verstecken. Da sind wahrscheinlich mehr Leute, aber wir sind viel näher an unserem Ziel. Ich gehe mal auf Nummer sicher hier. Wir verstecken uns weit entfernt. Wir bewegen uns in Richtung Schuppen, genau wie Christian vorher gesehen hat. Ist niemand in der Nähe. Ich versuche, die Tür zu öffnen, aber sie ist verschlossen. Okay. Versuchen wir, sie aufzubrechen. Die Tür ist morsch, und das Schloss gibt sofort nach. Einer nach dem anderen verschwinden wir im dunklen Schuppen. Der Schuppen riecht nach Holz und nach Pferden. Werkzeuge hängen an den Wänden, auf dem Boden liegen unterschiedliche Säcke und Kisten. Ja, nee. Wir verstecken uns. Versteckt bleiben das unsere Stärke und warten, bis es dunkel wird. Dann sind hoffentlich alle weg. Alles scheint ruhig zu sein. Sollen wir los? Hm. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob man irgendwie seine Chance noch erhöhen kann. Wollen wir länger warten? Oder das durchziehen? Ich weiß es nicht. Lass mal dir. Okay, ich denke, die Mehrheit im Chat ist im Moment für Warten. Ein paar sind für los, aber ich denke, ich bin auch dafür. Wir warten. Wir warten noch eine weitere Stunde. Wenn wir noch länger warten, würde es dämmern und dann sind die Arbeiter wieder vor Ort. Okay, die Sache hat sich nicht verbessert, also ziehen wir es durch. Immer bemüht, in Deckung zu bleiben, nähern wir uns dem Turm. Da drüben, sagt Christian und zeigt auf das andere Ende des Stadions. Dort sehen wir den Schmalstrahl einer Taschenlampe, die sich in unsere Richtung bewegt. Ein Wächter, flüstert Wilhelm. Okay, wir verstecken uns und lassen sie vorbeigehen. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Wir steigen die Treppe hinauf und erreichen den Eingang des Glockenturms. Die Tür ist abgeschlossen. Das ist der einzige Eingang, sagt Christian. Was wäre, wenn wir die Sprengladung an der Außenwand deponieren? Glaubt ihr nicht, das würde ausreichen, um den Turm in die Luft zu jagen? Fragt Wilhelm, wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Und wir laufen Gefahr, dass uns jemand dabei sieht. verdammt. Verdammt. Was machen wir? Ich halte die Idee mit der Bombe in echt auch nicht für eine tolle Idee. Der Chat ist für Aufbrechen. Seid ihr echt? Okay, gut. Dann brechen wir auf. Christian versucht, das Schloss zu knacken. Er versucht es mehrere Mal und endlich öffnet sich die Tür. Auf geht's, sagt Christian. Ein nach dem anderen schleichen wir hinein und deponieren jeweils eine Sprengladung in die vier Ecken des Turms. Gut, jetzt nichts wie raus. Christian bewegt sich rückwärts und wickelt das Kabel von einer Spule ab. Als uns das Kabel ausgeht, bleiben wir stehen. Bereit? Drei, Zwei, eins. Wuh! Christian löst den Zünder aus. Die Explosion erleuchtet die Nacht. Wie ein fallender Baum schwankt der Turm und stürzt um. Wow, okay, das war jetzt ohne Sound. Hätte man vielleicht noch einen Effekt einfügen können, aber es war trotzdem gut. Niemand wird in der Lage sein, das zu ignorieren. Unmöglich, dies zu vertuschen. Jetzt wird die ganze Welt mitbekommen, dass Menschen in Deutschland immer noch gegen Hitler und die Nazis kämpfen. Puh, wir haben es geschafft. Leute, das Ziel ist erreicht. Als SA-Männer verkleidet, infiltrieren Julius Scheuermann und seine Gruppe die öffentliche Veranstaltung und während der sie den Olympischen Glockenturm in die Luft jagen wollen. Die Verkleidung funktioniert, niemand hält sie auf. Sie positionieren sich und Julius Scheuermann deponiert den Sprengstoff. Sie zwingen alle, das Gebäude zu verlassen. Wenn alle außer Gefahr sind, betätigt Julius Scheuermann die Zünderexplosion. Und damit sind wir am Ende des Kapitels, so wie es aussieht. Und jetzt passiert noch irgendwas. Das Kapitelende. Wir laufen über einen kleinen Hügel. Einige Bauwagen werden sichtbar dicht aneinander gereiht, unweit einer Kaserne. Zwischen den Wagen spielen Kinder im Schmutz. Das muss das Lager sein. Willst du kein Foto machen, fragt Bertha. Noch nicht. Wie du willst, sagte Bertha. Je näher wir kommen, desto mehr stinkt es nach menschlichen Ausscheidungen. Ich vermeide, durch die Nase zu atmen. Ich frage meine Begleiterin, woher kommt der Geruch? Abwasser. Das Lager liegt zwischen einem Riesenfeld und einem Friedhof. Zwischen Exkrementen und Leichen. Ob mit böse Absicht oder nicht. Aber für City und Roma gibt es keinen schlimmeren Ort. Und wer zwingt sich hier zu leben? Die Polizei. Ein paar der Familien kannte ich, als sie in der Nähe vom Strausberger Platz wohnten. Vor ein paar Wochen waren sie plötzlich weg. Ich habe mich dann erkundigt und erfahren, dass die Polizei sie hierher gebracht hat. Was haben sie getan? Laut der neuen Nürnberger Gesetze sind Sinti und Roma Asoziale und Schädlinge. Die Behörden wollten sie vor den Olympischen Spielen aus der Stadt entfernen. Glaubst du, sie werden danach zurückkehren? Glaube ich eher nicht. Wie gesagt, die Behörden berufen sich auch auf die Nürnberger Gesetze. Wir werden mit ansehen müssen, wie solche Aktionen immer mehr Menschen treffen werden. Nicht nur die Roma und Sinti. Wenn du mich fragst, würden sie den Juden dasselbe antun, wenn sie nicht zur Zeit Angst vor der Berichterstattung der ausländischen Presse hätten. Aber was die Sinti und Roma betrifft? Was meinst du damit? Die Sinti und Roma sind den allermeisten völlig egal. Sie gelten als Abschaum der Menschheit. Pst, jetzt. Wir sind angekommen. Der Polizist am Eingang beobachtet uns schon seit einer Weide. Er hält uns an. Heil Hitler, Schwester Bertha, sagt er. Grüß Gott, erwidert Bertha. Er schaut mich an. Wir murmeln ein Gruß. Wir bringen die Milch wie immer, sie zeigt auf unseren Handwagen, der mit Milchkannen geladen ist. Also gut, gehen Sie rein. Wir folgen jedes Einzelnen mit Namen und begrüßt eins nach dem anderen herzlich. Sie fordert die Kinder auf, uns zu folgen. Wir fotografieren Sie mal. Ich bitte die Kinder um Erlaubnis, ein Foto von Ihnen zu machen. Sie freuen sich. Eine Frau ist dabei, ihren Sohn zu waschen und wickelt ihn in einen Laken, als sie uns sieht. Hallo, Schwester Bertha, sagt sie und nickt dem Jungen, der in seinem Handtuch zittert, ermutigend zu. Guten Tag, Schwester Bertha, sagt der Jungen und verbeugt sich höflich. Hallo, Maria, sagt Bertha zu der Frau. Mein lieber Oskar, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir heute? Der Junge reagiert nicht sofort und seine Mutter ermutigt ihn erneut, bis er hastig sagt, mir geht es gut. Danke, Schwester Bertha. Wie geht es Ihnen, Schwester Bertha? Mir geht es auch gut. Danke, Oskar. Und das ist... Schwester Bertha zeigt auf nicht. Ich bin Julius. Julius ist ein guter Mensch und kann euch vielleicht helfen, sagt Bertha. Hallo, Julius, sagt die Frau. Ach, Sie wollen uns helfen, ist das wahr? Sie schaut mich an und zuckt mit den Schultern. Na gut, was weiß ich, ob Sie uns helfen können oder nicht. Eines der kleinen Mädchen zieht mich am Ärmel und flüstert, darf ich bitte etwas Milch haben? Natürlich darfst du Milch haben. Deshalb haben wir sie schließlich hergebracht. Wir gießen die frische Milch in alle erdenklichen Gefäße. Als wir fertig sind, schaue ich Maria an und sage, Schwester Bertha hat mir erzählt, dass Ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Maria sieht mich misstrauisch an. Es ist dieser seltsame Arzt. Nun ja, er sagt, er ist ein Arzt. Ich weiß eigentlich nicht, ob das stimmt. Er scheint hier regelmäßig mit einer Frau. Die ist genauso seltsam wie er. Was macht dieser seltsame Arzt hier? Der Arzt und diese Frau, die untersuchen uns. Die schauen uns von oben bis unten an. Körper, Zähne, wie Tiere. Sie machen Fotos und sie nehmen die Kinder mit. Die nehmen die Kinder mit? Erzählt es ihm, Oskar. Sie bringen uns zum Institut, sagt Oskar. Institut? Ja, das ist weit weg von hier. Man muss mit dem Auto fahren. Ich war schon zweimal dort. Da ist es wirklich schön und das Essen ist gut. Was haben sie dort mit dir gemacht? Die haben uns was zu essen gegeben und wir haben Spiele gespielt und dann haben die uns so Sachen gefragt. Es ist wirklich schön da. Ich möchte wieder hingehen, aber Mama sagt nein. Stimmt das? Ich vertraue denen nicht. Ich weiß nicht, was sie mit den Kindern machen, aber es passt mir alles nicht. Sie messen sie, fotografieren sie, als wären sie exotische Tiere. Die haben irgendwas vor und wahrscheinlich nichts Gutes, sagt Maria. Wie kann ich ihnen helfen? Plötzlich laufen alle Kinder zum Eingang des Lagers. Da kommen sie, sagt Maria und zeigt auf das Tor. Dort stehen ein Mann und eine Frau in Begleitung von zwei Lagerpolizisten. Wir sollten uns aus dem Staub machen, sagt Maria. Wir verstecken uns hinter einem Wohnwagen. und schauen zurück auf die Vierergruppe, die jetzt mitten im Lager steht und von den Kindern umringt ist. Der Mann hält Oskar fest und untersucht sorgfältig seinen Kopf, während die Frau neben ihm Notizen in eine Tabelle einträgt. Wir machen mal ein Foto. Obwohl wir weit entfernt sind, versuche ich ein Foto der Szene zu machen. Einige Erwachsene aus dem Lager haben sich ebenfalls versammelt. Einige schreien den Arzt und seine Assistentin an. Lassen Sie unsere Kinder in Ruhe. Hauen Sie ab! Die Polizisten heben ihre Knüppel und bedrohen sie. Wir machen noch mal ein Foto. Die angespannte Atmosphäre am Tor eskaliert. Die Lagerbewohner kommen ihnen näher. Wir mischen uns mal ein. Genug damit! Lassen Sie den Jungen in Ruhe, rufe ich, aber niemand hört auf mich. Maria reißt Oskar an sich, was den Arzt in Rage versetzt. Einer der Polizisten reagiert und schlägt mit seinem Knüppel auf Maria ein. Maria schreit auf vor Schmerz und lässt Oskar los. Mehr und mehr Leute aus dem Lager versammeln sich und brüllen den Arzt und die Polizisten an. Wir machen noch ein Foto. Ich mache ein weiteres Foto von dieser Konfliktsituation. Ich höre den schrillen Ton einer Polizeipfeife und weitere Polizisten rennen mit gezogenen Knüppeln in das Lager. Unter den Schlägen der Polizei verziehen sich die Leute ins Lager. Der Fotowart klickt. Der Arzt und sein Assistent stoßen einen jammernden Oskar in ein Auto, das vor dem Tor geparkt ist. Maria und die anderen Lagerbewohner versuchen, sich zu ihm durchzudrängen, aber die Polizei weiß, das zu verhindern. Der Motor heult auf und der Wagen fährt davon. Ich möchte mein sicheres Versteck verlassen, um den Polizisten dazwischen zu kommen, aber Schwester Bertha hält mich zurück. Bleib in Deckung, du würdest es nur noch schlimmer machen. Vielleicht hast du recht, wie sollten wir hier verschwinden? Die Polizei hat vergessen, dass wir hier sind. Das soll so bleiben, sagt Schwester Bertha. Du hast recht, lass uns gehen. Wir können nur helfen, indem wir die Welt wissen lassen, was hier passiert. Das ist unsere einzige Chance. Wenn die Polizei dein Fotowart konfisziert, gibt es keine Beweise mehr. Wir verlassen das Lager auf Schleichwegen, um der Aufmerksamkeit der Wächter zu entgehen. In Sicherheit auf dem Rückweg nach Marzahn, frage ich Bertha. Was werden sie dem Jungen antun? Ich habe keine Ahnung, aber die Situation gefällt mir überhaupt nicht. Herr Hitler kündigt schon seit Jahren an das Problem der Juden, der Sinti und der Roma und aller, die keine gesunden, deutschblütigen Arier sind, zu lösen, aber niemand scheint sich dafür zu interessieren, was genau die Lösung des Problems wirklich bedeutet. Glaubst du, die werden die umbringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, sagt Schwester Bertha und blickt in Richtung Lager oder raucht Lagerfeuer, die untergehende Sonne verdeckt. Aber ich fürchte, was wir gerade gesehen haben, ist nur der Anfang. Im September 36 war das nationalsozialistische Deutschland im In- und Ausland weitgehend akzeptiert und respektiert. Gleichzeitig schlossen die Nazis, Juden, Sinti und Roma Behinderte und sogenannte Asoziale zunehmend aus der Gesellschaft aus. Es war der Beginn einer Politik, die zu millionenfachen Mord führte. Deine Gruppe hat so viele Unterstützer rekrutiert und ist so überzeugt von dem, was sie tut, dass sie selbst durch diese scheinbar hoffnungslose Zeit hindurch bestehen kann. Ende von Kapitel 2. Ja, jetzt ist es so, leider macht das Spiel an dieser Stelle keinen Save. Das heißt, um den Spielstand zu bekommen, müssen wir jetzt noch weitermachen und ins Kapitel 3 vorstoßen. Puh. Ja. Okay. Mich würde interessieren, ob man auch hier weiterkommt, wenn es wieder ausreicht, die Unterstützer zu haben und die Moral, was diese großen Aktionen am Ende eigentlich bringen, wenn man alles verliert. Jetzt wird die Sprengung des Turms den Kommunisten angedichtet. Okay. Gut, wir gehen noch mal weiter. Müssen jetzt sozusagen die erste Szene noch mal mitnehmen. Niemand außerhalb des Lagers wusste, was hier an diesem Tag geschehen war. Niemand wollte es wissen. In Berlin ließ sich das neue Deutschland feiern. Als wäre es ein Land wie jedes andere. Hitler log und die Welt wollte ihm glauben. 1938 gaben Großbritannien und Frankreich den aggressiven Forderungen Deutschlands nach und ließen das Reich das Sudetenland annektieren. bald darauf folgte Österreich. Als die Wehrmacht Polen überfiel, erklärten England und Frankreich Deutschland den Krieg. Eine entfesselte Wehrmacht verbreitete Mord und Vernichtung in ganz Europa. Die Nazis hätten ihre Versprechen. Und wir? Wir waren am Boden zerstört. Ja, damit beginnt Kapitel 3. Hitler machte seine Drohung wahr und brachte Krieg nach Europa. Sudetenland, Österreich, Polen und Frankreich stehen unter deutscher Kontrolle, bevor Großbritannien endlich den Krieg gegen Deutschland erklärt. Das ist nicht ganz korrekt historisch. Wir waren fassungslos, als sich der Faschismus in ganz Europa ausbereitete. Wir mussten etwas tun, sonst würden Millionen sterben. Okay, startet gleich, wie es aussieht, mit der ersten Runde, alles klar. Kroatien tritt drei Mächte packt bei mit Italien, Deutschem Reich. Finnland fällst den Völkerbund. USA weist deutsche Botschafter aus. Ah, alles klar. Jetzt ist gespeichert worden, liebe Leute. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, und damit, ich werde nicht durchmachen, heute werde ich nicht durchmachen, aber ich werde mir noch ein Bierchen holen und war aber trotzdem sehr, 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 sehr spannend und irgendwie auch ein gutes Gefühl, dass wir es wirklich am Ende zumindest unser Ziel noch erreicht haben. Es wäre echt eine Punktlandung. Man denkt gar nicht, wie knapp dann am Ende die Aktionen aufeinander aufbauen und wie knapp das ist, die Dinge zu schaffen.